So, hallo Leute und willkommen. So, hallo Leute und ich bin auch laut genug. Wunderbar, wunderbar. Wir kommen zu diesem sehr spontanen Heul-Livestream, der so irgendwie nicht wirklich geplant war und dann doch stattgefunden hat. Wir werden aber eine wahrscheinlich liberale Ukraine spielen. Das wird recht witzig, glaube ich. Wir fangen auch tatsächlich gleich an. Wir sind schon in-game. Ähm, freut mich, dass tatsächlich so viele Leute da sind, obwohl ich den Livestream effektiv vor zehn Minuten angekündigt habe. Äh, ich gucke jetzt auf Twitch. Auf Twitch war niemand. Und wenn jemand was auf Twitch geschrieben hat, wurde es mir nicht angezeigt. Äh, YouTube. Also, ab jetzt lese ich wieder alles. Average Republic. Enjoy erst mal. Hallo. Wir starten tatsächlich als sozialdemokratische Ukraine. Das wird dich wahrscheinlich glücklich machen. Und was wir damit anfangen, würde ich nicht glücklich machen. Aber das ist, denke ich mal, okay. Herr Mut ist wieder da. Guten Tag. Und Carlos ist da. Hallo. Ähm. Und, äh, Wombe ist schon mal wieder da. Und Rotkäppchen. Bei Rotkäppchen, da bin ich inzwischen verstört, weil ich hier in Sachsen ja aktuell lebe und gefühlt alles, was weiblich ist, ist ständig Rotkäppchen trinkt. Das ist wirklich, ich dachte immer, das wäre ein Klischee, aber nein, ist es nicht. Ähm. Genau, wir spielen tatsächlich gerade eben so eine kleine interne Discord-Runde, wo dann tatsächlich mehr Leute mitgemacht haben, als ich erwartet habe. Deswegen, ähm, ja. G444 Pro, guten Tag. Und Dark Lord ist auch da. Hallo. Äh, wir müssen tatsächlich jetzt, äh, ich erkläre kurz die Mod. Also, wir spielen Führerreich. Und, äh, für alle, die es nicht wissen, hoffentlich kennt ihr Kaiserreich. Also, Kaiserreich ist eine Alternativgeschichte, in der Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen hat. Und Führerreich spielt in Kaiserreich. Und dort hat jemand sich überlegt, was passiert wäre, wenn Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hätte. Wir sind also quasi wieder da, wo wir jetzt auch sind, nur mit einem komplett anderen Ausgangspunkt und mit ganz anderen, ähm, ja, Gegebenheiten. Zum Beispiel hat Deutschland, äh, quasi Schleswig komplett abgeben müssen. Also Holstein noch dazu ist, komplett Schleswig-Holstein hier, genau. Ähm, das Rheinland effektiv ist, äh, international verwaltet, so wie ich das hier sehe. Oder halt französisch verwaltet. Je nachdem. Es gibt italienische, ja, wobei das ist, glaube ich, recht normal. Afrika sieht auf jeden Fall auch komplett anders aus. Äh, der Osmaner ist zerfallen und die Griechen haben sich ein Stückchen davon geholt. Die Ukraine ist verhältnismäßig mächtig. Die hat quasi vom Kollaps der Sowjetunion, äh, beziehungsweise, ja, des russischen Zarenreichs deutlich mehr profitiert. Lenin ist tatsächlich noch an der Macht in Russland und, ähm, genau, politisch hat sich natürlich auch einiges verändert. Wir gucken einmal kurz über die Map drüber. Ihr seht, es ist auf jeden Fall, äh, anders. Ich weiß nicht, ob die USA zerfällt oder sowas. Auf jeden Fall haben wir irgendwelche Nationalisten in Mexiko. Spanien ist quasi schon zerfallen. Der Bürgerkrieg muss nicht erst starten. Ähm, wir haben tatsächlich eine sozialdemokratische Regierung. Wir werden wahrscheinlich marktliberal werden. Weil wir uns, äh, dem Westen, äh, quasi anschließen wollen. Das ist so grob die Idee. Während die Russen nicht so ganz wissen, welche Art des Kommunismus sie jetzt eigentlich bevorzugen. Irgendwie so alle. Aber Russland ist extrem geschwächt eben durch den Ersten Weltkrieg in dieser Mord. Schlong McNugget, guten Tag. Genau, ähm, wir haben einen tatsächlich eigenen Fokus-Tree als Ukraine. Den müssen wir uns auch gleich einmal anschauen. Und wir haben natürlich, äh, mod-typisch ein paar Gegebenheiten mehr. Ich würde sagen, wir machen jetzt tatsächlich einfach mal kurz den, den Standard-Start. Und hallo, Random-Name. Und beginnen mit, ah, die 36 election können wir erst ab Oktober machen. Das heißt, wir müssen bis dorthin, ja gut, dann können wir unsere Armee reformieren. Das ist ja auch nicht schlecht. Gibt ein bisschen Armee-Experience. Aber unser Fokus ist auf jeden Fall auch noch bis Oktober blockiert. Ähm, wir sind komplett frei, was das Bauen von Zeug betrifft. Das bedeutet, so realistisch als Ukraine werden wir jetzt erstmal nur Infanterie bauen. Äh, und sobald wir die nächste Artillerie haben, werde ich die wahrscheinlich nachrüsten. Ja, Trucks tatsächlich, pfff, ne, ja, nee. Das macht keinen Sinn. Wir bauen normale Infanterie und rüsten später Trucks nach oder kaufen die irgendwo ein. Weil wir die ja wegen dem Supply brauchen. Ansonsten könnte es sich beinahe schon lohnen, äh, erstmal Industrie zu bauen. Äh, beziehungsweise Infrastruktur, aber, ah, wobei, wir können hier auf der Krim ein bisschen was ausbauen. Ich hoffe nur, dass Russland das, äh, akzeptiert, wenn wir das tun. So, übrigens an der Stelle ein Tipp, wenn ihr Shift drückt, dann baut ihr es immer direkt aus. Wenn die Steuerung drückt, dann, äh, rückt es direkt nach oben. Und wenn ihr beides drückt, dann baut ihr das quasi komplett aus. Und es rückt nach oben. Das wussten tatsächlich einige Leute nicht. Und in letzter Zeit habe ich oft gelesen, dass Leute darüber sehr fasziniert waren. So, wir bauen einmal Convoys und einmal bauen wir Submarines. Wobei, das wird wahrscheinlich noch nicht gehen, weil wir es nicht speichern können. Okay. Das heißt, wir müssen noch hoffen, dass wir ein bisschen Flotte haben. Aber nicht. Das ist ärgerlich. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal Convoys. Haben wir Luftwaffe? Ne, haben wir auch nicht. Aber gut. Sollen wir auf die Norweger schauen? Da ist die Arbeiterpartiet an der Macht. Das gefällt dir jetzt natürlich. Na ja, klar. Gut, dann unmute ich mich mal. So muss er sich verschieben bei denen. So. Guten Tag, ich bin da. Sie können von hier zurück. Was grüßt du? Hi. Die können wieder zu mir zurück. Ja, das glaubst du selber nicht. Oder sogar zu den anderen. Magst du den Dippen? Ne, ne, ne. Deswegen habe ich laut gesagt, dass ich da bin. Aber gut. Wer spielt denn alles mit? Das wäre wahrscheinlich mal sinnvoll kurz zu erwähnen. Wieso gibt es hier keinen Lobby-Knopf? Ach so, wenn ich kein Host bin. Tja. Tja, okay, das ist jetzt ein Problem. Also Manu, ach, du spielst Deutschland, ich dachte, du spielst Russland. Ja, ich habe mich unentschieden. Ja, dann ist ja gut. Ich habe Russland aus dem Thumbnail gelöscht. Daniel spielt England, Blackman spielt die Schweiz, wobei er aus irgendwelchen Gründen die Schweiz Bregenz besitzt und da auch Chors drauf hat und Österreich nicht. Ich spiele die Ukraine, dann Spielt Schweden, Fireman spielt den Osmanen. Fireman, du musst auch richtig am Arsch sein, oder? Ja. Ich sehe, das ist ein Sickman of Europe, minus 20% Political Gains, minus 2 Orga, minus 5 Stabilität, Results. Wo sind eigentlich meine Schuldenzahlungen hier, Osmane? Warte auf mein Geld. Automan Public Debt Administration, 15% Consumer. Alter, dein Land ist richtig am Arsch. Ja. Nee, meine Wirtschaft kann wenigstens noch nicht kollabieren. Das hat auch ein bisschen sicker. Das muss richtig sein, in der Wirtschaft kann ich kollabieren. Die ist schon am Arsch. Das ist ein Punkt. Vielleicht können wir Hutki das mal erzählen. Das fände er bestimmt auch als gutes Wirtschaftsobjekt. Übrigens, das Schöne ist, hier wird Kiew ansatzweise richtig geschrieben und wie war das mit Moskau vorher? Es wird alles wie in ihren Sprachen geschrieben, tatsächlich. Ja, das war vorher relativ witzig, es war jetzt eher Situationscomic. Moskau und wir haben es Moskwa natürlich genannt, wie es richtig heißt. Und danach kam nur ein... Da steht blub, blub, blub. Genau. Im Nachhinein ist es nicht mehr ganz so lustig, aber... Aber für die Leute, die es zum ersten Mal hören, ist vielleicht okay. Die russische Hauptstadt heißt blub, blub, blub. Ja, blub, blub, blub. Ähm, also, ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Ich bin auch bereit. Stell mal, stellen wir mal auf 4 und gucken mal, wie lange wir 4 halten können. Ja, Führerreich Freelux. Resync. Das lief ja gut. Das sind schon 7 Stunden. Ach, ich erinnere mich dran, dass wenn man hier diese... Warum gibt einem Führerreich FAQ plus... Ja, ja, der Punkt ist der... Das nimmt es dir später halt wieder weg. Das spielt einfach nur mit deinen Gefühlen. Das ist richtig tragisch. Manu, versuch diesmal, ähm, synchron zu bleiben. Ich versuch's. Ich wüsste, was in der Schweiz da unten macht. Weil die so gut in Synchron springen. Manu, jetzt siehst du ja mal alle Spiele. Also, die Zeit ist schon 1936. Die Frage ist nur... Was ist passiert? Ja. Also, ich hab's schon versucht zu erklären, aber es ist auf jeden Fall sehr viel dubioses Zeug passiert. Aber ich find's schön, weil im Kaiserreich hast du ja überall die Kommunisten. Und hier hast du auf einmal überall so gemäßigte Parteien. Das ist wirklich wunderschön. Hm, gemäßigt. Gibt's doch. Ey, ich find meine Partei ist gemäßigt. Mal gucken, ob es mehr als 8 Stunden aushalten. Die Nazis, doch. Die Nazis. Nee, ich bin ganz friedlich. Solange mir Belgien meine Gebiete wieder zurückgehen. Also, du bist die Niederlande. Dutch State. Alter, warum bist du der Faschist hier? Ja, ohne Witz über die Faschisten. Das geht ja gar nicht. Ich sag was, es gibt noch ein zweites Niederlande in Suriname. Und ich will die belgischen Gebiete wieder zurückgehen, wo wir gehören. Ich würde meine... Ich hab darauf keine Kurs. Ich hab nur Claims. Und das andere Niederlande hat auch nur darauf Claims. Das ist gleich überall so. Ich hätte gerne einen Fokus, den ich machen könnte. Ich kann tatsächlich auch erst meinen Fokus ab Oktober machen. Nein, ich möchte generell mein Land zurückhaben. Wen hab ich denn in meinem Bündnis? Nur Line. Okay. Ah, den wichtigsten. Ich will vielleicht Deutschland doch nicht spielen. Gemäßigt. Ich fang jetzt erstmal an, Waffen zu verkaufen. Ich hab dich retten von Fokus beitreten, Manu. Ja, die Schweiz hat einen Fokus-Stream. Die Schweiz hat die Fokus-Stream. Ich fang erstmal an, Waffen an, alle zu verkaufen. Die Schweiz hat die Fokus-Stream. Da bin ich dabei, das hört sich gut an. Ich nehm Ressourcen, keine Waffen. Ähm, Daniel, ich wollte ja dir joinen, oder wie war das? Kannst du gerne machen. Äh, was wolltest du nochmal... Irgendwer wollte doch liberal werden. Ja, wenn du liberal gehst, kannst du mir joinen. Ach, das ist gut. Also, Heiko, kommst du den Faschisten? Ach so, auf einmal bin wir wieder in der faschistischen Ukraine. Ich hab nie gesagt, dass es ein Problem wäre, wenn keine Dame... Kann mein Stolzern bitte mal sterben? Nein, nehm ich nicht tot. Da ist jemand gestorben, super, klasse. Fireman, super. Kongress aufs auf jetzt. Er wieder. So wie zu Lenin. Jetzt Ukraine, rein da! Jetzt sind sie im Chaos. Wisst ihr, wie groß mein Herr ist? Schön, 88.000 Soldaten hab ich. Echt? Ich weiß auch nicht, irgendwie... Das gröner ist mein Herr. Heiko, jetzt musst du Trotsky ran holen. Oh nein. Aber ich glaube, ich lasse tatsächlich die Zuschauer abstimmen, welchen Fokus ich gebe, weil die sind irgendwie alle ein bisschen komisch. Boah, Alter. Wie macht die Abstimmung? Ich muss mal kurz ein bisschen langsamer machen. Ich glaube, ich muss mal kurz Chrome öffnen. Tatsächlich, äh, ist... Kann man... Von Edward dem Achten ist ja base. The right man in the wrong place can make all the difference. Oh Gott. Du kannst nicht mitbekommen, dass der andere tot ist. Führe, bevor... Ich bleib einfach mal bei meinem Fokus-Tree. Junge, Daniel, dein König geht auf den Bildscherhund. Ja, der ist... Der ist voll... Richtig fashion. Oh, ich hab mein... Ich hab mein Fokus-Tree behalten. Ich weiß nicht, ob das gut war. Und ich hab auch Dressler behalten. Auch das kann ich nicht bestätigen, ob das eine gute Entscheidung war. Ja. Ja. Gut, das ist davon nicht auszugehen. Dutch German Economic Corporation. Okay, die arbeiten auch noch zusammen. Ja. Ja, wir sind auch in dem Bündnis. Da sollten wir doch vielleicht zusammenarbeiten. Ja, sag das von der Türkei. Hey. Sorry. Mein Soldat ist tot. We must perch any opposition. Perfekt. Es geht los. Ich töte die Opposition. Ich krieg die Great Purge. Das ist richtig spaßig, wenn man das bekommt. Also, ich guck jetzt mal die Fokus-Strees durch. Also, es gibt Militärdiktatur. Da kriegen wir... Da gehen wir Richtung Deutschland. Ja, willkommen. Nähern Sie sich Europa an. Gehen Sie weg. Dann haben wir die Nationalisten. Irgendwie... Da machen wir unser eigenes Ding. Ja, bitte purge. Purge the Reds. Okay, da hab ich jetzt schon Bock drauf. Promote the Ukraine Culture. Okay, das ist schon das... Interessant. Dann die Liberals. Klar. Und die Sozialisten. Wobei die Liberalen tatsächlich aus irgendwelchen Gründen hier auch relativ sozialistisch sind. Deswegen geh ich mal davon aus, dass die Linken... Also, die müssen halt mindestens ganz links sein. Heiko legt 20 Stunden hinterher. Ich? Ja, auf drei. Also, ich will ja nichts sagen. Aber das ist schon traurig, Heiko. Ja, also echt. Imagine... Ich gehe da gar nicht hinterher. Line braucht nicht mehr ewig zum Reinladen. Immer nochmal. Ja, ja. Dann hält er normalerweise die mit. Oh mein Gott, ich muss ja jetzt außen um Dänemark rumfahren. Ich sehe nur die U-Boote da. Oh, Schweizer Waffendeal. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich kriege gerade irgendwie tausend Waffen von dir. Ne, minus fünf Prozent Factory Output. Dankeschön, Schweiz. Minus zwanzig Prozent. 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 Ja, hier hätte ich auch mal. Wird ja tief früh aufgerüstet. Was sagen sie? Ich habe gerade übrigens dich beleidigt, weil du an die Franzosen auch Waffen verkaufst. Du Dreck sackst. Ich? Nicht, du. Das Schweizer. Der Schweizer geht einfach, lieb sowas. Einfach mal in alle gehen. So, jetzt mal kurz gucken, ob der Bot auch überall an ist. Der Bot ist an und... Okay, wen purge ich eher? Und das scham. Die ambitionierten Off... Äh... Offiziere? Ne. Ne, da würde ich die Faschisten... Na, ich töte. Ich könnte Schleicher töten. So. Von Schleicher oder Herbert von Bose. Also Leute, ihr könnt abstimmen, wenn ihr das in der Klammer schreibt und zwar genauso. Also Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen und dann eine Zahl. Bitte nichts anderes. Ich würde Bose eliminieren. Ja? Ja, weil der gibt dir nur Improve Relation Option. Und der andere gibt dir... Ach, mein Lieblingslimurser. Hallo Maurice. Was bin ich denn jetzt? Heiko hat mir schlecht das... Ich werde auf jeden Fall mal die, ähm... Demokratische Sympathisanten purchen. Ich hab einen neuen... Heiko? Ja? Mach dich bereit, dass du eine Kugel in den Kopf kriegst. Ich? Ich hab doch noch nichts gemacht. Du bist... Hallo? Demokratische Sympathisanten. Wo hab ich demokratische Sympathisanten? Das bist du. Ähm... Ja, ich hab hier in meinem Land Language Issues. Ich dachte, du sagst, nein, ich bin gar keiner. Der Black Man. Das war dieser Moment. Ich hab in meinem Land ein Problem. Und zwar gibt's tatsächlich Sprachbarrieren zwischen den Russen und den Ukrainern in meinem Land. Ich hab da eine Lösung für dieses Problem. Aber ich glaub, das wird den Russen nicht gefallen. Es ist nicht ziemlich ähnlich, nur die Schrift ist ein bisschen anders. Ich dachte auch, das wär so dialektmäßig. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie in Kroatien und in Serbien, dass du halt einfach... Oh, Leute, ihr müsst das in der Klammer, also die Klammer müsst ihr weglassen. Also Ausbruchzeichen Vote, der Zeichen Zahl. Oh, der spammt jetzt einfach ganz oft. Ihr könnt immer genau einmal abstimmen. Ihr könnt tatsächlich, äh... Ähm... Also wenn ihr wollt, ihr könnt auf YouTube und Twitch abstimmen. Und das sag ich nicht, um meinen Zuschauersatz zu maximieren. Nein, nein. Aber ihr könnt's. Ich halt euch nicht davon ab. Ich stimme jetzt mal kurz ab. Warum geht mein Wort 3 nicht durch? Was ist das? Ja, wieso geht mein Wort 4 nicht durch? Ja, ich hab's auch gerade so gemerkt. Jetzt ist die Frage. Es kann doch sein, dass mal wieder nur ein einziger... Dass nur YouTube oder Twitch funktioniert. Also müsst ihr eigentlich mal auf beide abstimmen. Könnt ihr bitte einfach nur einmal abstimmen? Ja, weil es haben nur vier Leute abgestimmt. Ich glaub tatsächlich funktioniert nur Twitch. Okay, ich zeig euch, dass ihr auf Twitch kommt. Zeigst nicht mal anders. Doch, jetzt zeigst nicht mal anders. Wir müssen auf Twitch abstimmen. Lass du was, Fireman, du warst doch noch gestern, dass View of Famine by Ghost, oder? Ja, Twitch. Ja. Okay, wir müssen auf Twitch abstimmen. Okay, YouTube funktioniert. Ich kann doch sein, YouTube zieht später nach. Der ist der Botbank mal ein bisschen verpackt. Hm. Heiko? Ja? Ich hab jetzt... Ich hab jetzt meinen ersten Post-Tiefen gemacht. In deinem ersten Post-Tiefen... Oh, krass. Fünf-Stabilität. Der Land ist ja im Eimer. Weißt du, bei mir, da haben die Leute Angst vor der Hungersnot. Okay, aber das gibt wenigstens nur drei Prozent Stabilität, Marlos. Ja, bis die dann ausspricht. Das ist natürlich schlecht. Aber ich hab ja keine Russen, die... Irgendwie sieht's gar nicht so gut aus. Für... Daniel. Ich hab 52 Prozent Consumer Goods. Das mein ich nicht. Läuft. Was meinst du? Ich mein die Abstimmung. 60 Prozent sind grad für eine Militärdiktatur. Ich glaub, denen müssen wir mal ein bisschen Demokratie beibringen. Heiko, es ist übrigens der Zeitpunkt gekommen, da kannst du mir jetzt mal die Mod-Rechte geben hier. Ich dachte, du hast Admin-Rechte. Auf Twitch. So. Schreib mal was. Hab ich doch, da oben. Achso, da, Manu. Ich find dich nicht, weil du bist kein Mod. Echt? Ihr Problem. Manage suspicious user. Soll ich die zum suspicious user machen? Ich weiß nicht. Manu ist auch so sass. Ich kann dich nur... Manu sind so oder so sass. Ganz schön große Worte, die von so einem kleinen Außenstehenden. Kann ich, wenn man jemand zum Mod macht mit Twitch. Ich benutze Twitch so selten. Rechtsklick drauf. Rechtsklick drauf. Bisschen zufälligerweise. Ich hab gerade den besten Namen für meine Schweden. Achso, nee. Natürlich nicht. Natürlich ist die Wahl manipuliert. Heißt doch nicht manipuliert. Hat's funktioniert. Hat's funktioniert? Glaub ich. Da steht immer dran. Ausflugzeichen Mod. Nee, das hab ich geschrieben. Weil ich dachte, vielleicht ist das der Befehl dafür. Warte, ich hab's. Hier. Quick Whisper. Action. With friend. Pop up. Du followst mir seit November 2020. Krass. Ah. Ich kann dich bun reporten. Wieso kann ich dich hier nicht als Mod machen? Mach einfach alles. Irgendwie wird's schon klappen. Ja, irgendwann mal funktion jetzt dann. Report kann dir nicht als Mod machen. Ich kann dich purchen. Ich kann dich bannen. Purge. Ich kann dich deleten. Ist das echt purgen? Das heißt wirklich purgen. Das heißt echt purgen. Das macht das. Ja. Purgen halt, ne? Nein, das, was ich gerade in meinem Land mache. Ach so, ja. Das ist doch was Gutes. Aufräumen. Soll ich meinen Army-Fokus auch noch auf die Fans setzen? Weil ich glaub, die findest du bei den Freunden gut. Du musst dich auf jeden Fall verfreundet. Es ist wichtig, dass du dich von den bösen Franzosen beschützt bekommst. Die bösen Franzosen haben auch mein Land. Ich möchte nämlich sicherstellen, dass es dir gut geht. Die bösen Franzosen haben auch Gefühle. Ja, aber es sind französische Gefühle. Also die sind nicht so wichtig. Bis einer von ihnen meint, der müsste Napoleon spielen. Ja, die halten wir auf davor. Spiel ich dann Hitler. Die Georgier wollen sich bewaffnen. Sollen sie doch. Manu? Ja, das gegen den Sozialisten. Ah, hier, Mod Manu, hab's gefunden. Deutscher Manu. Ja, bitte. Ich könnte danach einen Fokus machen. Danke, danke. Ja? Ich mach jetzt die Navy, weil ich will umbauen. Ja, ich würde aber gerne erstmal meine Futscher, Politik und generell alles andere Fikrieren. Ja, das Ding ist, je länger du aus dem Stahlpark draußen bist, desto eher kann ich dir, falls irgendwie ein Dugelkrieg oder so ein Shit kommt, volunteer schicken. Nochmal kurz für alle, die gerade abstimmen. Wir haben festgestellt, es funktioniert nur auf Twitch. Ihr müsst also auf Twitch schreiben und ihr müsst wie folgt schreiben, Ausrufezeichen, Leerzeichen, Vote. Ne, Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen, Zahl von 1 bis 4. Nicht die Klammer. Nicht irgendwas anderes. Oh, ich hab gesehen, es gibt Versailles. Okay, okay, okay. Alter, wie geil. Die Mod-Ansicht ist ja richtig, ich glaub, ich hab jetzt die gleiche Ansicht, wie du hast. French Republic, irgendwas mit Sowjetunion? Ne, ich kenn die Russen nicht an. Ich glaub, ich fuck die jetzt richtig ab. Äh. Es ist, es ist Kindes, die Ude, es ist eher zu ignorieren, so, ne. Die mach ich auch. Wir kenn die nicht an. Ich hoff, die kacken mich jetzt nicht sofort an. Aber die sind so am Arsch. Oh mein Gott, sind die am Arsch? Lacking Industrialization und Political Chaos und Legacy of the March Cup. Ich bin jetzt erstmal auf Partial gegangen. Alter, Olga, minus 35 Prozent. Auf Isolation. Leute, lasst jetzt in Russland einmarschieren. Ich hab's doch gesagt, Russland ist tot. Ich hab's noch 7 einhalten, aber das reicht. Das ist ein bisschen besser. Die Schweizer Garde kommt gerne. Die Schweizer. Ich hab 5 leichte Panzer. Würden reichen, wenn die keine Traktoren haben. Die waren sehr ganz klar manipuliert. Aber an der Stelle nochmal Hallo an alle, die jetzt neu dazukamen. Hallo, da machst du ja mit, oder? Bei was? Requested. Du musst ja da was gekommen sein. Ja, ich hab grad 100 PP einfach gekriegt. Ich muss, bevor ich meine Politik ändere, noch 150 PP investieren, um Weißrussland, also Belarus, ganz lieb zu fragen, ob sie mir mein Core-Gebiet zurückgeben. Das kann ich nämlich machen. Ich kann für 125 politische Power einfach eine Fabrik bauen. Fühlst du lustig? Ich hab zwar eigentlich einen Trade-Ebargoy mit Frankreich gemacht, aber ich kann trotzdem mit dir in Handeln. Hast du irgendwie Euro-Sanktionen in der Nutsche, ey. Musst du mir jetzt noch ganz viele Fake-Touchen unterstellen? Ja, natürlich kannst du mit denen traden. Die dürfen nur nicht mehr mit dir traden. Boah, nächstes Mal, ich mach das viel schlauer. Nächstes Mal bei der Abstimmung mach ich so Follower-Only-Chat. Und dann zwinge ich die Leute nicht nur, dass sie doppelt zugucken. Sie müssen auch noch fallen. Ja, dann stimmt halt nur noch eine ab. Tatsächlich hab ich schon wieder 64 Zuschauer. Das ist sehr nice. Willkommen. Und hallo, Rebaldsk. Und wer ist alles in deinem Team? Das ist die Frage, wie du mein Team definierst. Das wird mich grad über die Abstimmung gemacht. Wir sind alle gegen, Heiko. Also ich wollte es euch sagen. Kurze Frage. Ihr seid doch auch der Meinung, Sevastopol ist eindeutig schweizerisches Kerngebiet, oder? Ja, sehe ich auch so. Der heißt ja Sebastian. Das heißt tatsächlich Sebastopol. Also eigentlich hat nur ein einziges Land Claims und Kors auf diese Provinz. Nee, die haben sich verschrieben. Das heißt Sebastians Pool und Sebastian ist mein Herrscher. Den bring ich jetzt um Bose, gell? Denn dein Herrscher ist nicht Sebastian. Herr Mut, vielen Dank fürs Followen. Du bist die Schweiz. Du hast keine Regierung. Ich weiß. Nein, ich bring jetzt Bose um, gell? Ja. Ja, 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 ja. Wer ist Bose? Das ist ja der, wo er Leute nicht mehr so gut macht. Ein böser Mann, der irgendwie bei mir mitspielen möchte. Ich finde es ja vor allem lustig, der heißt es bei der Name Bose. Also ich habe wohl irgendeinen Film gemacht, das heißt einfach nur Land und das hat wohl die Venedischen... Land. Nur Land, leider. Leute, ich habe ein Super Heavy Battleship geschenkt bekommen. Das gefällt mir nicht. Möge der Brite aufhören, das weiter Super Heavy Battleships geschenkt zu bekommen. Fünf Euro, dass Daniel heute noch einen Flugzeugträger baut. Vielen Dank für das Hold-On. Der ist Brite. Natürlich. Was glaubst du macht denn nicht? Der hat wahrscheinlich schon fünf in der Produktionslinie. Ihr müsst wissen, Daniel baut immer Flugzeugträger. Man könnte Daniel Österreich spielen lassen. Der würde als allererstes irgendwie Italien den Krieg erklären, um an den Hafen zu kommen und dann würde er einen Flugzeugträger bauen. Also ich erinnere mich an diese eine Runde, wo Daniel Irland gespielt hat und einfach einen Flugzeugträger hatte. Als Irland. Ja, natürlich. Er hatte nichts anderes. Doch, Marines. Doch, doch. Marines und ich hatte Kolonien. Leute, was nehme ich denn jetzt? Pure Firepower wahrscheinlich. Auch der Irak rebelliert. Aber natürlich Ungarn. Leute, der braucht Freedom. Also, ich kann mich da auch drum kümmern. Also, ich habe gerade ein bisschen für Weltspannung gesorgt, indem ich den Ungarn, sorry, 5000 Waffen geschenkt habe. Wichtig ist nur, Osmane, lass bitte Armenien in Ruhe. Das wird dir in ein paar Jahren irgendwie auf die Füße fallen. Ich meine ja nur. Das ist doch schon passiert. Ich habe tatsächlich zwei Auditionen, was ich mit Armenien machen kann. Oh nein, oh nein. Entweder ein Teil oder was ist Armenien? Okay, Leute. Ja. Ich kann jetzt fragen, weiß Russland, ob sie mir die Provinz zurückgehen. Und wenn ich jetzt 150 pp waste, weil die einfach nur Nein sagen, obwohl die beste Beziehung haben, dann kotze ich. Ja, was sollen wir dann machen? Rögt dir die Daumen. Huh! Das hast du mir gegeben. Aber leider, die hätten mir auch noch die Provinz, also die Zuschauer, die Provinz hier geben müssen, aber die Freunden sieht ein bisschen komisch aus. Egal. Ist schon frech, dass die jetzt Borno-Gor so gemacht haben. Ja, das war vorher schon Borno-Gor. Mehr gegeben haben. Aber ich glaube, die haben mir keine einzige Fabrik gegeben, oder? Einfach nur... Einfach nur Land. Einfach nur Land, das nichts bringt. Ich habe nämlich tatsächlich bei Political Decisions richtig nice Zeug. Ich habe hier Nationalized Key in the Streets. Das finde ich jetzt nicht so gut. Aber das gibt tatsächlich ziemlich viel Wirtschaft. Aber du hast was bekommen. Ich habe was bekommen. Naja. Stimmt, mehr Menschen ist auch nicht schlecht. Genau, ich kann mal auf die Player-Map gehen. Ich würde aber sagen, die Militärdiktatur hat gewonnen. Die Abstimmung läuft jetzt schon eine Weile. Also... Ist ja ärgerlich. Das ist Paul und complete. Warte, Militärdiktatur war das, wo du zu uns kannst? Ja, genau. Das ist das, wo ich zu dir ist. Och, Mann. Ach, schrecklich. Super, wenn du mal in die Krimschel gehst. Weil ich war für die Fasch-O-Ding. Türke, könntest du bitte den Boss-Boros schließen? Ich habe Angst. Der ist demilitarisiert. Wie, der ist demilitarisiert und militarisiert wieder? Ich habe sogar die Möglichkeit... Ich habe die Verträge geschrieben, Heiko. Scheiße. Nee, Neutrale können nicht durch... Nur Trade kann gerade aktuell durch... Wenn du nicht mit der Türkei... Was ist mit dem zweiten Wahlgang? Fireman? Ja. Wählweise. Also, wir haben schon nicht Angriffspakt. Was ich dir geschickt habe. Na, Spielerkarte. Also wir haben hier Deutschland, Großbritannien, Schweden... Osmane... Ah, die Schweiz. Nicht zu vergessen. Jetzt kann ich sein. Manu, wenn du langweichst, kannst du vielleicht den Leuten Nicknames geben. Zumindest den... Die scheiß Griechen. Oh. ...die das Land andeutet. Ich kann es auch mal kurz nebenher machen. Ich fange unten an, du oben. Oh. Line heißt Iran. Passt doch, oder? Line, ich finde es übrigens witzig, wie ich vor irgendwie zwei Jahren es total lustig fand, dir einfach nur einen Lineal als Namen zu geben und du es bis jetzt nicht geändert hast. Ja, warum sollte ich? Weiß nicht. Das ist ziemlich sicher weniger als zwei Jahre. Weil vor zwei Jahren bin ich auf das Logo gekommen. Ja, okay. Das ist... Wir können es auch die Zuschauer abstimmen lassen, ob sie Namen irgendwie... Also von den Länderspitznamen geben, so von den Spielern. Kann man mich... Oh, neutraler Manu. Ich hätte für einen Klammern Schoki. türkischer Manu. Ach so. Oh, ja, okay. Das darfst du machen. Du darfst dem Manu den Namen geben. Die Iren rebellieren. Die haben einfach weg in die Luft gesprengt. Was? Türkischer Manu. Was? Warte. neutraler Manu, türkischer Manu, deutscher Manu. Oh, ich hatte die letzten vier Wochen... ... der typische Türke als Name. Den hätte ich dir wirklich beilassen können. Warte, 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 warte. So geht's. Italien macht diese Anfrage. Wieso will Italien jetzt, dass sich Russland anerkennen? Nein. Ich will, dass Italien das mal mit ihm abhauen. Aber ich glaube, wenn du in den Thorn drin bist... Ich will jetzt den ersten Anfragen das hier erforschen. Jersey Designer, vielen Dank fürs Folgen. Und danke. Indischer, fast Manu. In meinem Herzen. Bist du es einfach. Für Manu, du darfst auch noch durch den Bus bewusst. Ja, besser ist... Der Schweizer darf auch noch durch den Bus bewusst. Wir müssen ja der Krim auch sagen, dass er russisch wird. Ich kann endlich U-Boote bauen. Die könnte man ja auch in der Schweiz geben. Oh, das wäre natürlich was. Ja. Der Schweiz geben würde immer eine gute Idee. Dinge tun. Ich nehme dann auch ein bisschen Gold, was du da übrig hast, wenn du das irgendwie findest. Apropos Boss-Proops. Ja, ja, ja. Kein Problem. Ich habe da was gesehen. Das ist mir zufälligerweise zugeflogen. Maurice, wir werden jetzt nicht anfangen, hier dubiose Dinge zu machen. Ich möchte meinen Boss-Proops zurück. Ich würde ja vorbeikommen, aber die Griechen lassen mich leider nicht durch. Das ist, glaube ich, auch schwierig mit dem Abschluss zu halten. Hier geht es ja noch um ganz legale Gold-Handelsgeschäfte. Ja, ja, das Gold ist mir halt einfach in meinen Goldminen zugeflogen. In den deutschen Goldminen? Ja, ja, die werde ich in Polen aufbauen. Das kannst du später sehen. Die werden irgendwo hier bei Krakau und bei Warschau in der Nähe stehen. Diese Goldminen. Wenn du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich werde es nicht aussprechen. Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich es so beschrieben. Hallo, Dominator. Was hast du verpasst? Bis jetzt noch nicht viel. Wir spielen Führer, Reichsspiel, Ukraine. Wir haben Spaß. Hallo, Wolf King. Ich kann mich nicht trainieren lassen, weil ich sonst nicht genug Öl habe. Ich verstehe. Jeder hat ja beim Military Exit. Einfach mal besuchen Ankara. Geht gerade nicht. Hört sich das böse an, wenn ich sage, ich habe Wichtigeres zu tun? Ist schon in Ordnung. Es kommt Zeit, dass ich gleich in irgendeinen Trick reingezogen werde. Warum heißt Daniel fast Manu? Weil er im Grunde seines Herzens ein Manu ist. Genau. Englischer fast Manu. Ich habe Ikea aus irgendeinem Punkt bekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Und Heiko hat nichts mehr, was so kräftig gehören ist. Ja, Heiko kann ich nicht ändern. Ich bin mir ein Nandoschritt in Ikea nicht, Manu. Ich gehe eher nicht nach. Ich habe jetzt gerade ein Infanterie-Equipment für 15 Produktionen weniger. Vielen Dank fürs Followen. Ach ja, Manu. Ich bin jetzt weniger krank. Glückwunsch. Wie Heiko. Heiko geht es auch langsam besser. Ja, mir geht es besser. Ich habe immer noch Probleme mit allem, was ich meinen Alltag tue. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich habe jetzt die Volksnachrichten gleich. Das klingt seriös. Das ist wie eine Tagesschau. Jaja. Vielleicht eher wie die Bild, aber hey. Die Bild früher. Weißt du, was dumm ist? Ich kann meinen eigenen Nickname halt auch nicht so einfach ändern. Bei jeder anderen Person kann ich Rechtsklick-Nickname ändern machen. Bei mir muss ich irgendwie meinen User-Profil anpassen und so. Das ging früher auch genau so einfach wie die Zerreste. Ah, und das geht jetzt gar nicht, weil ich den Streamer-Modus aktiviert habe. Okay, ich kann meinen Nickname nicht ändern. Was? Ich habe nicht aufgepasst. Heiko kann seinen Namen nicht ändern. Nein! Mein König ist tot. Schon wieder? Anglebe der König. Wie viele Könige wollen bei dir noch abnippeln? Ich kann jetzt politische Organisationen. Als nächstes kommt die Queen. Das ist aber nicht gut für die politische Bildung in deinem Land, Manu. Darum geht es mir gerade in diesem Moment nicht. Okay, der Moment oft ufisch gekommen. Ich kann deutsche Offiziere, britische oder französische einladen. Lass die Araber in Ruhe. Die sind immer ein Pappel. Ich habe trotzdem Luftschwürger. Und meine auch noch deutsche Offiziere, die sind ganz gut. Ja, aber die britischen geben mir fünf Orga. Und so wie ich meine Divisionen designen, wäre das gar nicht so schlecht. Die 20 Defense vom Franzosen kannst du ja sonst wo hinschieben. Aber der maximale Planungsbonus ist natürlich auch not bad. Aber komm, ich hole die Deutschen sonst. Sonst greift er dich an, sagst du. Ja. Wobei ich immer noch Angst habe vor britischen Flugzeugträgern, die irgendwas bei der Krim machen. Alles gut. Später mein Land ist komplett unterentwickelt. Die Leute verhungern. Manu, ich starte mit der höchsten Anti-Air von 1943. Was? Ich habe auf meinen Schiffen die beste Anti-Air. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe die unlockt und kann die direkt draufbauen. Ja gut, aber ich habe ja trotzdem Nebelbomben. Dann schicke ich ja Tausende hin. Dann verrecken halt ein paar. Aber who cares? Warte mal, die Queen von Englmann. Wie alt war sie denn 1936? Da müsste es ja noch ein Kind sein. Die war noch nicht gegründet. Ach, die ist schon jung genug. Die war schon... Also die Queen war ja schon beim Urknall dabei. Das heißt, sie ist zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Milliarden Jahre alt. Also alles gut. Also ich hatte eine Lehrerin, die sah halt legit so aus. Als wäre sie beim Urknall... Die sah einfach aus wie die Queen. Also zu diesem Zeitpunkt ist sie 10. 10, ja. Ja, ein bisschen jung. Kann man doch mal regieren. Zum Thema Boss-Pobos. Ja, also ihre Tochter sieht auch eins zu eins. Was ist denn mit deinem Boss-Pobos? Der gehört jetzt wieder dir. Der gehört jetzt wieder mir. Glückwunsch. Irgendwie hat die Ukraine irgendwelche wertvollen Rohstoffe. Auf Konstantinobel. Möchtest du da irgendwie... Ich komme eigentlich Schritt für Schritt um... Ich habe keinen Kauf, meine Gebiete, die ich verloren habe. Frag mal mich. Ich habe keine auf Rheinland. Oh, ich kann Early Mobilization machen. Stimmt, also ich mal Claims auf Rheinland. Ja, aber die kriege ich wahrscheinlich durch irgendein... Irgendetwas ist in Deutschland passiert. Und dadurch habe ich jetzt eine... Meine Ökonomie ist jetzt irgendwie geschwächt. Europäische Geschichte. Europäische Geschichte in a nutshell. Irgendwas ist in Deutschland passiert. Ja, wartet nur, ob der London Market crashed. Ähm... Das passiert? Das passiert, ja. Das ist nicht gut. Ich habe nämlich einen Fokus um die Nachwirkung damit. Kann ich das nochmal verhindern? Stört mich das? Handle ich mit dir? Ja. Weiß es nicht. Dann Market Collapse. Das ist nicht gut. Hab doch bitte den Markt im Griff. Ich drücke gar nicht viel Geld. Der Markt regelt das schon. Ich würde es als müssen... Okay. Heiko, du müsstest doch selber wissen, der Markt regelt das schon. Natürlich regelt der Markt. Deswegen muss er auch definitiv links rum gehen und nicht rechts rum. Bei Market Collapse. Weil links ist eindeutig die liberale Lösung. Rechts ist eindeutig die linke Lösung. Reduce Military Budget, oder? Das kannst du vergessen, ey. Ja, spare. Sparer muss man. Okay, okay, okay. Hier, das sieht man viel besser aus. In-Import Tariffs und sowas. Targeted Texas. Das hört sich gut an. Weil es tatsächlich erstaunlich viele Dinge gibt, wo der Markt tatsächlich regelt. Nur halt nicht immer. Aber mehr als man denkt. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Lieb ich so optimistisch und gehe auf meine Air Force oder lasse ich es gleich bleiben? Lass es sein. Ja, ich glaube auch. Der Russe kann eh keine bauen. Der hat da irgendwie so 1000 Tage und 100% Produktion. Weil mein Fog ist einfach größer geworden. Der wächst. Der ist ja wirklich gerade gewachsen. Ja, da kommen immer wieder so ein paar Dinge dazu. Außer du hast halt ein Base. Aber weißt du, wenn ich so bei Line reingucke, er kann halt einfach alles machen. Er kann halt jeden Fokus anfangen von sich. Wer? Was hast du denn da für ein Problem davon? Die Niederlande. Mein Problem ist, dass ich jetzt gleich den Fokus hier durch habe. Und ich nicht weiß, ob ich danach einen weiteren Fokus machen kann. Aber ich kriege gleich. Das gute Gameplay schon riecht. Das wird mit der Ukraine, da kann man immer qualitativen Content liefern. Das war Armenien auf die Türkei. Armenien hat... Okay. Kann man machen. Ironman? Ja. Armenien. Ich habe eine Frage. Ich hätte hier zufälligerweise deutsche Gebirgsjäger, die gerne mal die Türkei Urlaub machen wollen. Natürlich freiwillig alles. Ja, ja. Schickst du rieber. Heinrich von Bayern. Ich kann nichts dafür. Es tut mir leid, dass der jetzt kommt. Ich will ihn nach ganz vorne, dass er erschossen wird. Die Schweizer Garde hat auch von so einem schönen Urlaubsdomin hier gehört. Aber ich muss nochmal annehmen, Fireman. Weil ich schicke dir natürlich auch... Die müssen ja irgendwie auch hinkommen, ne? Die, ähm... Luftwaffe und Versorgung ist so eine Sache hier drüben. Ach, die versorgen sich selber. Ich habe gesagt, ich kriege einen Kriegstuhl und nicht direkt Krieg. Äh, die haben hier Krieg erklärt. Ja, aber warum? Das muss man richtig verkaufen. Der verteidigt sich nur. Das ist quasi ein großer Vaterländischer Krieg. Also die haben tatsächlich angegriffen, Heiko. Ja, ich will. Aber... Also auf jeden Fall, ähm... Ist jetzt Green Air über der Türkei. Türkei? Ach, fuck, mir fehlen noch zwei rein. Hehehe. Die Schweizer Garde schon unterwegs. Erstmal die Wirtschaft machen und Keep Hitler behalten. Keep Hitler, was? Ja, da gibt es einen Fokus. Das ist der Wirtschaftsminister. Ja, Hitler ist mein Wirtschaftsminister. Ich weiß jetzt nicht. Also ich meine, Hitler ist jetzt nicht durch seine... ...intellektuelle Leistung aufgefallen, also... Ich könnte auch Strasser holen. Sätze, die ich nie dachte, sie zu hören. Und dann wird es einfach kommunistisch. Ich hätte dann den Hitler... Wollen wir das? Ja. Wir wollen. Ja, das wollen. Boah, der Baumeister. Imagine Hitler mit dem Wirtschaftsminister. Ich habe effektive Bürokratie. Uh, was? Nein. Tatsächlich. Ja, ich kriege jetzt einen Buff, effektive Bürokratie. Bin begeistert. Das ist halt echt geil. Also Hitler, also die Hitler-Seite zu nehmen, ist halt echt gut. Ich kriege mit... Ich kann mit allen meinen Nachbarn, kriege ich, äh, Trade-Deals. Ach so, ich dachte, Krieg. Das ist jetzt irgendwie nicht so Hitler-typisch, aber... Ja... Ach, da laufen die Deutschen. Hier, Hessen und Oberbaden bekommen, äh, Zivil- und Militärfabriken. Und ich kriege German-Austrian-Iron-Trade-Deal. Und danach baue ich einen Damm. Und kriege nochmal... Dann habe ich das letzte Mal verloren. Daming with Danube. Nein! Der Lord in the Stock market! Nein! Übrigens, das mit dem Zitat, okay, dann dem Hitler, das ist wahrscheinlich einer der weniger schlimm Zitate, wenn ich so gucke, was ab und zu mal auf dem Discord gepaustet wurde. Oh nein, oh Gott, herr' was. Ja, hallo, nenn ich Geldfrucken. Ägypten, was? Ägypten, ihr Verräter. Ich weiß nicht, aber das Sultanat von Ägypten hat vorher noch nicht existiert. Wo ist mein Krieg-Erklär-Button? Ist doch nicht so schlimm, du hast schon mal auf den Suis. Eine Wirtschaft ist kompliziert. Die wichtigen Dinge aus Dings hast du behalten. Wirst du jetzt sagen, dass Nordafrika irrelevant ist, Manu? Ist rassistisch. Es gibt ein jüdisches Commonwealth. Ja. Und ist auch noch marktliberal. Verdammt, warum spiel ich nicht die? Okay. Ich kann die italienischen Dinger nicht weg. Da waren mehrere. Die haben zweimal gewonnen hintereinander. Ja, ich hab den Treaty von Versailles als tot erklärt. Was? Überall rechts und links. Verräter. Auch da Unterstützung, da breche ich gerade durch. Und Hitler bleibt weiter, mein netter Wirtschaftsminister. Dass die Wirtschaft fixen und nicht mehr. Ich bin der neue Sickman of Europe. Ich hab Factory-Output minus 35 Prozent. Das sind aber some rookie-Numbers. Selber Schuld, wenn man mit Türkei handelt. Ich hab einen neuen Kräfte. Türkei, wir haben doch so ein gutes Verhältnis. Ich würde deswegen mal gerne bei dir Urlaub machen. Ich hab nur gutes gehört. Warum hab ich Sozialisten? Auch für die Ritze. Schön, dass ich als Sozialdemokrat Freiwillige schicken kann. Wir haben einen Kessel. Wir haben die Hälfte der armenischen Armee eingekesselst. Nur gemerkt, wir haben keine Versorgung. Ich brauche noch ein paar Divisionen. Und da, ich, äh... Brauchen wir nicht. Wir gehen trotzdem rein. Fireman. Uff, uff und rein. Die Schweizer Garde. Alles für die Armee XP. Alles für die, äh... Ja. Offiziell. Für die Schweizer Garde. Kann man mehr... Vielleicht gibt's ja auch ein bisschen Gold zu holen. Man weiß ja nie. Kann ich mehreren Seiten des Spaniers freiwillig schicken. Ich konnte jetzt nicht selbst abknallen, möchte. Ja, das ist jetzt nicht direkt, aber... Hast du eigentlich schon Spanien-Freiwillige geschickt? Also, alle, die hungern wollen, kommt in die Türkei. Spanien-Freiwillige geschickt. Also, ich sag's mal so. Im Kampf habe ich gegen die Armee ja, fünf Gewehre verloren. Bei Attrition 34. Ja. Aua. Soll ich direkt nach der Ehrebahn laufen, oder... Wollen wir noch ein bisschen üben? Also, lauf durch. Ich glaube, das können wir uns lange nicht... reißen mit der Attrition. Also, ähm, 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 Strasser hat sich übrigens als geheimer Kommunist, ähm, entpuppt und ist jetzt in die Kiel-Zone geflohen. Ei. Wollte ich bloß mal gesagt haben. Ja, wow. Wenn ihr jetzt euch nachher wundert, warum die Kiel-Zone, ähm, Probleme hat, dann werden wir den Strasser zurückholen müssen, den Verräter. Wer hätte das gedacht, bei diesen Foki, die, wo man da drunter sieht, und der Strasser. Ja? Ich bin ja schon der Meinung, dass die Medien ja alle rettet werden sollten, weil sie 53 Schweizer ermordet haben. Wahrscheinlich nach Österreich. Da habe ich was über den Schweizer Bürgerkrieg gelernt, bei dem irgendwie eine 80-Stelle... Die Italiener haben mir was verkauft, und ich durfte nicht mal Nein sagen. Und ich durfte nicht mal Nein sagen. Das ist der italienische Weitere. Ja, die haben dir ein Ding verkauft, Panfilla. Ich durfte nicht mal Nein sagen. Aber ich bin ja froh, dass die dir ein Gebiet von dir verkauft haben. Ich habe mir jetzt 5% Konsumgüter. Ja, aber das ist ein Gebiet von dir zurück. Ist da was drin, ist die Frage. Ja, ein, 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 ist da drin. Ich produziere jetzt mit weniger... Wie scheiße, 5%, Alter. Könnten wir... Aber da ist was geredet. Ich habe eine Frage, 22% Konsumgüter. Ich habe eine Frage, was die Armeniensache hier angeht. Ja. Fireman. Wollen wir... Ach, fragen wir alle ganz ruhig. Wollen wir das Ding vernichten, so schnell wie möglich, oder wollen wir da ein bisschen grinden? Also... Es ging hier gerade nur um Heu. Die Frage ist, bei der Entrusion... Ja? Wollen wir da wirklich grinden? Naja, ich meine, ich habe eine Army XP rausbekommen, das ist jetzt nicht so geil. Fireman Issue. Nee, ach was. Ich denke, es ist auch nicht zum Farmen geeignet. Ich hätte gerade eben die Wahl gehabt, dich zu verurteilen, aber ich habe gesagt, nee, meine Wirtschaft ist mir ja lieber, und deswegen... Brabe, Junge. Gut, ich meine... Wir haben es richtig gemacht, warum ist meine Wirtschaft da? Wir haben demokratisch die Demokratie abgeschafft in meinem Land, das ist doch was. Das ist doch nett. Wie schnell habt ihr den Kessel dazu? Muss ich überhaupt noch ran, oder...? Nee, die... Die Italiener wollen mich gar nicht zu... durch... zu ihren Häfen... Türkei kannst du bitte nächstes Mal dein Schienennetz ausbauen, ich habe furchtbar lang meine Einheiten brauchen. Mit welcher Industrie ist so die Frage? Mit der von Italien. Äh, tatsächlich, die Dings muss nur noch, ähm, umgebaut werden, die Schienen, dann haben wir Supply da hinten. Ich habe schon meine erste Air-Doktrie durch, habe aber zwei Army XP bekommen. Ja... Den ganzen Türkei-Krieg. Das kannst du nicht ausdenken. Warum haben die eigentlich ein Stück von Kurdistan? Die haben tornt, sanktioniert doch nicht Deutschland. Oh, ich bekomme... Ich bekomme... Oh mein Gott, Iberien ist eine Luftzone. Wir haben Supply, Leute. Wir haben Supply. Die Schienen wurden umgebaut. Truppen an der Front bekommen Gewehre. Yay, Iberien ist eine Luftzone, Leute. Das kenne ich als Ukrainer gar nicht. Was, Gewehre? Ja. Generell. Ausrüstung. Waffen. Gewehre kommen halt erstmal der Front an. Ah, jetzt schon. Jetzt haben wir ja wieder erschienen. Hans Bandi gegen Tobas. Ich aus Schweden habe jetzt auch ein paar Touristen in die Türkei geschickt. Ja, kommt alle. Kommt alle. Hallo, ich bin nicht der Einzige, der den Armeen dann was antut. Ach, cool. Meine Chance, äh, ist Minusbereich, dass ich irgendwo rein schaue. Aber zur Info, wenn man mich wegen Genozid antlächelt, ihr seid mit schuld. Was für ein Genozid? Also, das sind Urlauber. Ja, also... Das Deutsche Reich ist nicht für seine Urlaube verantwortlich. Da steht sogar immer in die Vision, dass das Touristen sind. Was doch nicht. Die Truppen werden hier nicht von den Schweizern befindigt. Das sind die Erbstruppen. Du kannst im ganzen Norden mal kurz den Angriff abbrechen und baut, müssen wir in einer drin sehen. Ich habe Minus 0,4% Re... Ja, jetzt kannst du rein. Danke. Geh mal den Truppen nicht in die Schlacht rein. Das ist richtig bitter. Wir wollen einfach nicht. Ja. Leute, 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 so nicht... Daniel? Ja? Kannst du eigentlich auch Dings nach Spanien schicken? Nein. Nein! Hast du schon Dings in Spanien? Nein. Hallo, Tom. Ich darf nichts mehr, bevor ich meine Wirtschaft gefixt habe. Ich darf dir nicht mal... Unterstütz. Mal zu... welches Armenien... Ich möchte mal merken. Die Armenien haben mir den Krieger klärt. Mhm. Zu meiner Verteidigung. Das habe ich bisher noch bei niemandem gemacht. Keiner hat dich bisher verurteilt. Noch nicht. Das kommt drauf an, wie es läuft. Ob du in Bosporus schließt oder nicht. Genau. Bosporus ist offen. Vor allem jetzt richtig. Ohne... 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 Demilitarisierung. Ist ja nett. Ist für jeden offen. Können wir ja mal... Ich mache übrigens Legacy of Weltkrieg. Gut. Ja, wir müssen daraus leeren. Hallo? Nee, Brasilien. Ich bin nicht ganz so gut. Ihr wollt fahren? Schaut nach Brasilien. Wir wollen... Da will ich nicht fahren. Ich weiß nicht. Ich sage nichts nach Brasilien, wobei er und Volontiers geht immer. Autokraten... Mag... Uwe, die Magdebereitschaft. Ich finde, Italien hat kein Bürgerkrieg bekommen. Bisher. Nee, nee, das passiert nicht. Das hat schon sonst passiert. Oh, ich kann Prepare for War machen, was minus 3% Consumer Goods gibt. Das ist natürlich nice. Also ich kann jetzt dann gleich auf Volkorn hin, mir gehen. Alter, was... Ich habe nichts mit denen zu tun. Ich habe nur eins davon, unterstütze ich nur. Aber sonst wird da nichts mit zu tun. Alter, der kriegt einen plus 15% Research Bonus, der eine Araber von mir. Wie nett ich einfach bin. Wollen wir als Nix? Du bist einfach ein freundlicher Typ. Hä? Ähm... Ich habe da so einen Fokus. Äh, Destroy the Court. Und die haben nur vier Divisionen. Und die haben nur vier Divisionen. Ich glaube... Urlauber können wieder zurückkommen. Die fanden es schön in der Türkei. Gerne nochmal. 10 out of 10. We'll do it again. Hans, Bandi ist bereit. Stimmt, mein Herrscher. Sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Trotzki. Das stimmt. Ich meine, Einheiten sind quasi Friedenswächter. Das ist richtig. Ich habe da nur einen Claim drauf. Okay. Vielleicht dann doch nicht. Mein General hat einen ganzen Prozent an Fortschritt zu Skill Level 5 gemacht. Ich sage euch, ihr braucht echt lang, bis ihr nach Santa Katharina geflogen seid von Berlin aus. Socialists make a speech. Nee. Announce the speech. I don't think, bro. Raus mit den Videos. Warte, ich kann ja auch actually, we'll make no comment. National Populism. Was ist deine Ideologie, Deutschland? Valkyre. Okay, aber ich denke mal, ich sollte eher auf diesen National... Valkyrist. Ja. Aber Nationalpopulisten bin ich. Ja, die sind bei mir minus eins täglich. Valkyren? Ja, aber ich habe nur Valkyrist. Ja, Göring ist da. Göring ist... Göring für die Zwei. Sollten da nicht Valkyren an der Macht sein? Wer? Ja, wenn es Valkyren sind, sollten da nicht Valkyren an der Macht sein? Nein, nein. Das ist ja eine rechte Kuschel. Boah, Alter. Der ist schlecht gewesen. Ich kann dann nachher solche deutschen Valkyren bei mir verfolgen. Äh, bitte was? So ist es richtig. Ich kann aber auch Franzosen verfolgen oder Italiener. Ja. Ja, schau mal nach dass man immer die Franzosen verfolgen sollte. Die kann ich nicht verfolgen. Ich kann... Auf Polen kann ich übrigens Kors kriegen, Leute. Solange es nicht die Schweiz ist. Jeder im Zweiten Weltkrieg als Polen gestorben ist. So lange es nicht wir sind. Ich glaube, Heiko fährt jetzt nach Rio. Meine Frontlinie hat nicht... Richtig. Meine Frontlinie hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich drei Panzer gekesseln lassen. Heiko hört so gerne Leon Machers wieder. Heiko, 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 Heiko. Du bist ja auch in Spanien. Ja. Geh mal Richtung Barcelona, bitte. Habe ich da gerade schön... Heiko, bitte. Ich verließe das Drei-Panzer-Division, Mann. Achso, das war dein Ernst? Ich dachte, das war so... Das war mein Ernst. Nein. Das war mein Ernst. Wo war denn das Drei-Panzer-Division? Oh. Was hast du denn da gemacht? Ich habe einfach rechts liegt gedrückt und mich darauf geachtet. Okay? Ja, gut. Das war noch mal eine Jingoistik-Speech. Hm? Jingoistik. Deutsch. Ich habe national... Nein, eine chauvinistische. Ah, ja, machen wir mal eine chauvinistische Ansprache. Perfekt. Das unterstützt du natürlich. Ja. Fuck, jetzt würde ich einfach abgefangen. Nicht mal Orga. Keks. Bist du auch schon da, allein? Kannst du... Ich brauche 15 Divisionen dafür und ich habe keinen Infanterie-Kippen dafür. Ja, ich habe auch noch 5.000 zu wenig. Ja, aber 1.700 zu wenig und ich habe nur 8 Divisionen. Okay. Ich habe einen Fokus, der heißt Silence the Opposition. Ja, das... Ah, das habe ich auch gemacht. Du erklärst denen deine Politik so lange, bis sie verstanden haben, dass sie okay ist und dann sagen sie, okay, unterstützen wir und dann hören sie auf, sich zu beschweren, oder? Ja, so unendlich Weltfokus. Das ist ungefähr gleich gemacht. Nein, bist du gerade die ganze Zeit irgendwie... Ach, Siko. Stimmt. Higert-Vergern mit dem... Ja. Äh, guck mal nach Arminien. Harry, Atal, ich weiß sogar genau, wie das läuft und zwar bekommst du 24 Stunden keinen XP und nach 30 Tagen, also es verläuft 30 Tage lang aggressiv, das heißt... Weiß, ich weiß. Nur Micron ist gerade schwierig. Alter, ich komme bei dem Panzer nicht mal an, weil die Gegner so hart vorstoßen, dass ich einfach nicht mal durch das Land laufen kann. Ja, meine Frontlinie hat irgendwie nicht funktioniert und dann habe ich Rechtsklick gemacht und dadurch habe ich... Minorities, äh, fühlen Angst. Nee. Das sind Russen. Da helfen wir uns scheiß. Die helfen uns auch nicht. Die haben uns in einem Paralleluniversum verhungern lassen, habe ich mir sagen lassen. Ja, aber auch nur, wenn ihr zu viel zu essen hattet. Genau. Deswegen sind auch ein paar Millionen Leute gestorben. Dann hättet ihr... Dann werdet ihr nicht verhungert. Ja. Warum sind die auch so... Warum wollen die auch die ganze Zeit essen? Also man kann auch einfach mal nicht essen. Einfach weniger essen, dann verhungert man nicht. Ja. War bei dir eigentlich schon eine Kraft-Tippling geplant, Manu, am Anfang der Runde jetzt? Nee. Nee, das ist nicht mal erforscht. Was? Mhm. Okay, das ist... Ich hätte tatsächlich nicht mal Flugzeuge... Und irgendwo sehen, wie lange es dauert, bis ein Supply Hub repariert ist. Ach ja, stimmt. Man kann ja wahrscheinlich keine Volt-Matees-Record, wenn man die kesselt hat, oder? Ich bann jetzt übrigens gerade die Visas von den rheinischen Arbeitern. Sind das nicht Deutsche? Ja, aber dadurch kriegen die einfach... Ach, Stalin ist wieder an der... Meine Leute gehen... Meine Leute gehen da nicht rüber, was? Dann. Ach so. Meine Leute gehen nicht mehr rüber und arbeiten da und dann kriegen die dadurch weniger Leute und ich krieg dadurch mehr Fabriken in restlichen Deutschland. Die Frage des Leinlands hat sich auch verändert. Riots across the Ukraine. Scheiße. The police will deal with this issue. Okay. Sie jetzt auch... Die Regierung ist nicht so stabil, glaube ich. Wie viele Unterstützer und hat die null. Fünf Prozent? Heikos. Null. Ah, cool. Heiko? Heiko? Ich bin ja gerade im Regierungswechsel. Ja? Ja. Du musst Bescheid sagen, ja? Bitte nicht... Die Standarte der Tool-Schutztruppen schicken. Ich muss warten, bis meine Events durch sind. Es sind wie eine Schwangerschaft, so ein Regierungswechsel. Irgendwann platzt es auf und es kommt was raus oder was willst du uns damit gerade sagen. Genau, damit... Da entsteht irgendetwas Neues und damit müssen wir jetzt klauen. Boah. Das ist mal in der Beschreibung. Ja, das ist irgendwas Neues. So, Volunteers sind wieder in Spanien. Gelächter sind ja irgendwie... Ja. Ne? Komm, zack. In sich verlaufen. Jetzt im Bürgerkrieg habe ich ein Problem, aber in 100 Tagen habe ich meine Armee fertig. Okay, Member Assassinated. Oh, das ist schlecht. Was ist gerade? Wahrscheinlich mein Parlament. Wahrscheinlich, ja. 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 Ich bin inzwischen sogar relativ nationalpopulistisch, würde ich mal behaupten, mit 89 Prozent. Weißt du, was ich jetzt mache, Heiko? Was? Ich verbessere unsere Weizen... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist nett. Das freut mich sehr. Kriegst du nachher gleich ein Event. Ich würde dann nicht einfach wegklicken, sondern richtig machen. Verstehe nicht, was du meinst. Ich würde ihm aus dem Event einfach wegklicken. Ich weiß noch, wie... Ich glaube, das war das letzte Mal, dass Minel bei einer Runde mitgespielt hat. Da hat er Türkei gespielt. Ich habe es vergessen. Habe nicht daran gedacht. Dann habe ich einfach sein Investitionsprogramm abgelehnt. Dann war Pissi und nicht wiedergekommen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er hat mir das, glaube ich, echt übergenommen. Äh, das ist... Äh, das ist eh nicht so gut. Oh, wir haben ein Kriegsrecht in meinem Land. Mh. Sympathisch. So viel zu den Wahlen. Also Ukraine. Na, weil er gerade seine komplette Politik umgeworfen hat. Weil die läuft alles entspannt weiter allein. Wir wenden Mexiko den Krieg gegen die USA. Das wäre so witzig. Ja, es geht ja darum, dass die ihren Dings zurückbekommen, oder? Ja, stimmt. Ihre alten Regionen. Ja, man muss bedenken, die USA war ja relativ lang... ...zumlich gleich auf mit Mexiko. Das war ja erst... ...echt spät. Was sagst du zu den Gasproblemen? Gott, jetzt könnte man so viele Witze machen, die das Video hier demonetalisieren wird. Einfach nicht pupsen. Ist halt schwierig. Also, ich habe schon viel drüber geredet, aber es will schon machen, muss man jetzt halt mitleben. Ich finde es eher dumm, ich könnte... Ich finde es dumm, wie manche darauf reagieren. Also, wenn man jetzt auf Social Media geht, ist das ja furchtbar. So, das ist... Der Deutsche zusammengefasst ist wirklich... So, auf der Welt kann das Schlimmste überhaupt passieren. Die könnten vor unserer Nase irgendwelche... ...Konzentrationslager wieder aufbauen. Und der Deutsche wäre so, nee, wenn der Sprit über 2 Euro geht... ...die Heizkosten 10% teurer wären, dann mache ich nix dagegen. Da gucke ich einfach zu. Das ist Deutschland 2022. Naja, aber... To be fair, Heiko. Hallo. Die haben es ja gemacht. Da kann man das andere auch mal machen lassen. Kannst du aktuell zahlen, wie viel Heizkosten, wie viel Spritkosten? Ja, schon. Aber der Punkt ist halt der, wenn wir jetzt sagen, okay, wir ignorieren Russland, so, und die Spritkosten, damit wir die Spritkosten irgendwie runterkriegen, die hören ja nicht auf. Das heißt... Na, natürlich, das heißt... Nimmst du das Baltikum und so, das heißt... Aber dass die Leute jammern, darfst du halt auch nicht... Du darfst jammern, aber du darfst halt nicht sagen, lass Putin mit allem durchgehen, wir geben ihm alles, was er will, hauptsache meine Spritkosten wieder 1,90. Na, das... Halt auch lächerlich, zumal die Spritkosten natürlich wichtig sind... Spritkosten sind schon wichtig, aber bei den meisten, bei großen Teilen der Bevölkerung in Deutschland machen die nicht so viel aus, wie man denkt vom Einkommen. Es ist eher so was Psychologisches, wenn du es halt tagtäglich siehst, wenn du auf dein Auto angewiesen bist. Das Ding ist halt tatsächlich was... Ich weiß, was für ein Auto du fährst, bei dir ist es vielleicht anders. Ja, das sind die Stromkosten. Die Stromkosten sind deutlich schlimmer. Da ist Deutschland aber noch gut dran. In Tschechien läuft Gefahr, dass deren Armutsquote sich verdoppelt bis zum Jahresende. Und die haben doppelt so viele Menschen, die in offiziell definierter Armut leben. So denen geht es scheiße. Aber es ist in Detenland dematerialisiert. Wer ist? In Detenland. Ah, wegen der Sudetenland-Krise. Ah. Geht eigentlich auch die Stabi runter? Wochentlich? Also ich habe jetzt meine Regierungskoalition hat 77% der Sitze. Das ist sehr gut für meine Stabilität. Bei mir ist es so, weil ich zu viel Stabi habe, geht meine Stabi wochentlich runter. Das finde ich aber cool. Ich finde, Heu braucht mehr solche, solche, ja, wollte ich so einfach sagen. Features. Ja, Features nicht. Hier, Mechaniken, Mechaniken, die dich quasi wieder in irgendwo Richtung Mitte ziehen. Also wenn du in irgendwas zu stark wirst, dass es automatisch schwächer wird. Dass du die ganze Zeit auf dein Zeug achten musst. Also wenn du 100% Stabilität hast, dass es dann eben schwieriger ist, das zu halten, wie wenn du 50% Stabilität hast zum Beispiel. Ich finde es zum Beispiel auch gut in Mods, wenn du auf War Economy gehst, Stabilität verlierst oder so. Das ist ja einfach nur realistisch. Das hast du ja auch in echt, also im normalen Belskimo doch so, dass du jetzt auf War Economy Stabil verlierst. Deutschland, wenn ich die Nahrungsmittel gebe, dann verliere ich 10% monthly population. Das ist nicht so wild. Das mache ich auch, das ist nicht das Problem, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein paar Leute sterben, wenn ich dir Essen gebe. Das ist nicht so wild. Ich kriege sogar Population dazu. Lustig. Manu? Ja? Lust auf Urlaub in der Türkei? Aber immer. Ich bin dabei. In ca. 50 Tagen kannst du Urlaub runterschicken. Ich finde es eher gut, wenn man so macht, dass dann die Wienfabriken schlechter gebaut werden. Das wäre sowieso eh maximal sinnvoll, aber ja. Weil das Wirtschaftssystem von heute ist schon sehr, sehr, sehr simpel. Da muss man nicht mit Realismus anfangen. Soll ich Kinder zwingen, an der Waffe ausgebildet zu werden? Ja. Du musst mal Victoria 3 spielen, Heiko. Ich warte, bis Victoria 3 rauskommt. Das soll jetzt nicht so toll sein, anscheinend. Ja, ich habe mal was von einer Version gehört, die wohl schon geleakt wurde, aber die ist halt noch sehr unfertig. Hoffen wir mal, dass es ja unfertig ist. Also ich habe schon viele Paradox-Spiele vor Release gespielt und ich kann dir sagen, es ist normal, dass die Spiele vor Release nicht so in einem guten Zustand sind. Also in der Schweiz ist es jetzt... Ja, und nach Release ist es auch nicht so. Also ich habe jetzt beschlossen, dass Kinder zwischen 10 und 19 an der Waffe ausgebildet werden. Was? Finde ich vernünftig. Ich meine, in den Zeiten weiß man ja nie, was Frankreich der Böse da drüben macht. Und so sind meine Waffen sogar noch billiger bei der Produktion und ich kann die dann schneller mobilisieren, die Soldaten. Hm. Ja, die bösen Franzosen, die nehmen sich gerne mal ein Stück von dem Land weg. Ja, und deswegen die Europarikern ausbilden. So, ich binde mich jetzt mal näher an Deutschland. Binde ich von dir. Du könntest dich mit Tschechien ein bisschen näher ranrücken. Ich meine, wir haben die gleiche Regierung quasi. Du meinst, ich rücke näher an Tschechien ran, indem ich die Slowakei integriere? Nein, auch das finde ich nicht ganz so. Du, Heiko, wir haben dieselbe Regierung. Die Sudeten hat es nicht mit dem militarisiert und die Great Purchase ist vorbei. Und die Spanier sind so dumm, irgendwie ihre Logistik in den Griff zu kriegen. Deswegen kann man hier gefühlt nur mit zu kämpfen. Kann es sein, dass du einfach keine Logistik hast? Nein, 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 drück mal Logistikkarte und guck auf Spanien. Die verkacken es maximal. Ich bin mir sicher, das ist deine Schuld. Auf jeden Fall ist es meine Schuld. Das ist immer meine Schuld. Ja, natürlich. Zieh das ein. Und Zeps ist immer der Beste. Immer. Vermutlich habe ich einfach die Logistik gebannt oder so. Ich weiß es nicht. Heiko, könntest du einfach... Du siehst, wo ich gerade angreifen möchte. Möchtest du einfach das... Ich wollte da drüben nicht kämpfen, weil ich da keine Logistik hatte. Aber ich glaube... Nein, nein, du kannst genau da stehen bleiben. Du musst nur den ein, zwei der rechts angreifen. So. Kann ich machen. Können wir nämlich da vermutlich mindestens zwei Divisionen kesseln von dem Spanier. Ah ja. Die gehen ja auch alle auf Force Attack. Ja, das ist nicht das Problem, dass es... Ach, die KI erstaunlich häufig. Hm. Soll ich jetzt auch mal zu den Nationalpopulisten Soldaten schicken? Komm ran. Gut. Obwohl ich eher sozial-liberal wäre. Aber. Ich würde eigentlich auch sozial-liberal werden, aber es einer hat zum anderen geführt und jetzt bin ich halt ein rechter Autokrat. Passiert. Da merkt man, Liberale sind rechts. Oh, ich könnte... Oh mein... Oh, warte, 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 warte. Es kamen gerade mehrere Events. Ich muss mal kurz... So, wir investieren jetzt erstmal in die Philippinen. So. Aber in die Niederlande? Okay. Warum nicht in die Schweiz? Du bist nicht mit dem verbündet. Ich habe in England meine Economy nicht ruiniert. Schon wieder. Ja, aber ich habe niemand seinen Feind verkauft. Okay. Passt. Es ging nur darum, wenn ich spiele nie an der Expo. Ja, ich war teilweise bei minus 35% Factory. Ich bin bei minus 50 gewesen. Jetzt bei minus 35. Ja, aber ich bin Schweden. Ich bin nicht England. Das ist richtig. Ich bin bei Output bei minus 60%. Schweden bist du nicht England. Moment, wo sieht man das nochmal? Was? Wie viel Factory Output man hat. Achso, hier. Wenn du in die Produktion reingehst. Ja, okay, ja, okay, okay. Nee, alles gut. Dann läuft es gut. Wir haben die gar nicht gekesselt, weil die einfach zueinander Militär... Access haben. Das ist maximal bescheuert. Ja. Die sind nämlich beide nicht gegenseitig im Krieg. Nur gegen... den Faschist. In 20 Tagen können wir der Urlauber kommen. Mhm. Ich meine, hab ich genug Einheiten? Ja, hab ich. Aber auch, wenn die, glaube ich, nicht dann nur bleiben können. Schon eine Einheit bereit? Oh, ich hätte gerne als Government-Type Failing State. Das klingt sympathisch. Das ist 50% von allem. Ja, ist mehr den Norway. Beziehen wir nicht schon Gasunende aus Norwegen, aber die haben ja quasi ihre Produktion läuft schon auf 100%. Mehr geht nicht. Wobei das tatsächlich... Niederlande, Norwegen und das Ganze sind unsere hauptsächlichen Gas... Ja, wir können tatsächlich ja quasi die Hälfte vom Gas noch beziehen. Ist ja nicht so, ob wir keins bekommen und wenn die LNG-Terminals stehen, kriegen wir den Rest vom Ami. Also... Also ich muss sagen, Mexiko rasiert den in den USA. Da müssen nur ein einziges Mal in der Geschichte Deutschlands, in der jüngeren Geschichte Deutschlands irgendein Großprojekt einfach mal funktionieren. Einfach mal funktionieren. Einfach mal nicht... Einfach mal nicht irgendwen erlauben zu demonstrieren, weil LNG-Gas irgendwie unpraktisch ist. Nee, da muss einfach einmal... Also ich bin ja sonst nicht so autokratisch, aber da muss man einmal sagen, das wird jetzt gebaut. Und das wird gebaut und fertig. So, das ist eine Krisensituation, unser Land geht im Bach runter, das wird jetzt gebaut. Auch weiter bauen, wenn wir dann einen Schmetterling finden, der ganz selten ist. Oh, hör mir auf. Da kennst du Stuttgart aus mit Eidechsen. Wir können dieses Großprojekt fünf Jahre nicht bauen, weil da hat jemand fünf Eidechsen ausgesetzt, die jetzt am fucking Killisberg einfach heimisch geworden sind und die ganzen Reichen dort ärgern. Ey, das hat Vorteile. Und was? Ja, Reiche werden geärgert. Was ist denn daran negativ? Das Negative ist, dass die Bahn nicht weitergebaut wird. Ja, okay, das stimmt. Aber dann musst du ab hier irgendwo ein bisschen umsetzen. Das ist ja einfach noch mehr Reichenärgern. Man hat die ja auch umgepflanzt dann. Dann hat man die reichen Leute dann reingepflanzt. Heiko, ich würde, wenn ich du wäre und nicht mehr da drin stehen bleiben, wo du gerade stehst. Oder Punkt. Du, hat der Kessel nicht funktioniert. Nein, weil das Ding Militärex ist voneinander hat. Das andere Spanien. Stimmt. Ja. Sonst wären sie gekesselt gewesen. Aber die sind ja rausgelaufen einfach. Mit Mittelfinger nach oben. So mäßig. Alter, da war ich auch mal richtig pissig. Ich hatte die Franzosen quasi schon gekesselt. Auf einmal hatten die Militärzugänge in der Schweiz. Die Schweiz hat das nicht überlebt. Aber leider länger als mir lief war. Solange da kein Militärzugang... Oha. Was lese ich da mit Kürten? Ich hätte nichts im Flash, offenbar. Vielleicht zum Schicken. 280. Eieiei, die armen Kürten. 380! Die armen Kürten. Die armen Kürten mit ihren drei Divisionen vor allem. Ach, ist doch schön, wenn die Schweizer mal wieder Madrid erobern. Achso, Madrid eroberst sehr schön. Ober ist Häfen in Brasilien. Und hab sowas wie Supply. In Brasilien. Du kennst in Brasilien, richtig? Welches hast du unterstützt? Das südlichste. Ja, okay, ich auch. Aber nur mit Fugzeilen. Was? Ja, ich hab den einen Fug gemacht, der mit dich Decisions bekommt, um die Linken wegzubekommen. Jetzt hab ich keine Decisions bekommen. Ich hab Martial Law bei mir. Komm, vielleicht noch. Es kann sein, dass die Decisions mit der Zeit kommen. Ich mein jetzt den deutschen Spirit. Matriz hatten wir erhalten, Manu. Ja, deswegen reihe ich schon zurück. Die waren noch da, rechtzeitig. Jetzt töten wir sie. Ach, Spanier töten. Ist doch was Schönes. Ach, sicker. Ah, schön wie gestern hier, gut. Na super. Ist mein Trupp überhaupt angekommen? Meine Mama, ja. Meine auch nicht. In meiner Einschlacht, die ich bis jetzt gekämpft hab, gab's 18 Schweizer Tote und 353 Spanier Tote. Nein, ihr könnt wieder annehmbar aus. Finnland exportiert Kaffee. Ich weiß nur, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, dass Finnland nicht existiert. Zumindest hab ich davon irgendwie mehr gehört in letzter Zeit, als mir lieb ist. Nicht die russischen Videos, kommst du schon wieder? Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Ding ist oder ob das so ein Internet-Meme ist. Also erstens ziemlich viele leider. Zweitens, ich hab da jetzt so viele Witze darüber gehört, dass Finnland nicht existiert. Das ist ich langsam sicher. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so... So Verschwörungstheorien sind ja meistens irgendwie so richtig dumm. Und dann gibt's Leute, die nehmen die ein bisschen zu ernst. Ich hab gleich einen Bürgerkrieg. Das ist schlecht. Was kriegt ihr Volunteers? Die Trade Unions haben bei mir eben... Haben sich alle vereint und sind nach Westminster gelaufen. Und ich hab sie alle erschossen. Siehst du, deswegen muss man Gewerkschaften zerschlagen, Daniel. Ja, die andere... Ja, hab ich ja gemacht. Heiko... Ich kann... Ich kann Mercedes-Benz Tank-Designer einstellen. Das ist schön. Mittlere Panzer waren das, oder? Ja. Ich find's... Die Schwimmpanzer sind doch viel besser, Manu. Alter, diese Schwimmpanzer gestern, gell? Alter Schwede. Ich hab's irgendwie geschafft, für jedes Gewehr, das ich verloren hab, aka ein ganzes, 10 deutsche Gewehre aufzuheben. Erklär mir mal, wie man dieses Spiel ein halbes verlieren kann. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich 10 deutsche Gewehre nur gefunden hab. Naja, die Spanier haben sie auch aufgehoben. Und dann wieder fallen lassen, indem du sie erschossen hast. Oh. Ah, Military Storms the House of Parliament. Hast du zufällig, dass die Trump als... Also, oh Gott, ich werd hier... Er hätte schnell runden da. Ich glaub, mein Empire zerfällt gerade. Civil Unrest. Schön, schön, schön. Ähm, Daniel, also prinzipiell... Einfach, dass die Falle schon vorkriegen. Ach, die Army hat grad die Toys gepurcht. Also, ich hab so ein Gefühl, da kommt so ein zweites Lord-Protektorat raus, aus England. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich demokratisch bin. Oh, ich find's toll, der, 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 der Wilhelm, der vierte Herrscher von den Hohenzollern und die Erzherzogin, äh, Rosa von Österreich... Haben in Luzern, Schweiz geheiratet. Was? Hab ich. Ah, jetzt auch. Ja. Ja, aber ich bin toll, dass du in der Schweiz geheiratet hast. War das von Lisa Eckert, die so, ja, es funktioniert ja immer nicht in alle Richtungen. So, jede Ungarer ist zwar Österreicher, aber nicht jede Österreicher ist gleich Ungar. Aber ich, ich war ja tatsächlich neulich noch in Luzern, das finde ich witzig. Klar warst du in Luzern. Ich weiß nicht, immer wenn Leute in die Schweiz gehen und Urlaub machen, denke ich, sie sind reich. Das liegt daran, weil ich die Dünnerpreise in Zürich kenne. Alter, ja. Ich war am 15. und 16. war ich. Zwischen 10 und 20 Euro, so je nachdem, wo und wie. Schöne ist, der Euro ist so schwach. Aber Euro oder Franken? Nein, das ist das Schöne, das ist das Schöne. Der Euro ist so schwach, dass du einfach 1 zu 1 umtauschen kannst. Dann wechselt du dich irgendwie 1 zu 1,3 oder so. Weißt du, Alter, wie ist denn der Euro mittlerweile? Ja, alle Währungen kacken ab. Weißt du, warum alle Währungen abpacken? Weil wir so viel Schulden aufnehmen und so viel Geld drucken. Sagt es mal einer Hutgi. Wegen Heiko. Heiko ist Schulden. Wir können doch unendlich Geld drucken. Leute, Leute, Ansage von Deutschland. Wir besiegen jetzt das eine Spanien, das lila und dann das rote. Okay? Ich darf sagen, wir wollen da auch nicht gewinnen. Was? Ich hätte die Farbe jetzt eher Lavendel genannt. Dann töten wir das Lavendel-Ding. Tatsächlich habe ich in meinem Versehen mit Rotten. Ich habe auch so ein Geständnis an England. Also ich habe vorhin ganz am Anfang irgendetwas durchgeklickt. Und da stand irgendetwas mit Assassination drauf. Und ich glaube, ich habe Edward getötet. Also aus Versehen. Wo ist man die Claire-Wall-Button? Wo ist man die Claire-Wall-Button? Ich wollte ja eigentlich gar nicht die Protester erschießen. Ich wollte ja eigentlich demokratisch bleiben. Ich habe erst Worte getötet. Was ist denn erschossen? Ja, das ist jetzt nicht so wild. Muss immer so sein. Wir haben Platz für dich offen. Ja, das Problem ist, viele meiner Puppets haben jetzt den Spirit-Anti-British-Sentiment. Kann ich irgendwie noch faschistisch werden? Ich glaube, ich muss mehr erschießen. Komm einfach auf unsere Seite, wir haben Kekse. Das Ding ist, ich stehe irgendwie keinen Weg, wie ich... Irgendwie habe ich das Gefühl, überall bleibe ich demokratisch. Andere Frau war demokratisch, aber demokratisch. Also ich glaube, wenn ich aus Versehen Edward nicht getötet hätte, dann würde vielleicht England besser stehen. Ich merke mir das. Wer hat Edward getötet, war das Schweden? Erstmal Carrier nach Schweden schicken. Oh, Portugal hat übrigens auch gerade einen Bürgerkrieg. Ja, der ist schon länger da. Stimmt. Die Marktliberalen? Ich würde ja so gerne die Marktliberalen... Ich habe den Waffen geschickt, aber jetzt sind sie ja nicht mehr. Ja, ich schicke eher Volontiers und meine Elite-Division. Du kennst mir, hast du gerade gesagt, dass du toll bist? Ja. Ich würde schon sagen, dass Manu toll ist. True, würde ich auch sagen. Äh, ich sag zu einer. Manus generell sind toll. Ja, guck mal, der wieder in seinem System zu stehen. Aber das gilt dann ja auch für jeden Einzelnen. Ja. Und ich habe jetzt immer noch nicht erhalten, dass... Äh... Was? Die Divisions habe ich immer noch nicht erhalten. Ich würde gerne endlich die Linken wegmachen. Ja. Ja, verstehe ich. Tatsächlich war das jetzt Zufall. Also, ihr müsst überlegen, wie das heute passiert ist. Ich habe in Discord geschrieben, jo, will jemand heute Heul spielen? Dann, weil ich immer noch Corona habe, beziehungsweise heute offiziell negativ getestet, ähm, bin ich ins Bett, habe geschlafen bis sechs Uhr abends und war so, fuck, ich wollte auch noch Heul spielen. Und dann waren da auf einmal mehr Leute, als ich erwartet habe und wir wollten Führerreich spielen, haben dann bemerkt, die Leute blöd spielen ins Führerreich, relax. Und ich wollte aber nicht Deutschland spielen, weil mir jetzt zu stressig ist. Also, da habe ich die Ukraine gespielt und dann hieß es, Heiko, schieben doch und jetzt sitze ich hier. Das war so Zufall. Also, das war mehr so, Heiko, du streamst nicht, das war mehr als Frage, nicht als Aufforderung. Ja, das habe ich dann auch als Aufforderung. Churchill hat eine Rede gehalten und mein Zivilanwurst ist weg, allerbester Mann. All Germans for Switzerland. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, Churchill so, wau, 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 wau. Alle so, wir sind ruhig, wenn er aufhört zu reden. Bro, nimm dir einfach noch das Mikrofon weg. Ach gut, wenn man einen Berater einstellen will und merkt, dass man schon genau den eingestellt hat, den man haben möchte. Verrückt. Ich habe nur Churchill als Berater. Diese Momente, wenn er, diese Momente, wenn er, oh, scheiße. Ich habe gerade einfach meine Division für Saud. Ich würde eigentlich echt gern demokratisch bleiben. Ja, sag es halt noch viermal, vielleicht klappt es dann nochmal. Ja, ich würde gerne. Wollt mein Embryer. Nein. Boah, hey, Heiko, ich habe einfach Civil Service Education, wo mir einfach Industrie Research und Synthetic Research einfach plus 10% gibt. Das ist eigentlich genau dein Fokus. Ja. Ah, irgendwie, ich brauche eine Wirtschaftskrise, damit ich was nach der Wirtschaftskrise machen kann und ich habe ein bisschen Sorge, weil ich die noch nicht hatte. Oh mein Gott, du hast einfach Paulus gerade gekriegt. Wer? Du. Woher habe ich Paulus? Ich habe übrigens Destroy the Left als Fokus. Du bist gerade nach Portugal gegangen. Ach so, ich bin in Niederlande, nicht Portugal. Nicht Portugal, nach, ja, ich meine doch nach, in die Niederlande. Dann muss aber in die andere Niederlande gegangen sein, weil ich habe den nicht. Ja, warum sollte ich die andere Niederlande unterstützen, hä? Hat ja gar keinen Sinn. Ich habe den auf jeden Fall nicht als General bekommen. Okay. Schade. Ich stand mal zumindest dran. Wie wird man Mod, will ich auch. Also es gibt dubiose Wege, Mods zu werden. Oder es ist der General Hermann van Forst, Tod Forst. Nein, das kann nicht sein. Manu? Ah, jetzt ist er gekommen. Ja. Du willst doch sicherlich mit mir handeln. Aber ich brauche den nicht, weil das ist ein paar zu generieren. Gut oder schlecht für mich? Du bekommst gleich ein Event. Oh Gott. Alter, ich mache jetzt Paulus einfach zu einem Marine-General. Was? Ja, ich wollte Marien spawnen, aber das ist ein Panzer-General. Aber der hat vier Attack, also. Das ist Paulus. Ja. Das mache ich auch gerade so. Was? Das wird jetzt, er macht jetzt Marien. Ich kann immer wieder sagen, der Planungsbonus ist einfach stärker, als die meisten Leute denken. Ja, ist wunderschön. Ach stimmt, meine Truppen sind ja in Portugal. Ja, wir brauchten schon Planning-Speed, also ernsthaft. Planning-Speed nicht unbedingt, weil du hast meistens eh genügend Punkte, diesen Dinger durchzutriggern. Aber maximaler Planungsbonus, absolut Welfit. Feiermann, was hast du mit deinem Railways gemacht? Wieso? Weil ich eine Option habe, dir den Krieg zu erklären. Hä? Du weißt? Du weißt? Was? Du hast deine Railways nationalisiert. Achso, ja, das ist ein meines Fokus-Bombs. Bin wirklich... Das ist für mich immer der Punkt, wenn die Leute sagen, lass mal alles verstaatlichen. So, das kann man schon machen. Problem ist, da gibt es meistens Länder, die es nicht so gut finden, wenn man... Jetzt verliere ich 50 politische Power. Ja, aber ich bin bei minus 400. Ich habe auch meine Industrie verstaatlicht, aber egal. Individuen es mal. Ich darf das. Die Deutsche Bahn wird ja wenig andere Länder... Das ist was anderes, wobei die Deutsche Bahn so 100% in Staatshand ist. Und generell finde ich es so dumm zu sagen, ja, Privatisierung hat nicht funktioniert bei der Deutschen Bahn. So was, solche Anforderungen wie, du musst Gewinn machen. Nenn mir mal ein Unternehmen, bei dem das so ist, Spotify und Co. Die haben jahrelang keinen Gewinn gemacht, Netflix. Im freien Markt musst du keinen Gewinn machen. Das ist schon wieder so eine Bullshit-Regel, die sich nur ein Staat überlegen kann. Also hätte man die Deutsche Bahn wirklich richtig privatisiert, dann hätte sie die Probleme, die sie jetzt hat, gar nicht. Also sie ist tatsächlich immer noch zu sehr staatlich. Also eigentlich sollte man... Das ist das Problem... Sie ist komplett verstaatlich. Entweder komplett verstaatlich oder richtig privatisieren, aber diese Bullshit, den sie gerade haben, gibt hier gar keinen Sinn. Ey, die Franzosen und die Italiener embarcodieren mich. Ja, CDU-Halbheil. Hallo, Blackstep. Ich habe es nix gemacht. Ich habe jetzt minus 10 Factory-Output wegen... Wisst ihr, wie frech das ist, wenn du einfach ganz entspannt hier Trade-Deals mit allen aushandeln wirst und alle nehmen an, außer die Polen wieder. Da wundert sich nachher jemand, warum russische Panzer in Warschau steht. Ich wollte gerade sagen, russische Panzer, da ist ein bisschen was inzwischen. Leute, Leute, Leute. Also es gibt einen Arbeiterstaat, einen österreichischen Arbeiterstaat, den müssen wir direkt so trümmern. Direkt volunteers geschickt zu den anderen. Egal, was die anderen sind. Das ist ja sogar gut. Ah, cool. Zitat line. Ey, der sieht aus wie Hitler. Ey. Oh, cool. Oh, jetzt ist Deutschland. Ja, stimmt. Da gab es irgendwie vier Möglichkeiten, was mit Österreich passieren kann. Ich hatte Zeit. Ich hatte Zeit. Nee, es gibt Archive-Netzlarien, die passieren können. Ich glaube jetzt nicht, dass der noch andere... ...kommt, aber... Nee, ich fahr schon mit drei Panzern runter. Mit Adolf Hullet. Achso, Adolf Hitler. Nee, dann hab ich anderweitig beschäftigt. Ich hab halt meine Division echt gut aufgestellt gehabt. Also nicht an der Front, also an der Grenze. Aber die standen halt so rumrum überall. Oh, meine Labor-Leaders haben einen Strike organisiert. Ja, bei mir auch. Haben wir einfach keine. Ja. Ich hab die Erschlossnamen. Nicht so, I guess. Manu... Die wissen nicht, das ist keine gute Idee. Manu, du kannst schon mal beschreiben... Ja, wir wurden auch bei der Geheimpolizei, ähm, und, äh, boostet. Oh. Die Kröte für das Passify für Strikas. Was soll ich beschreiben? Manu, du kannst ja mal beschreiben, wie du damals Mod geworden bist. Ähm. Wie haben wir das denn geschafft? Bist du eigentlich Mod geworden? Wir haben dich einfach so lange genervt, bis es irgendwann... Irgendwann konntest du nicht mehr anders. Irgendwann hat der ganze Discord danach geschrien. Ja, stimmt. Das war ja irgendwie so eine demokratische Aktion. Ja. Okay, das ist nicht die Regel. Also ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr macht einen guten Job. Ähm, ja. Oder ihr müsst mit Heiko befreundet sein. Oder ihr bringt das Volk dazu aufzubegehren. Aber das ist unwahrscheinlich. Wer fragt denn überhaupt? Äh. Ja, Maurice. Abgelehnt. Okay. Egal, wer ist. Stimmt, du bist ja Community-Managerin. Eigentlich entscheidest du das, ja. Also ich würde mich jetzt Mod anerkennen. Wie hätte ich jetzt Mod? Du musst die Community-Managerin entscheiden. Ich hab's mir hier ja auch. Ich glaube, wir sind hier am wahrscheinlichsten. Es ist nur dieser Moment. Heiko nimmt eine Aufgabe und schiebt sie einfach ab, damit er keinen Stress damit hat. Ja. Und grinst nebenher. Das ist immer das Schönste, wenn ich Erik sag, er muss irgendwelche Drecksarbeiten, für die ihn danach alle hassen. Das ist immer so. Ja. Schön. Ja, für das Heu-Projekt. Äh. Bei Fragen, bei Manu melden. Ich denke, das ist immer das Schönste im Support und Management, Leute. Ich glaube, wir müssen jemanden bannen. Wer will? Ich will nicht. Sonst gibt's wieder Ärger. Wer will ich? Ich schaffe irgendjemand anders machen. Sonst war's wieder ich. Ich will ja bitte schön jemanden nicht bannen. Ja, dann könntest du ja nicht mehr sagen. Ja, ich hab schon lange keinen mehr gebannt. Ich hab auch. Ich hab quasi seit über einem Jahr niemanden gebannt. Also ich hab tatsächlich seit eineinhalb Jahren... Dann hast du jetzt mal jemandem gesagt, dass ich jemanden bannen soll? Ähm, tatsächlich, tatsächlich vor ein paar Wochen, aber... Die Person wurde nicht gebannt. Da hat nämlich jemand auf einem anderen Discord Scheiße gebaut. Dann hat einer der Mods darauf hingewiesen, dass das ein Troll ist. Dann hab ich gesagt, wenn er hier auch dasselbe postet, wie auf dem anderen Server, darf man ihn bannen. Und das ist eigentlich so das Einzige in den letzten drei Monaten. Ansonsten natürlich Scambots hab ich tatsächlich gebannt schon. Aber sonst... Anst... Okay. Ja, also wenn halt jemand mich anschreibt mit hier, kauf diese Kryptowährung und das ist offensichtlich ein Bot, dann banne ich den schon. Ja, oder der Klassiker, ähm... Ja! Du denkst dir so, ah, cool, ja. Oh, sorry. Ich hab einen Fehler begangen. Ich komm jetzt an, Heiko anzuschreiben und vorzuschlagen, irgendwie schwäche Kryptowährungen zu kaufen. Ja, kauf die Dogecoin. Ich bin tatsächlich grad gar nicht unglücklich, dass die Kryptowährungen und alle total im Keller sind. Ich wär auch ganz froh, wenn der Häusermarkt kollabiert, auch wenn das natürlich die Wirtschaft komplett fickt. Aber, wisst ihr, es muss... So, ich find jetzt noch so ein, zwei, drei Jährchen, wegen meiner Corona-Infektion eher so drei anstatt eins. Jahre noch in meinem Studium. Das heißt, jetzt muss die Wirtschaft kollabieren, so damit, wenn ich in zwei, drei Jahren auf den Arbeitsmarkt gehe, alles in Ordnung ist. So egoistisch ist er da, Heiko. Das erwart's uns von ihm. Ja gut, ich mein, die Wirtschaft crasht ja eh ab und zu, sondern soll der wenigstens den richtigen Timing crashen. Auf Austrieren. Ja. Please give me more of these costs. Aber dann hat man hoffentlich keine Schulden gemacht. Ja, tatsächlich ist es ja ganz interessant. Der deutsche Staat verschuldet sich aktuell in jeder Krise weiter, aber das geht halt irgendwann mal nicht mehr. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, an dem wir eine Krise haben und halt kein Kurzarbeitergeld mehr zahlen können. Dann wird's halt unschön. Ja, hey, besser ist, dass man jetzt mit Schulden am Leben hält. Ich mein, das kann man schon machen, aber wie erwähnt, da kommt halt irgendwann mal eine Krise und du kannst halt nicht mehr agieren. Da fragt man sich halt, ob das so sinnvoll ist. Hast du das im Endeffekt angenommen? Natürlich. Hast du da irgendwas bekommen? Nein. Ich sag's jetzt erst mal Shell. Das ist doch immer was Gutes. Am Ende hab ich deswegen die Embargos von Dauntorn reinbekommen. Ich hab mir jetzt mal die Reform von Guderian angefangen. Mobile Warfare. Du kennst. Der amerikanisch-mexikanische Krieg. Oh, lol. Ich hab USA. Oh, lol. Heiko, wir reden jetzt mal über ukrainisches Öl. Du darfst das gerne für einen fairen Preis kaufen. Du hattest ukrainische Öl? Nein, ich expandier das bei dir. Ah, das ist ja nett. Also, ich investiere in deine Ölfelder. Ich hab übrigens... Denk ja dafür, dass Baku deutsches Öl ist. Ich hab offiziell die Sprachprobleme in meinem Land gelöst, in dem ukrainisch die einzige offizielle Sprache ist. Eieiei. Ich würd sagen, Heiko, dass der Putin recht hat. Beginnt der Great Struggle und dann ist diese Great Purge-Icon dran und damit krieg ich ein Annex-War-Goal gegen den Sowjet. Ja, das ist wirklich ein Struggle. Okay, 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 okay. Italien ist böse aktuell. Italien hat nämlich Bomber nach Österreich geschickt. Ich hab die meiste World-Tension generiert. Sie sind ja auch total demikratisch geworden, diese komischen Personen. Ich hab grad die dritte Welle an Imperialismus hier bekannt gegeben. Third Wave Imperialism, das ist schlecht. Was erzählst du jetzt schon wieder? Nichts Gutes. Meine Dominions hassen mich aber. Ich hab, ich brauch Munition. Na so, warte mal. Warum ist eigentlich auf der Team der eine Pro hat ne eigene Staat? Wie gut Teilmobilmachung. Keine Ahnung. Also ich seh grad an Schleswig-Holstein, dass Puppet von Dänemark ist. Aber das historisch auch durchaus Sinn ergibt. Ist das nicht irgendwie eines der letzten Territorien, dass wir irgendwie noch tatsächlich mal kriegerische Oberthammer nicht abgeben mussten? Welches? Ja, das Schleswig-Holstein-Stückchen da oben. Tatsächlich. Ja, hätten wir aber fast, wir hätten die nicht für Deutschland gestimmt. Das ist, weil meine Freunde hocken grad einfach in Heidelberg und trinken im Biergarten Weizen. Und ich bin nur so. Heiko auch will. Ja. Aber wir hätten fast tatsächlich Köln nach dem Zeitpunkt Weltkrieg nicht mehr gehabt. Immerhin besser als ich. Ich hab nicht mal einen Tisch. Das wär interessant gewesen, oder? Ich hab sogar zwei Schreibtische. Ja, ey, ich liege am Boden und zocke. Was? Das ist schon fast vertraurig. Ey, alle außer Neuseeland haben mich verraten wollen. Neuseeland, die sind voll für den Imperial Confederation. Die sind voll nur... Keine Ahnung. Das ist die Einschränkung. Ja, das ist der Blatt. Hättest du aber einfach nicht die Leute erschossen. Hättest du aber nicht gemacht und die Passivfalt. Okay, wir haben das richtig. Wir haben das richtig. Ihr Auto gerade jetzt hat gewonnen, Heiko, oder? Hallo, Haubi. Warte, was hab ich gerade irgendwie gesagt? Oh, ich hab schon was Dummes gesagt. Heiko, ich geb dir 100 russische Rubel. Alternativ geb ich dir die Garantie, dass ich mir keinen Rubel kaufe. Was ist mit 100 russischem Rubel? Geht's toilettenpapier aus, oder? Was sind 100 russische Rubel? Ist das nichts, oder? Weiß nicht, 20 Cent. Leute, ich hab nur 4% Consumer Guests. Was ist denn da passiert? 1,75 Euro. 1,77 Euro. Ich hab 114 Prozent. 100 russische Rubel sind 1,77 Euro. Ich hab 0% Konsumgüter. Was wird eigentlich los? Nein, ich hab auch noch War Bounce aktiviert. Ich hab 49 Prozent. Also hätte ich vorher vor uns können, ich hab nur 1 Prozent. Daniel, ich hab War Echo und War Bounce und so. Ich hab Isolation und London Market Collapse. Ich hab 4% Consumer Guests. Und Imperial Uphavel. Polonial Unwrest. I wish. Ja, ich bin in Airsoft early, sorry. Das ist nicht so cool, wie ich es in Erinnerung hatte. War die Erinnerung mit Bambl? Nee, in Erinnerung hab ich die USA besiegt. Achso. Boah, ey. Was ist das denn? Die Markkriege, die ist ja im Blamarsch. Backwards Economy. Oh mein Gott, ich hab endlich meine Mountain. Er hat den Tober als Militärindustrie. Ist doch viel besser. Das könnte man auch noch in echt anschaffen, oder? Für Deutschland. Warte, was? Militärindustrie. Erstmal mobilisieren alles. Ich glaub, das ist ja nicht so cool, wie ihr denkt, dass wir das für... Verkaufen halt alles, was wir bauen. Wobei tatsächlich, äh, die Leute aus dem Lager von Hutgi, die sind ja große Freunde davon, zu sagen, ja, wir bauen jetzt einfach mal. So, wenn wir Arbeitslosigkeit haben, sollen die Leute halt Waffen bauen. So, das bringt schon was. Nein, bringt's nicht. Autobahnbahn wäre doch viel schöner, für die Leute. Solange es nicht in Bayern ist. Ja, da haben wir langsam genug. Was soll das denn heißen? Jetzt haben sie ja keinen Verkehrsminister mit, dann geht das hin. Endlich machen wir. Jetzt hat der Anwalt der Autofahrer. Die haben gar keinen Minister mehr. Das ist, äh, Diskriminierung. Das ist gut so. Da hab ich schon wieder keinen Supply. Nein, also Bayern ist ein sehr guter Politiker. Ja, definitiv. Nennen wir einen guten Politiker aus Bayern. Seehofer. The Mountain Republic. Was ist die Mountain Republic? Irgendwas im Kaukasus. Wo ist die, dass Seehofer in seinem Studium einfach einen 1-0-Abschnitt in seinem Diplom hatte? Das erwartet mal gar nicht. Wie war der denn da abgeschrieben? Das ist schwierig, dass du dein gesamten Studium 1 hast. Ja, natürlich hat der. Also das glaube ich ja. Leute, ich finde, dass die Russen aktuell einfach viel zu aggressiv auftreten. Wir sollten dagegen was machen. Und was? Aktionieren. Der Einzige, der eine Grenze ziehen hat, bist du. Wie wär's mit der Schweizer Garde? Wie viel sind 100 Rubel ohne Marktmanipulation? Dann wird's schwierig. Heiko, es ist dieser Moment gekommen, du solltest anfangen, irgendwie in meine Richtung zu kommen. Ich bin auch schon voll in deiner Richtung. Nein, du hast 0% von Volkisten. Ja, das schon. Aber ich hab hier Spurland Steady. Dann hab ich Look Out World. Und dann steht da Deutsches Reich, Get Event, Ukraine, Wishes to Joint, Stahlpakt. Dann beeil dich. Achso, ich sag mich vor jetzt. Außerdem, Manu, ich hab auch 0% Volkisten. Ich sorge jetzt dafür, dass die Franzosen für die Spur. Ja, ich bin auch nur ein... Ich frag jetzt. Jetzt mal an, ob ich meine Teile wieder zurückbekomme. Ich integriere gerade die gesamte Bevölkerung. Das mach ich, glaube ich, auch als nächstes bei den Franzosen mal. Oh mein Gott. Daniel. Also erstmal geil, Heiko, dass du angenommen hast. Gerne. Auch wenn's meine Panzerproduktion fickt, aber ich baue eh keine. Ja, aber meine stärkt's. Meine nicht, aber ich baue keine. Produktionskosten minus 10% für Fighter, Trucks, Lighttanks und Mediumtanks. Das ist genau das, was bei mir 10% mehr kostet. Ja. Und weißt du, was das Geile ist? Ich hab schon jemand drin, der mir Trucks und Mechanized minus 15% Produktionskosten... Muss ich mir wahrscheinlich später ein paar Einheiten oder so geben, weil ich werd's... mach die einfach fertig und dann schick ich dir die. So eine Panzerdivision wär richtig nice. Ja, oder drei. Das wär auch okay. Das nehm ich mir. Also aktuell produziere ich mit fünf Fabriken Panzer, also fünf Panzer am Tag. Also Leute, zu Thema Sarah Wagenknecht, ich hab mir tatsächlich inzwischen so ein Spray bekommen, weil mein Hals wohl irgendwie seit zwei Wochen komplett entzündet ist. Ich sollte keine Sarah Wagenknecht-Videos gucken, sonst reg ich mich nur wieder auf. Was hast du denn gegen Sarah Wagenknecht? Alles. Die kommt aus Jena. Egal was sie sagt, ich reg mich drüber auf. Wirklich. Du kannst sie egal welches Thema nehmen. Aber sie kommt aus Jena. Manu, das ist nichts, worauf man stolz sein sollte. Aus Jena zu kommen? Ja. Nee, als Mensch, der aus Jena kommt. Jetzt hätten wir nicht darauf stolz sein, dass die von euch kommt. Alter, Hobbit wurde released. Aber als Buch. Ja. Ich glaub nicht, dass 1937 der Animationsfilm rauskam. Nee, aber tatsächlich. Ja. War so wichtig, dass der König darüber informiert werden musste. Es gibt halt das Gefühl, sonst jemand Interessanten, der aus Jena kommt. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Zuschauer machen sich, also denen ist mein gesundheitlicher Zustand egal. Verständlich. Ja. Und so auch. Na, stimmt. Okay, es gibt noch Prinz Bernhard, der Niederlande, der kommt auch aus Jena. Also, Manu? Ja? Wie sicher ist es, wenn ich jetzt an den Franzosen gehe und nochmal anklopfe und mal wegen deren Kolonien anfange? Also prinzipiell sind wir auf einem guten Weg, den Franzosen zu kleppen. Äh, ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. Du machst das ja, Manu. Ja, also, na, ich habe drei. Weniger die Vizur, das ist der Franzose. Nein, du siehst halt, meine Mountaineers sind halt aktuell noch nicht genug da, aber sonst? Wie viele sind heute Franzosen? Ich habe eine neue Vizur, 133, ja. Ja, mehr. Ja, und? Aber ich habe 20er Breite und meine Panzer sind ganz okay. Fällt gerade auf, ich habe einfach... Ja, aber der Liener ist auch noch dabei und der Tscheche auch noch. Ich habe nur drei Forschungsstots und ich kriege auch nicht wirklich mehr. Weswegen? Den Tschechen sollten wir nicht vergessen. Ja, der Iran gibt freiwillig sein Öl an mich. Ja, was ist Iran? Endlich mal positive Nachrichten. Äh, also, ich glaube gar nicht. Positive Nachrichten. Deutschland wird mittlerweile 25. Und man Arabien gewinnt. Wuhu, ich habe eine Einheit in Brasilien angekesselt. Das hat jetzt nur eine Weile gedauert. Ich habe da Fighter unten und ja. Lass die in Ruhe fahren. Wisst ihr ja immer woran das liegt, wenn man im Bürgerkrieg keine Stärke regeneriert? Also reinforced und blockt, nur Supply from Capital. Entweder haben die kein Capital, wo du hinkannst aktuell. Doch, Rio de Janeiro, da stand ich vorher auch drin. Haben die keine Convoys oder so? Kann das? Das kann natürlich auch ein Paradox-Bug sein. Ja, das passiert aber im spanischen Bürgerkrieg auch manchmal. Ja, und dann kannst du ja immer noch ein Paradox-Bug sein. Ja, okay, hast recht. Vom Paradox-Spiel. Was soll das ein Bug? Wieso brauche ich auf einmal Aluminium für mein Support-Equipment? War das schon immer so? Und wieso geht es mir jetzt auf einmal aus? Hm? Kein Aluminium. Ich claim mal Ost-Gebiete. Brown Republic pusht gegen die solche... Das ist wunderschön. Nice. Was fehlt mir denn da? 2000 Trucks und 2000 Panzer. Okay. Was du immer so anstellst. Ich frag nur im Osten an, ob die mir östliche Gebiete zurückgeben wollen. Memel, Mansur, Posen, dann Oberschlesien, Katowice und Block. Krieg überall Chor drauf. Memel. Das Memesland. Warte mal, ey, ich glaub, es ist der gleiche Typ wie auch in Vanilla, der in der Tschechei jetzt regiert, oder? Hm. Ich glaub, ich merk grad eben, dass es ein Feldmarschall ist. Ups. Also, ich komm in der Tschechei. Oh! Ey, Schweden! Was machst du eigentlich da oben? Nationalpopulist. Perfekt, ich hab nachher einen Fokus, wo ich dich in die Faction einladen kann. Ähm, verkackst du das bitte nicht, danke. Wer? Du müsstest wahrscheinlich gleich eine Anfrage kriegen von mir. Joint Style Pact, oder? We will march into Kiew soon enough anyway. Genau das. Please nicht. Ich find's ja interessant, dass Hamburg einfach nicht die Hauptstadt ist von daher. Ja, Kiew ist es mittlerweile. das ist tatsächlich hochgerutscht. Was ist auch lustig, dass Lübeck die einzigste ist mit Tanzstadt davor. Ja, übrigens, willkommen, Heiko. Juhu, Stahlpark. Hier sind deine Bomber, warte, 300 Bomber nach Kiew. Äh, wir schicken schon mal 300 Bomber in Kiew, heu. 500 weiter nach Odessa. Ich bin dafür, dass wir, ähm, eigentlich schnellstmöglich beim Sowjet einmarschieren. Ich wüsste nicht, warum wir da großartig lange warten sollen, weil die sind jetzt aktuell beschäftigt und verkacken schon gegen die ganzen Länder da unten. Just saying. Die Orgien hat sich im Krieg gegen die Sowjets angeschlossen. Hä? Was ist das? The Talents Exchange, ja. Ja, die pushen unten gegen den Sowjet. Ich weiß nicht, ob wir direkt gegen die Sowjet sollten. Und die Sowjets könnten die Das ist halt Man meint, wenn wir keinen Gegner haben, ist das langweilig. So. Wir haben schon, wir sind schon hinter, hinterm Stadenwall mit der Ukraine. So, klar, Heiko hat jetzt halt nicht viel zum Halten, aber prinzipiell können wir dann Truppen da reinschallern. Zu der Frage mit der Europa-Armee, da kann ich einen ganz guten Podcast empfehlen. Ist wahrscheinlich scheiße, oder? Also eigentlich müsste Heiko symbolisch gemäß bestimmten Kiew und Starkiv hier halten. Ja, ich kann schon, also ich kann schon halten, so ist nicht, der Sowjet hat ja auch, ich glaube, ich rekrutiere tatsächlich und jetzt diese eine Kavallerie-Einheit und renne einfach beim Russen durch, weil ich glaube, der hat auch nicht genügend Truppen, um die Front zu halten. Mir geht es gerade darum, dass das halt irgendwie mehr Ich würde sagen, man hält es einfach am Ost, weil ich glaube, ich kann den schon halten, allein, ich habe ja noch mal ein paar Truppen in, die ich als Freiwillige überall auf der Welt habe. Ja, das Ding ist halt, ich habe halt eine Westfront aktuell. Achso, ja, okay, ist schwierig. Eigentlich habe ich noch nichts für Tschechien und außerdem expandiere ich gerade Richtung Osten und möchte mal gucken, was passiert. Ich dachte jetzt eher, dass wir den Sowjet kaputt machen, bevor wir irgendwas anderes machen, weil ja, das passiert jetzt gerade schon, es sind noch fünf Tage und dann habe ich quasi Polen teilweise geschluckt. Ich könnte auch versuchen, Naval Invasion in Leningrad zu machen, so. Was solltest du eigentlich hinbekommen? Also Navy-technisch sollten wir da ahead kommen. Ja. Wird halt im Dings, im Schwarzen Meer würde er halt sehr viel wieder haben. Wobei, er hat nicht Sebastian, es kann sein, dass die tatsächlich bei Leningrad gedroppt werden, die Schiffe. Organ-Supply-Consumption glaube ich gar nicht so schlecht. Oh, die haben von euch schon diese Chief-of-Army und so eingestellt, die sind irgendwie alle ganz gut. Also ne, Chief-of-Army und so, ich habe nur mein Officer-Corp gemacht. Ach, Leute, ich habe das komplett vergessen. Aber da kriegst du auch keine Army-XP, also alles gut. Achso, okay, okay. Ich habe jetzt Korf auf Polen und so. Jetzt gucken wir mal, dass wir auf Schleswig Korf kriegen. Ja, ich habe das Korf auf Polen und so. Ich habe die Truppen an der polnischen Grenze, so sicher ist sicher. Das polnische Volk, ein Brudervolk der Ukrainer, das nur befreit werden muss. Ach, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Frankreich das dann garantieren wird. In Polen. Warte, wie hat man Madrid eigentlich wieder verloren? Ich kann Attack Poland machen, also kriege ich sofort einen Wargold, 35 Tage. Ja, dann mache ich es mal. Ja, ist ne gute Idee. Nein, okay. Sechs Panzer reicht an der polnischen Grenze, oder? Koppach. Alter, Manu. Was? Ich war einfach nur, dass wir nicht so vor den Krieg kommen. Ja, alles gut. Also ich finde es, sechs Panzer klingt ein bisschen wenig. Ich finde es, Panzerdivision wäre besser. Ja, sechs Panzerdivision. Natürlich. Aber es sind halt aktuell, ja, was sind drin, jeweils... Denk dran an, äh, irgendwie Litauen nicht mit denen irgendwie connected. Muss ich aufpassen, nicht dass die bei dir nach Königsberg reinrennen oder so. Alles gut. Ich hab grad eh noch nicht genug Divisionen. Die kommen erst noch. Was ist das? Soll ich meine Support-Equipment-Produktion hochfahren? Scheiße. Georgien pusht weiter gegen den Russen. Eiko, weißt du, wenn du irgendwo unsere Verbündeten kaufen kannst, will wir bei uns einen Verbündeten kaufen. Ich kann, Aluminium ist schwierig, wen gibt's denn? Oh doch, ich kann's bei dir kaufen, okay, never mind. Willkommen. Kiew, guck mal über Kiew mit dem Öl, das gefällt mir. Riesers, ja. Das Deutschreich unser Öl hieß. Unser Öl. Guten Tag, ich bin nun auch Teil dieser Gruppierung. Ich weiß, dass die Freiwilligen zurückgezogen werden, das ist aber gar nicht so schlecht, weil die werden hier nicht, ja, die werden hier auch, also erstens wird der Krieg gegen Polen nicht so lange dauern und B, glaube ich, dass die hier nicht so viel Schaden errichten können, wenn die nicht, äh, off, also wenn die hier keine Stärke regenerieren. Da wird es auf Dauer ziemlich übel enden. Vor allem, wenn kriegst du das da unten gehalten gegen Italien und Frankreich später, wenn's blöd läuft. Äh, später schon, jetzt nicht. So, wie sieht's nicht hier aus? Okay, ihr trainiert noch. Wie sieht's hier aus? Wie solltet ihr eigentlich so trainieren? Mit Shift, bitte. Dankeschön. Ihr solltet auch mit Shift fertig trainieren. Dankeschön. So, wie sieht's bei euch aus? Ihr solltet tatsächlich hier unten nicht trainieren, sondern kämpfen. Dani, glaubst du bei dir? Ja, ja, ja. Oh, da unten sind wir Kisten. Gleich nicht mehr. Oh, boah, boah. Uh, oh. Endlich krieg mal die Option. Manu, die gegen die United Kingdoms. Ah, perfekt, Heiko. Du kriegst ja sogar Kurs auf zwei Gebiete. Echt? Ja. Äh, Manu? Dann ist Lov. Ah, tatsächlich. Willst du die Niederländer unterstützen? Bei was? Beim Boa, aber die Südafrikaner. Sind das... Das sind Falküre. Nein, die möchte er nicht unterstützen. Dani ist mit in dem Krieg. Ja. Entschuldigung, ich hab den Knopf gedrückt. Äh, schießen. Ja, du willst meine Leute schießen? Nicht deiner, Leute. Das sind Niederländer? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt sind es tote, Leute. Jetzt claim ich mal im Westen alles. Ich hoffe, sie müssen aber nur Cape Town jetzt noch einnehmen, dann haben sie gewonnen. Ich bin ja weiter im Krieg, hoffentlich. Und ich pin die vor Cape Town gerade. Das kann gut sein. Ja, das kann nicht sein, dass dir ein ganzer Weder ist in deinem Provinz. India leaves Empire. Ich, dann machen sie mich ein Weg. Ja, ich kann den die Küppen singen oder alles. Ich hab dir gerade auch 10.000 Waffen geschickt. Ach, Leute, ey. Mein Empire zerfällt doch von so... Wie hast du Waffen geschickt? Ja, Junge. Das sind die Länder. Ja, also den Südafrikaans Republic. Das ist asozial. Südafrika. Südafrika, also. Das sieht sehr nach Niederlande aus. Laien hast du vielleicht in der Reste? Ja, das sind die auch Niederländer. Ich kann die in die Faction einladen. Warum nicht? Ja, ne, okay. Die können es gerade noch nicht, aber... Wo ist jetzt mein Knopf auf Indienkrieg? Die haben gerade einen Fokus gebraucht. Indien kann jetzt friedlich gehen anscheinend. Indien sind Faschos. Ich meine, ich war quasi auch Fascho. Warum hassen sie mich denn da? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Okay, bei Indien hab ich echt nichts gemacht. Okay. Aufsammenswahl. Indien muss man auch nicht machen. Die machen das dann selber. Was? Ich töte. Abhauen. So, komm meine Scheiß-Truppen jetzt mal bitte, bevor ihr irgendein Cape Town hier marschiert, oder? Junge, jetzt mach ich jetzt nach Cape Town. Ich bin die ja voll Cape Town. Du hast nicht alle die Personen gegessen. Ja, ich bin eine Division da. Ich seh halt die anderen nicht. Also Luftfahrt und Technisch bin ich... Ah, die gerade hören wir auch nicht mehr an. Okay. Okay, ich kann Polen den Krieg erklären. Deutschland kannst du mir dann zufälligerweise Züge schenken, weil ich sonst schwächen zu bleiben. Ich hab gerade selber zu wenig Züge. Schlecht. Ich bin gerade... Ja, ich produziere schon, aber... Okay, gut. Ich muss erst mal aufs Plus kommen. Soll ich dann starten? NKI, Scheiß. Ja. Muss man noch kurz warten. Ich muss da kurz was ab... Abtesten, ob der Franzose oder so ein Blödsinn passiert. Dann ziehe ich gerade noch ein paar Ost-Truppen rüber. Ich hab übrigens Freiwege schicken, seh ich gerade. Die große Schweizer Garde. Nur die Schweiz kann. Ah, okay. Wir sind alle in deinem Bündnis. Und Daniel könnte, aber Daniel ist im Krieg. Ich bin so und so nicht. Ich brauch 100% Vertension für sowas. Okay. Ich muss sagen, ich mach mir schon ein bisschen Sorgen, seitdem ich jetzt hier zwischen zwei großen Bündnissen bin. zwischen dem Stahlpakt und dem Kontinente ente ente. Mein Land ist so im Arsch. Wir übergehen keine Wörter. Ich kann mit STRG H einzelne Einheiten aus der Division, also aus dem Buffet, rauslösen. Wenn also eine Einheit die ganze dummes Zeug macht, zum Beispiel irgendwo hinrennen, könnt ihr die damit rauslösen. Heiko, wir haben jetzt überall Green Area vor. Perfekt, das ist wichtig. Ja, wir haben auch mehr Luftmachbär als Surprise als der Rest. Ich muss dich gleich vorwarnen. Ich hab meine Möglichkeiten vorzurücken sind beschränkt, aber sie sind vorhanden. Ist okay. Mit den Tactical Bombern, die gerade alles niederbomben, was nicht unsere Banner, unsere Insignien trägt, gewinnen wir das. Mir passiert nur wieder der Klassiker, elf Tage und dann hab ich kein Sprit. America! Oh, da haben sie kapitaliert. Ja, und... Ja, meine Truppen sind nicht schnell genug da. Ich hoffe mal, ich bleibe in dem Krieg jetzt. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe nicht. Kannst du übrigens gern bei mir kaufen, so, wenn das geht. Das ist zu wenig. Scheiße. Als Startup gegen Südafrika-Krieg ist das auch nicht ganz das Beste. Mit 13 Fabriken kaufe ich gerade Öl ein. Ich will irgendwas tun, um mein Empire... Oh, boss of a piece, da never fuck you. Ach, bro! Ja, ich will nicht... Nein, warum sollte ich? Mein Empire, das verfällt ja so schon. Ich will ja ein bisschen was noch behalten. Ich würde sagen, da war das letzte Defekt scheinbar noch. Die Boah. Nein, ich komme in dein Land und verbrenne es einfach. Aber nur deins. So wie Südafrika das gerade bei dir macht. Nein, das ist ja nicht mein Land. Marschall ist gefallen. Perfekt. Gleich einen kleinen Kessel und du vernichtest in der Zeit Polen. Perfekt. Du, Kessel, das machst kaputt. Alles gut. Bin ich dir nicht böse. Die stimme überall mit Last Stand gerade. Ich bin tatsächlich schon sehr froh... Vor allem, dass Niederlande einfach gehen kann, aber Südafrika... Nee, wir müssen... Ich bin tatsächlich schon sehr froh darum, dass ich... Kein Alter und Australien bleiben auf. Dass ich nicht Probleme habe, zu fallen, sondern in der Offensive bin. Hm. Hat was. Liegt vielleicht auch an den Bonbon. Sind da 400 über dir? Könnte helfen, ja. Mhm. So Cast Damage macht schon Spaß. Das ist absolut richtig. Und dann kurz bevor die Polen fallen, wird so ein riesiger Mob in der Ukraine einen Aufstand anzetteln und sich für Russland bekennen. Das wäre gar nicht gut. Ich finde das auch nicht gut. Ich weiß auch nicht, wie man sich überhaupt zu Russland bekennen will. Also warum man das tun sollte, ist scheiß nack. Zitat Ende. Das dürfte auch irgendwo pauschen. Gott hat gerade Bhutan den Krieg erklärt. Jetzt weißt du, was da in der Welt abgeht. Daniel, ich glaube, die 100% World Henschen könnten demnächst kommen. Ja, jetzt ist es ja eh parat. Der schon im Krieg gegen... Du musst erst mal die nächsten 5 Jahre mein Empire retten. Ich muss erst mal in Posen dann... Ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Ich glaube auch. Daniel, einfach kein... Einfach Neues machen. Wie wäre es mit französischen Gebieten? Ja, einfach die Niederländer frei... Einfach Geld... Niederländer erobern? Ja, perfekt. Dann frei lassen. Nee. Die Niederländer verlieren ja wenigstens nicht. Die sind die einzigen, die nicht... Die Niederländer natürlich besiegen. Guck mal, Kingdom of the Netherlands einfach besiegen. Das geht wahrscheinlich sehr leicht. Also ich muss sagen, die Niederländische Kolonie, ne? Die sind echt die einzigsten, die mich nicht hassen. Ja, warum ist Kanada noch bei dir? Ich weiß es nicht. Die haben Sozialisten an der Macht und haben schon sich so oft über mich beschwert. Ich weiß nicht, warum die noch bei mir sind. Ja, also Japan fährt sich ja auch ziemlich... Vor allem die Niederländer, die haben wahrscheinlich einfach... Ich habe wahrscheinlich einfach Pech gehabt, wenn sie in Köln die britische Ruhe gemacht hat, statt der Dutch Control, das einzigste Wahre. Also, ne? Nur, dass ihr es wisst, ähm... Ja, das haben sie gemacht. Äh... Ich sag mal so, ich werde das sowas von dem Mahnen. Du, du kannst gar nichts dem Mahnen. Komm doch rüber. Ähm... Mano, ich habe gehört, du bist gerade in meinem kleinen Line. Nee. Polis State ist finished. Das hat mir gerade 100 PP gegeben, weil ich gerade, weil ich Warschau halte. Gefällt mir. Will dir mehr davon? Ich hätte auch ganz gerne mal so viel PP, weil ich irgendwas halte. Du hältst nichts. Ey, ich bin voll gut vorgerückt, tatsächlich. Ich dachte Spaß. Oh Gott, Indien. Vielleicht kommt da jetzt vielleicht was mit Millennium. Oh! Ich wurde gekesselt. Da hält man, guck mal, siehst du die Indien, die können einfach selber nicht, nicht, äh, nicht regieren. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die deutsche Luftwaffe, wegen der ich hier so easy überall durchgekommen. Ich würde dir ja gerne Vertrauen schenken und dich irgendwie antreten, aber räum da drüben mal auf. Ja, würde ich, wenn ich das könnte. Ja, schau. Ja, ich würde, er würde es können. Ja, jetzt hat er mit den Boa Frieden gemacht. Hätte er mit denen zusammengearbeitet. Das macht keinen Unterschied. Doch, wer ist jetzt nicht im Krieg? Ja, wir haben jetzt einen neuen Verbindeten. Ich kann nichts tun, weil, was ich spiele, das mir nicht erlaubt. Auf nach Kakao. Ägypten ist angreifen können, aber Spielerlauben ist halt nicht. Äh, Ägypten ist Osmanisch? Nicht Osmanisch, in zwei Vogel greife ich das an. Kakao ist tot. So, ich greife mal Vollgas an. Eieiei, da gibt es ein Kessel in Warschau. Was? Eieiei. Mal wieder. Ich sehe jetzt schon wieder, weil sie wieder, die zwei zerstört wären. Nein, der ist schon wieder offen. Ja, ich würde mit denen nicht angreifen, sonst werden die ja wirklich noch zerstört. Kriegen sie was, obwohl tatsächlich drei Zivilfabriken und drei, das ist quasi 10% bei meiner Industrie oben drauf. Das ist sehr traurig. Was? Wie viele Fabriken hast du? Drei. Haben gerade 10% ausgemacht. Kannst du ja ausrechnen sein. Du hast mehr Zivilfabriken als ich. Mehr. Mehr. So, ja, also. Achso, nee, ich habe tatsächlich, ja, ich habe, ich habe nur eine Krise. ich habe sogar 155, äh, Ding. Also, ich brauche, äh, die beiden Sachen, wo ich Core drauf habe. Ja, das nehme ich trotzdem. Ja, klar. So. Ich habe eine, na, fuck, ich wollte gerade sagen, ich habe eine russische Grenze, reicht nicht. Ah, da fehlt ein Stück. Lettland. Nimm deins, wenn es geht. So hilft. Warum wir Fireman in den Krieg? Mir gefallen die Grenzen, so können wir es da lassen, oder? Nein. Vielleicht ist man, was die neuen Krieg ist. Das kriegt die Schweiz, oder? Ja. Äh, ich drücke dann ja aus, wir haben, haben wir beide alle drin, ja, haben wir. Ja. Weil Fireman in der Krieg ist. Ja. Fertig. Aufgeräumt im Essen. Perfekt. Bekomme ich jetzt Tirol? Äh, nein, das bekomme ich gleich. Südliche Tirol. Aber ich würde das andere zurufen. Äh, nein. Doch will ich. Kriegst Frankreich-Stückchen. Und Italien? Sieht nie aus. Hey. Außer Südtirol, das möchte ich auf jeden Fall haben. Guck mal, ich habe doch Claims, siehst du das? Hier, Terentino habe ich noch Claims, und dann bin ich in Venezien noch, und ist Trian und so runter, ne? Ja. Terentino, sorry. In der Lombardei ist tatsächlich die Endhalterstelle von der Österreich, äh, von der Schweizer Zugstrecke, also ich bin dafür, dass deswegen mir das ganze Gebiet gehören sollte. Machen wir jetzt hier Claims durch Zugstrecken, oder? Äh, ja. Ich dagegen. Deine Freundin von mir sitzt mit Corona zu Hause und lehrt sich einfach jeden Tag einen rein. Luke, macht sowas? Das ist gar nicht mal so gut. Echt? Ja. Wenn man krank ist, vor allem. Ja gut, aber wenn du komplett asymptomatisch bist und einfach nur positiv, dann kannst du dir schon einen reinlernen. Ja gut, dann ist es was anderes. Ich weiß ja. Du bist ja auch nicht krank. Ich kenne ja ihren Verlauf nicht. Ja, der ist offensichtlich ganz gut. Ich gehe jetzt mal zu den Griechen und frage danach. Ich hätte auch noch Wodka da, den ich da machen können. Ich habe alles da. Ich habe mich tatsächlich für eine Party wie Halb eingekauft und dann bemerkt, dass ich positiv bin. Ja, für dich ist es aber auch einfacher, an Alkohol zu kommen, der eigentlich ab 18 ist. Das ist richtig. Ich laufe über die Straße, weil da ist ein Rewe und dann gehe ich hin und dann kaufe ich das. Und tatsächlich werde ich seit neuestem nicht mal mehr Tagen aus weiß gefragt. Ich bin begeistert. Ja, und ich bin 17 und habe einen gebrochenen Fuß. Das ist eine sehr politische. Das ist schwierig. Ich brauche nur Fuß, macht das Ganze ein bisschen schwerer. und das ist ein Perso. Kann ich beweisen, dass ich 18 bin, weil ich es nicht bin. Das ist natürlich blöd. Ja. Dafür habe ich bald mein Abitur. Hä, wir haben hier Gruden gerade erklärt. Immerhin. Warte dieses Jahr schon? Kolumbien, Peru. Prüfung schon, ich warte eigentlich nur noch auf mein Zeugnis. Eine Schülerin von mir hat einen Punkt im Mathe-Abi gehabt. Ja. Das zeigt mir gut, wo du unterrichten kannst. Ich wollte gerade sagen, deswegen immer schön bei Heiko. Ja, nee, das war die Schülerin, die dann tatsächlich gar keinen Unterricht mehr genommen hat vom Abi, weil sie war so, nee, kein Bock. Punkt eh nix. Ähm. Ja, man hat gesehen, dass das nichts gebracht hat. Ja, alles weg. Okay, ist erbaut Abi. Kamen ein paar Probleme zusammen bei der Person. Aber auf jeden Fall, dafür eine andere Schülerin von mir hat ganze Acht, obwohl er meinte, er hat komplett verkackt. Ich hab ihn damals gefragt, wie die Abi-Prüfung lief und er war nur so, die Prüfung war gottlos, Zitat endlich, so okay. Welche Mods haben wir drin? Wir haben Führerreich, Redux. Ähm, ich hab Colored Button drin, Player Let's Peace Conference und ich glaub, ich hab noch diesen Mod mit den Icons, ja. Äh, keine deutsche Musik, keine schöne. Nee. Läuft's bei dir noch, oder? Nee, bei mir ist Pause. Ja, bei Fireman läuft's nicht, deswegen ist Pause. Ach, fein. Da hängt nämlich ein Tag zurück, jetzt noch ein paar Stundchen. Da hat wahrscheinlich Feuer im PC. Hö, hö, hö. Man kann das ja selber löschen. Das ist richtig. Ich bin übrigens in dieser, äh, äh, WhatsApp-Gruppe und da haben sich tatsächlich zwei darüber beschwert, über das, was in den USA passiert. und da meinte er, also das mit dem, mit der Abtreibung, dass es jetzt wieder quasi verboten werden kann und da meinte er nur, ihr habt doch keine Ahnung, das Gericht hat entschieden, bla bla bla, das ist ein Fortschritt für die Gesellschaft und so weiter. Also, Halko, ich muss sagen, die lange Pause zwischen AfD und WhatsApp-Gruppe hat mir gefallen. Und in welche Pause, was hab ich jetzt schon wieder verboten? Du hast nur so gesagt, ja, ich bin ja in dieser AfD WhatsApp-Gruppe. Ups. Ich hab das ja nicht nur in der Gruppe. Ich wusste es. Ich wusste es schon immer. Nur die Pause zwischen AfD und WhatsApp-Gruppe hat mir gefallen. Dass Halko endlich mal oft mit seiner Parteizugehörigkeit umgeht. Ja, ja. Und woher dieses Ganze bei so viel. Tatsächlich hab ich relativ wenig AfD-Positionen. Also weniger, als man erwarten würde. Ich hab übrigens Rumänien dann irgendwie so in ein, zwei Monaten theoretischen Krieg erklären. Ich würde jetzt sehr wenige erwarten, dass du die gleich hast für die AfD. Halko ist für Abtreibung gegen Frauenrechte. Warte, kann man für Abtreibung gegen Frauenrechte sein? Ist das so ein Ding? Gibt es jemand, der das hat? Also, auf jeden Fall andersrum sein, gegen Abtreibung für Frauenrechte. Der Mod mit den Claims. Also, es gibt auch viele Menschen. Okay, nicht viele, aber es gibt auch einige Menschen, die sind homosexuell und homophob. Das ist tatsächlich genauso wie Ausländer überproportional fremdenfeindlich sind und migrationsskeptisch gegenüberstehen. Das ist so ein Ding. Ich geh jetzt erstmal Brot brechen mit den Deutschen. Brot brechen mit den Deutschen, das hab ich Hunger. Ich mach erstmal meine Schüsse durch den Deutschen. Tatsächlich ist das Einzige, was bei mir irgendwie nach irgendwas schmeckt, Knoblauch und ich hab jetzt auch so Knoblauch Aufstrich und ich hab irgendwie Angst, am Montag wieder in die Uni zu gehen. Im Moment wird jeder freiwillig Abstand zu mir einhalten. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist das Problem bei Knoblauch, den dampfst du ja auch aus. Ja, ja. Und deswegen isst man sowas. Knoblauch ist was schönes. Ich esse, ja. Also, Heiko, ich hab immer noch nicht genug Züge. Ich produziere immer mehr Züge, aber zu wenig. Wenn ich auch immer eine Division drop. Mir hat mal ein Mitschüler vorgeworfen, unter anderem, weil ich kein Knoblauch mag, ein Vampir zu sein. Hm. Aha. Ganz klar. Soll ich auch so. Eindeutig. Aber was, du willst dich so an der Franzosengrenze? Es ist ein Rhein dazwischen. An der Franzosengrenze. Ungarn hat mir gerade den Krieg erklärt. Ja. Die denken, ich so, ja, das schafft die wollten das Bürgenland und ich hab gesagt, nein. Jetzt kommen die Panzer und die Bomber. Und die Schweizer. Manu? Die Schweizer unterdrücken Deutsche. Was? Was? Ja, die haben dann... Das sind radikale Deutsche, das sind nicht normale Deutsche. Das sind meine. Ich bin doch die radikalen Mann. Irgendwann ist ja Wien, ne? Ja, ich hab ja auch keine Division. Hä? Da kommen die Panzer gerollt. Ja, das dauert halt eine Weile, bis die Panzer aus Norddeutschland runtergerollt sind. Die waren halt gerade nicht auf die ungarische Invasion eingestellt. Und wenn der Zweite Weltkrieg anfängt, dann hol ich mir französisch und auch vielleicht deutsche Flüchtlinge. Was sind denn 10% Attack? Die Schweiz macht nicht kriminelle Sachen. Das ist schon normal, das gehört quasi zu deren Identität. Was ist denn hier kriminell? Alles. Wir haben noch nur Deals bezüglich Gold aus Goldminen geschlossen. Ja, die habe ich jetzt übrigens in Polen. Du hast gar nicht, dass Deutschland Goldminen hat. In Polen. In Polen. Ich will tatsächlich bei Warschau und bei Katowice tatsächlich will ich nicht die komplette ähm also erst mal das klingt, wieso fängst du jetzt an mit zu saufen? Ich finde das unfair. Zweitens eine Freundin von mir meinte, wenn du während deiner Corona-Infektion anfängst zu trinken, dann hast du ein Alkoholproblem und ich war so, ja nee, das schaffe ich problemlos. Die zaufen alle ständig und mich fackt es übel ab. Aber gut, auf jeden Fall, ähm, da unten habe ich keinen Supply und ich kann nichts dagegen machen, weil ich nicht mal die Züge habe, die ich brauche, geschweige denn die Trucks. Deswegen habe ich da jetzt keine Truppen stehen, aber ich stelle da später schon noch welche hin. Einfach mit Pferden laufen. Oder du hast einfach kein Supply-Depot oder nee? Ich baue jetzt garantier kein Supply-Depot. Äh, dann, wenn du sagst, da unten ist ein Fluss, da kann ich Stippenhafen einbauen. Ja, nee, tatsächlich oben. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf den Ausdruck kommen kann. Tatsächlich ist dann, äh, da ist schon ein Hafen in Levis, ist, glaube ich, Levis. Äh, meinen Supply-Hub, ich müsste halt nur hochstellen auf Motorize, dann, äh, Devov heißt sie. Willkommen, Serbien! Hast du Interesse, Griechen zu schlagen? Ähm, nein, Griechenland ist jetzt irgendwie nicht so, aber ich kann Freiwillige schicken, ja, das kann ich machen. Ja, kann ich jetzt irgendwie auch. Ah, nee, kann ich nicht, oder? Ich kann Join Wars machen, ah, 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 ich kann natürlich, ja, ja, Moment, ich schick dir erst Truppen und dann join ich den War. Wollte mir mein Land nicht geben. Ach Daniel, warum machst du das? Weil das so ein rechtmäßiges, äh, das ist niederländisches Land. Da gibt's dann wieder ein RimWorld String. Das ist Schweizerisch. Das wird auf jeden Fall noch ein geben. Böses liegt da in der Luft. Das Böses sind Wursch. Los, Mann, rein da. Ja, Serbien ist gejoint. Fuck yeah. Ey, warum ist mein Land jetzt in unserer Fraktion? Dein Land? Ja, das Bösenhoch ist meins. Ja, ich musste die Türkei beschützen, stand da dran, und dann sag, warum hab ich das bekommen? Ich hab jetzt übrigens die Möglichkeit, den Weltkrieg zu starten. Äh, glaub ich mal nicht. Ich bin auch mein Fokus. Wenn ich mit den Griechen fertig bin, dann reden. Ich würd sagen, nein, kriegst du auch so. Warum wollt ihr sterben? Ich hätte aber ganz gerne die Tür zurück. Was? Warum müsst ihr die sterben hier? Weil die sterben in unserem Befündnis? Ich würd sie nicht, äh. Wir können sie nachher wieder kicken, alles gut. Ja, ich würde nämlich die sterben sehen. Eigentlich wollt ich den schon, äh, Ungarn geben. Ich würd lieber so eine pannendeue deutsches Gebiet haben. Ja, Fireman eigentlich ne Grenze zu haben mit Fireman ist eigentlich auch gar nicht so blöd. Kann ich ihn anmachen, wenn die Südfront nicht läuft. Ist immer wichtig, muss immer einen haben, der den mal verantwortlich macht. Schau dir mal die Südfront an, die Griechen sterben hier weg. Wir haben doch Halt. Griechen! Die Südfront ist doch gegen Italien blärt. Bombercrew. Ich habe tatsächlich Satisfactory. Die Griechen sind auch nur andere Italiener. Ist mir zu langwierig. Oh, ich habe erst mal die Dörfer geborgt. Bombercrew sieht aus wie eine Kinderserie. Hey, Bombercrew ist ja jetzt ein witziger Spiel. Kostet nur 4 Euro. Ich hab's kostenlos bekommen. Okay. Sieht tatsächlich witzig aus. Ich könnte, Heiko, ich könnte ja noch ein Spiel vorschlagen. Habe ich vor zwei Tagen auf Steam entdeckt. Welches? Äh, da geht's um, du bist ein Farmer während einem Krieg. Und kannst du mal ein Spiel aus? Was? Das ist ja Arma-Culture. Das wäre was richtig schönes für so einen Community-Stream. Genauso wie das andere Game. Kann man da was ich dir mal vorgeschlagen habe, Heiko. Ich bin nicht mal irgendwie in ganz, ich weiß nur, dass du mir vor irgendwie drei Jahren mal ein Spiel vorgeschlagen hast. Ich habe zwei Spiele vorgeschlagen. Ich habe sogar zweimal das Formular benutzt dafür. Was ist eigentlich aus diesem Stream-Chat geworden, dass hier niemand fragt, war ein War Thunder. Ich kann übrigens das war Kai gleich den Krieg erklären. Das war War Thunder irgendwie von heute auf morgen erledigt. Ja, weil die ganze War Thunder Community mal weg war. Seitdem ist meine Motivation War Thunder zu spielen niedrig. Was ein bisschen blöd war, weil ich tatsächlich zu einem Zeitpunkt noch einen Premium-Account hatte. Und ich, und was natürlich auch noch ein Riesenproblem war, Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Was? Was ein Riesenproblem Problem war, war das Oh fuck? Ne, ne, wegen was anderem. Dass ich damals von Gaijin quasi abgelehnt wurde für das Partnerprogramm und da war ich pissig. Muss ja dann immer besser werden. Ja, Gaijin. Noch zehn Wochen, Heiko, noch zehn Wochen. Dann habe ich genügend Züge. Oh, perfekt. Ja, aber Heiko, ich habe ja vorgeschlagen, ein Cryo 4 zu spielen. Ich habe einen Sieg errungen. Und deutsche Waffen bekommen. Man war vorhanden. Ah, aber eigentlich dieses Züge, das BK. Ja. Ah ja, Heiko, du solltest ja auch mal Cryo 4 spielen, habe ich dir ja mal vorgeschlagen. Ja. Ich habe immer noch das Cryo 4, das Spiel, von dem ich irgendwie vor zehn Jahren mal als Kind Angst hatte. Also ich habe sogar noch ein ähnliches Spiel dazu gefunden, ne? Willst du auch noch ein paar Sachen vorgeschlagen? Da ist er mal Company of 4 zu spielen. Da ist er sogar das Spiel gespielt. Ja, Company of 4 zu spielen, kriege ich Aggressionsprobleme, weil das mit so viel Micro-Management ist. Tatsächlich neulich, als ich krank im Bett lag, habe ich den gespielt, Iron Harvest. Gegen leichte KI, das war optimal. Könnten wir auch gegen leichte, mittlere KI spielen, wenn du in den Krieg geträumt bist? Ich helfe gerade im Griechen. Achso, ne, gegen Serbien. Ich werde gleich in der Slowakei einmarschieren. Wie war das mal? Von Heiko, Serbien muss Sterbien? Du oder ich? Das war nicht meine Idee damals, ich habe sie nur fortgetragen. Ähm, tatsächlich werde ich das, glaube ich, alleine schaffen. Aber ich werde über, du musst beim Krieg einsteigen, weil ich über deine Grenze einmarschieren. Stimmt jetzt ab, auf Heiko, okay, das sind nicht so viele Divisionen. Wieso kann ich nicht, äh, auf War Economy, ey? It's more than... Was? Kurzum? It's more than 40% of the state of Ukraine total number 1. Achso, ich brauche einen Gegner, der mir eben wird. Die haben beide Pies gesandt. Die Gegner sind zu schwach. Die Mexikaner haben alle auch. Mexiko hat gewonnen. Na reka. Oh, Mexiko hat echt gewonnen. Echt jetzt? Ja. Guck das Ding mal an. Lol. Die haben echt ihre Gebiete zurück. Ja, das lag am Main-Freiwilligen, die haben das gecarried. Texas. Jetzt haben sie die Yucatana. Ich glaube, ich muss in der Mod-Mod-Mod-Texas spielen, es scheint Spaß zu machen. Also, es ist ja gut, wenn jetzt Mexiko halt so groß ist, also, wenn späten die, ich meine, später die Trokenprobleme ziemlich intensiv werden für die USA. Ich fände schon, würde Südafrika auch einfach sagen, ja, ich gehe da auch weg von Briten ohne Bürgerkrieg. Das wäre schon der Gericht. Könnten sie tun. Ja, dann wäre es doch viel besser, wäre es niederländisches Gebiet. Ich habe gesagt, das könnten sie tun. Ja, du weißt, was dann passiert, Lein, mit denen. Naja, sie können sie gar nicht, weil die haben die falsche Partei dafür. Die bleiben bei mir, also außer die Wechsel und jetzt nochmal. Hoffentlich. Merk ihr, der Niederländer, der ist hier echt ein bisschen, der will man nicht fallen. also, ob ich hier nicht niederländisches Gebiet haben will. Das ist kein niederländisches Gebiet. Über das Wasser abbrechen, weil das war nur minus 20%. Es ist einfach, wer hat den Napoleonischen Kriegen weggenommen. So, so, ja, genau. Was ist passiert? Ich habe gerade Heiko nicht gehört, weil die anderen gerade... Achso, ne, der Türke landet da mit 11 Einheiten irgendwie oder greift halt über Inseln an. Weiß nicht, ob er mit 6 Soft Attack angreifen will. Okay, okay. Scheiße, wenn ich... Ich bin Profi, ich design mein Tank fertig und merke gerade, dass ich 17 Arm XP habe. Nee, ich bin in Deutschland, ich bin in Militärfabriken, um Tanks zu designen. Hallo? Sorry, dann lasse ich es. Dann höre ich auf, die Tanks zu designen. Alles gut, alles gut. Du musst jetzt nur diese Anfrage annehmen. Vielleicht will ich nicht. Doch. Ich bin in Deutschland und habe dafür keine Zeit, weil ich meine Tanks designen muss. Schlecht. Irgendwie ist der Fokus an Lernens mit Slovakia gebypasst worden. Kannst du mir erklären, warum? Kannst du mir erklären, warum ich mich jetzt hier wieder drum kümmern muss? Sorry. Es dauert nicht mehr lang, die sind gleich tot. Ja klar, die rennen ja auch nach Wien. Warum zum Teufel sind die Serben jetzt beigetreten? Ich dachte, ich dachte so, haha, funny, funny. Egal, das ist Playalett. Ja. Kannst du deine osmanischen Träume ausleben, dann Fireman. Wenn du das so gern hast. Ich lebe meine Träume in Amsterdam gleich aus. Baum, Baum. Ja, Hummel, du kannst das nicht alles kümmern. Wenn deutsche Panzer über dem Fluss in die Stadt Budapest reinfahren. Was? Die Supporten und den Angriff von den Serben. Ja, perfekt. Und noch ein bisschen Army-XP. Oh, äh, ach fuck, Alter. Heiko, eigentlich solltest du das Ding nicht gewinnen. Warum? So schnell. Na, wenn dann mein Tank-Design weg ist. Ähm, das ist jetzt schlecht? Ja. Kannst du noch ein bisschen warten? Einfach nur halten. Ja. Das ist super. Ich muss wahrscheinlich eh Pratislava erobern. Du hast eh gerade gekresselt. Ja, merke ich auch gerade. Erinnert ist auch wahrscheinlich tot. Aber bei der Trümmel habe ich 95%. Zähle ich auch staunlich nervig, dass Serbien da mit dabei ist. Warum? Äh, weil dadurch die Einheit nicht gekresselt worden. Was? Also die die slowakischen Einheiten waren nicht gekresselt, weil die durch Serbien durchrennen konnten. Ungarn. Du meinst Ungarn. Oh, Ungarn. Map-Kentens. Ja, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Geografie. Geografie. Komplett versagt. Geografie. 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 zu kaufen. Geografie. 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 geschrieben und in Spanien geschrieben und in Spanien Russland. Aber ich finde es sympathisch, dass er sich auf Mathe konzentriert hat. Mathe ist aber auch das Einzige, was daran sympathisch ist. Kann man denn so scheiße sein? Sorry. Ich habe da immer ganz, ganz dubiose Anwandlungen anscheinend. Ich war neulich mit einer Freundin unterwegs und dann haben wir halt random Leute kennengelernt, mit denen geredet und dann hat auch einer erzählt, so ja, sie studiert Physik und dann Nein! Was? Aber ich habe meinen noch nicht besiegt. Ja, aber ich meine. Ja, okay. Und da war ich wohl begeisterter darüber, als ich es jetzt sein soll. Rück dann bitte, Heiko. Achso, ja. Sorry. Ach, fuck mich das gerade hart ab. Warum gibst du das Serbien? Warum nicht? Ja, ich will in Serbien einmarschieren. Ja, und? Das war ein bisschen schwerer, stell ich nicht so an. Jetzt gehört die Südslovakei Ukraine, sieht ästhetisch aus. Ja, der Rest wird wahrscheinlich auch demnächst ukrainisch. Ja, ja, das dauert jetzt nicht mehr so lang. Ja, da fahren ja auch die Panzer schon in Bratislava. Das war aus 0 Uhr, müsste scheinlich Feierabend sein, oder? Ja, Bratislava ist tot. Ja, ja, ich mach du kurz dann. Na, Schweden, dann, danke. Ich bin in den letzten fünf Sekunden noch in den Krieg reingecheckt, einfach so. Ja, meine, das ist der Klassische. Ich wollte auch mit im Krieg sein, damit ich als Sieger Siegermacht zähle. Siegermacht ist Siegermacht, was ich nur sage. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Wollen wir kurz mit Serbien noch warten, weil ich würde tatsächlich ganz gerne meinen Panzer jetzt noch mal designen. Ungarn ist wieder da. Ja. Ich würde mich jetzt ganz gerne noch schnell Rumänien erobern. Ich bin irgendwie erstaunlich aggressiv heute schon. Normalerweise spiele ich friedlicher. Das sagen sie alle. Tja. Müsst mir dann gegen Rumänien wahrscheinlich helfen, weil die sind schon nicht so schwach. Jep. Dieser Pfarrzigeuner. Hey, Ungarn ist ja wieder frei. Warum ist Ungarn wieder frei? Ach, die haben das Pappet. Schön, dass ihr auch anwesend seid. Das hat Feyerman vor 10 Minuten gesagt. Echt? Ja. Ach, Feyerman. Ach, Lein. Verdammt, ich habe irgendwie gehofft, dass die Rumänen nicht genügend Truppen haben. Gibt es eigentlich irgendeine Regel, die man eigentlich beachten sollte in dieser Runde? Nee, in der Türkei kannst du vielleicht eine Naval Invasion auf Rumänien. Plan sie sogar, es gibt nur ein Problem. die haben mehr Flotte. Ich kann ab so für United States gefällt jetzt einigen. What the fuck, was ist da passiert? Naja, die haben irgendwie alles verloren. Ja gut, die USA. Ich habe was bekommen von den USA. So, Leute, es geht dann jetzt los mit der richtigen Panzerproduktion. Naja, es ist mal angenehm noch mehr Linke in meinem Land, die mich töten wollen. Aber immerhin, Daniel, dein Land ist stabiler als die USA. Ja, das ist ja die Rechte. Ich habe Zeit, ich bin im Spielbeginn keine einzige Fabrik gebaut und keine Wirtschaft, also mein Land ist nicht stabil. Ach, falls. Hättest halt nicht den Frieden vertreten. Ja, ja. Das war sogar eine gute Entscheidung. Ich hätte nicht den worden erworben. Warum hast du keine Fabrik gebaut? Was war dann das Problem? Weiß ich nicht, irgendwie so ein Market Crash und so was. Kapitalismus ist richtig gut. Nein, das war eine ernst gemeine Frage. Ich hatte immer noch 120 Zima Gits. Ach, du Scheiße. Ich habe Alaska und Hawaii und Puerto Rico bekommen. muss ich relevant helfen oder reichen die Bomber? Bomber reichen wahrscheinlich. Sind da jetzt 1000? Ja, sollte ausreichen. immer noch 23 Züge, das kannst du doch keinem erzählen. Was war jetzt zur Türkei und der Naval Invasion? Äh, nichts, ich plane sie gerade. Perfekt. Ja, dann müsst es locker passen. Ich glaube, langsam spüre ich meine Arme nicht mehr. Solltest dir einen Tisch kaufen. Du setzt gerade um. Der wird wahrscheinlich einen Tisch besitzen. Ich werde bald einen Tisch wieder haben, keine Sorge. Daniel? Der ist auch aus Eichenholz. Oho. Daniel, weißt du, was ich gerade die ganze Zeit baue? In Massen. Panzerschiffe. Und ich liebe sie. Ich gehe einfach nachher so den Franzosen wegkonvoi raiden mit den Panzerschiffen. So geil. Ich finde Ubo 3 mit Schnorchel geiler. Nein, glaub mir. Die Panzerschiffe können tatsächlich was. Auch außerhalb von dem Konvoi raiding und sind stark im Konvoi raiden. Tatsächlich vor einem Tag gutes Essen gekocht und hatte davon übel viel und habe mich da jetzt tagelang drüber gefreut und jetzt ist aufgebrochen. Ich habe ich baue gerade aktuell drei Panzer pro Tag. Medium Panzer. Für mich werden keine Nachrichten angezeigt. Doch, die Nachrichten werden angezeigt. Warum habe ich eigentlich immer mehr Züge brauche, obwohl ich nicht mehr die Vision aktuell deployed habe? Hat das nicht vielleicht noch was mit der Motorisierungsstufe zu tun? Wir sind alle auf Pferden unterwegs und die Motorisierungsstufe ändert die Motorisierung und nicht die Züge. Ja, ich fand es so komisch, dass ich das umgestellt habe. Da brauchst du nach der Umstellung nur plötzlich entweder mehr oder weniger Züge. Keine Ahnung. Ja klar, wenn du deine ganze Division supplyst, dann brauchen die natürlich auf einmal die ganzen Züge dafür. Ich finde es interessant, ich kann Warpropaganda gegen die Deutschen machen, obwohl ich den deutschen Soldaten schicke. Ja. Daniel? Was hast du gerade für Naval-Tweet, die was? Ich hab... Oh, das gibt ja sogar was Positives. Ja. Wollen wir nett zueinander sein? Ja, von mir aus. Ja, okay. Ich verliere noch mehr PP dadurch, jetzt bin ich wieder bei minus 500, aber ist ja egal. Ja, ich war minus 500, das ist kein Unterschied mehr. Nee, ich hab jetzt halt einfach dieses Bremen-Dockyard- Scheiße weg, wo mir minus 15% Dockyard-Output wegnimmt, was halt echt geil ist, wenn ich dann tatsächlich mal Schiffe deploy. Ja, siehst du, es kann nicht schlimmer sein für England. So, äh... Positivste Moment. Wart mal an. Was? Rumänien. Haben die mir... Die haben mir einfach das Gebiet gegeben. Das ist ja frech. Oh. Kann ich dir das trotzdem den Krieg erklären? Äh, ich glaub, wenn du keinen Workul mehr drauf hast, nicht. Aber es ist eigentlich bei Rumänien... Sprech weiter. Äh, bei Rumänien sind die undurchdänglich ein Stinger. Warum ist das... Weil man, wir können alle dann drücken und du kannst nicht hochpassen. Wenn's nicht reicht. Darf ich wenigstens Greta haben? Eiko dann? Ja. Immer. Schweden und Greta haben. Ja. Warum nicht? Ähm, weil du ungefähr nichts geleistet hast. Ich hab geleistet, ich hab moralische Unterstützung gegeben. Es ist jetzt traurig, dass die mir das friedlich gegeben haben. Vor allem, jetzt könnte ich sie ja noch leicht erobern, weil die ganzen Bunkeranlagen jetzt auf meiner Seite liegen. Dups. Aber Rumänien hat ja teilweise auch noch hinter dem Fluss Bunkeranlagen. Ist, glaub ich, nur der eine dann, oder? Ja. Ja, dann ist er gut. Wie viele Truppen hat ein Russland? Hm. Hm. Die Supply-Situation in deine Richtung ist deutlich besser für den Russen, als da, wo er jetzt gerade kämpft. Vor allem, weil er von den Mountain die ganze Zeit zurückgeschlagen wird. Ja, weil die halt Supply haben, im Gesetz zu ihm. Weil die halt einfach nur zwei Supply-Hubs haben und der muss halt Ich hab nur noch Beginn der Great Struggle und damit greife ich Russland an. Ja, also muss es jetzt nicht unbedingt sein. Wie gesagt, ich würde immer noch gerne gegen den Alliierten Krieg führen. Ich hab noch nicht mal die tschechische Grenze gedacht. Ja, dann den Krieg. Ich kann ja eh keinem Lust. Wer wollte jetzt Jugos, äh, Serbien meine ich den Krieg erklären? Feier mir. Wirst du im Nuss Serbien den Krieg erklären, Feier min? Am liebsten schon, aber jetzt gerade wollte ich mich um die Araber kümmern. Ich hätte ganz gern Nord-Ungarn wegen den Ressourcen. Okay, du trätest einmal Alu mit mir. Ja. Du brauchst dann Nord-Ungarn 150 drin liegen. Richtig. auf jeden Fall wichtig. Ist essentiell. Ich sehe schon. Wieso willst du denn nicht das neue Tschechien halten? Passt doch besser. Das ist ein Border Guard. Das sieht eh schon schlimm aus. Wobei dann würde ich mich so richtig reinbohren in Deutschland. Ja, einfach nicht. wenn ich da Cors drauf bekomme. Ja, dann bekommt er das nicht. Entschuldigung, Cors Hub. Ne, okay. Nicht irgendwas interessantes machen. Wobei die könnten hier ein bisschen Stress machen irgendwann mal. Ich kann jetzt keine Agency gründen. Ja, doch muss ich. Also Hallo Warte Es ist immer schwierig Namen auszusprechen. So, was brauchen wir denn noch? Alles Wolfram und Rubber. Verdammt. Riecht beinens nicht. Fünf Fabriken auf Züge und es reicht trotzdem nicht. Ich baute zwei pro Woche aktuell. Moment, wieso wollen Leute mich schon wieder stutzen? Das finde ich nicht gut. Könnt ihr das bitte nicht machen? Da will jemand Mod werden und jemanden hast du nicht begrüßt. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Schaut Heiko überhaupt auf sein Chat wieder? Ja, er hat schon mitbekommen, dass er geschloss werden soll. Das ist schon überrascht. Das hat mich auch überrascht, dass der Heiko überrascht ist. Ich bin überrascht, das überrascht euch. Ja, du gestutzt werden sollst. Das ist natürlich ein Punkt. Das ist Standard bei dir. Ja, aber es ist halt ein bisschen schwierig, mich zu stutzen. Es ist eigentlich so schwierig, dass ich schon sehr entspannt bin. Das ist einfach unmöglich. Ja, außer Janik. Janik könnte mich stutzen. 20.000 Waffen. Nee, aber auch nicht, oder? Ja, nicht wirklich. Du bist ja der Discord-Owner. Der Discord ist schwierig, mich zu stutzen. Du kannst allerhöchst den Discord kaputt machen, das wurde aber schon ziemlich oft versucht, und er ist immer noch da. Yeah, danke, Schweden. Jetzt hab ich Tanks genug. Also nicht mehr Handeln. Ach, das ist doch eigentlich schon Handel. Die Russen verrecken immer noch. Ich verpachte nur dieses 53 Stück. Ja, ich mein, du hast ja noch genug. Ich würde sagen, irgendwie sieht das ein bisschen hässlich aus mit der Slowakei oder dass die Ukraine gehört. Ja, es wird ja auch noch Rumänien und so gehören. Leert. Ist ja jetzt nur gerade. Ist die Rumänien das Türke Höchstgebiet an? Nee. Ich spare mir jetzt tatsächlich die political power. Apropos, ich bin ja kein Rumänien an Ukraine und der Rest an Oh Leute, wisst ihr was nice ist? Ich vielleicht, kann ich nicht beurteilen, aber noch nicer ist, dass ich an jeden einzelnen Feind der Sowjetunion freiwillig schicken kann. Zwar immer nur eine Einheit, aber egal, ich gehe den richtig auf den Sack. Drei Einheiten, wow. Das ist so, wie der Rüste sich anstellt, ist das für den Weltuntergang. Was soll ich im Brust? Oh Leute, ich kann sogar mehr schicken, deutlich mehr. Das wird jetzt der Untergang, so der inoffizielle. So, gut. Ich finde es immer noch dumm, dass du Army XP brauchst, um was aus einer Division wieder rauszulöschen. Ja, das geht mir auch immer übel auf den Sack. Das ist sogar bei den, wenn wir die Events spielen, mit den kleinen Nationen sogar ein Riesenproblem, weil du musst den Leuten effektiv Army Experience geben, dass sie die Artillerie entfernen können, dass sie überhaupt irgendeine Einheit herstellen können. Dann Schiff. Was? Das Panzerschiff, was das für eine Art für Schiff ist, das ist doch ein Heavy Cruiser, oder? Ich glaube, ja. Dann verbessere ich nämlich die Kanonen von den Heavy Cruisern. oder halt die Kanonen, sondern die Shells. Mehr Piercing und mehr Attack. 12. Oktober ist endlich die Kneise nauffällig. Weil wir haben ja erst September 38. Ja, mir fällt auch auf, dass wir eigentlich relativ früh noch dran sind. Ich habe schon den ersten Medium Tank, den ich die ganze, den ich produziere, fünf Stück am Tag. Uff, Eisentheorie, du gibst Faschisten, als Faschist Sozialisten Equipment. Ja, Hauptsache nieder mit den Demokraten, wobei das auch nicht richtig ist, weil wir haben hier das nationale Kollektiv. Oh Gott, das ist ja richtig eklig. Das ist ja auch noch eine eklige Version von einer ekligen Ideologie. Wobei Hoodgi wird wahrscheinlich gefallen, die haben genauso viel Ahnung von Wirtschaft. Warte, was warst du noch? Indien sieht auch nicht gut aus. Indien ist explodiert. Ekligen ist aufgemacht. Ekligen ist aufgemacht. Ekligen ist aufgemacht. Ekligen ist aufgemacht. ist mir gar nicht aufgemacht mit Indien, what the fuck? Das haben wir vorhin. Oh, das ist aber ein normaler Bürgerkrieg. Die sind nicht mal, die sind nicht. Die sind alle friedlich zueinander. Ich kann da später halt ein bisschen alles nach und nach wieder zurückholen. Spaß, ne? Pakistan ist irgendwie größer geworden. Ja, stimmt. Ein Stückchen von Pakistan gekriegt. Also vom Bild her mag ich sogar im Indien diesen Paluchistan am meisten. Der sieht so westlich aus. Ich lasse es mit einfach nur trollen. Trollt wahrscheinlich auch wirklich bloß. Oh, ich kann Sochi angreifen. Das ist cool, wenn man tatsächlich mal Freiwillige in Land schickt, um den tatsächlich eigenen Feind zu schwächen. Hab ich da staunlich selten. Ich kann jetzt demobilisieren, das wäre irgendwie ein bisschen dumm. Ach, Katschi. Ich mache nochmal einen Spanienblödsinn. Irgendwie haben die Faschisten noch Waffen und die anderen nicht mehr so viel. Lein? Ja. Der kriegt gegen den Irak das wesentlich besser als der in der großen Heurunde. Also es klingt so, als ob es ganz schlecht für Lein lief, so wie er sich gerade anhört. Du warst dabei, Lein wieder deputiv. Du warst ja, dass es gesagt hat, Heiko, dass es schlecht laufen würde. Weil für mich an sich lief es so gut. Nur halb, weil man war ein bisschen genervt. Also mal die meine Runde. Ja. Das stimmt ja, da war ja was, die wird im D-Tag fortgesetzt. Ich lebe wieder. Ja. Ja. Neune und ich freuen uns schon. Ich kann leider nicht mitspielen. Warum? Du warst ja der Ungarn. Weil ich aus am Freitag die nächste Woche an dem Tag einen Test schreibe. Was für ein Test? Ähm. Ja, jetzt wird der Bayerische heute verkommen. Er schreift den Corona-Test. Er muss dafür noch mehr, der so negativ wird. Der Haupt doch einen Test, ne? Kein Witz, ich bin heute, also ich heute ins Testzentrum bin. Ich war einfach nur so, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich einen negativen Test habe und habe eben so einen Test, dann musst du Geburtstag eingeben, dann musst du jetzt die Datei runterladen, so übel ist die Hektik und dann so negativ. Ich so, oh, nice, schön, lass mal einkaufen gehen. The New American Republic versus the Solaris Revolt. Die Schoen. Die Schoen, ja. Die kämpfen gegen den Commonwealth of Colombia. Was? Ja. Das ist ja das andere. Achso. Das ist ja nicht meins. The American Republic. Oh, man. Dieses Commonwealth of Colombia verwandelt sich langsam in eben so einen KKK-Staat, wenn ich das so anschaue. Das ist es, glaube ich, schon. Warte, um welche? Um was geht's gerade? Um welches? Ja, deswegen haben die auch vielleicht ein bisschen mit den Shoshonen Problemen. Ja, um dieses Fasho-Amerika, dass die halt irgendwie langsam zum KKK wird. Sehe ich das richtig, dass der New American Republic basically ein Unternehmen ist? Oder wofür steht Corporate als Parteiname? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen kämpfen die Kommunisten wahrscheinlich dagegen. Ja, das die Kommunisten werden schon im Schwarzen geleitet. Optimal. Der wäre ja auch ein Vorki dafür. Alter, aber eigentlich müssten die United States of America, der Typ sieht schon so aus, als ob er seit 80 Jahren sein Familienunternehmen leitet und einfach die ganze Zeit sexistische Witze macht. So sieht der aus. Ja, gut. Ja, und die Trennung der Toiletten wieder eingeführt hat. Das könnte auch Donald Trumps Vater sein. Sag ich doch. So, Deutsch in Richtung Madrid unterwegs. Mir reicht's. Die Bürgsäger sind immer noch. Ja. Das fuckt langsam hart ab. Deswegen will ich da jetzt mal ein bisschen Impact reinbringen. Ja, ich bin auch von Situationen wie der spanische Bürgerkrieg dreht sich noch weiter. Ich fand's ja lustig, dass du zwei Leute von den Vorki haben von den Amerikanern. Neun Amerikaner und wer anders? United States of America. Ja gut, die haben halt ihren normalen weiß ich weiter. Die verlieren Kraft gegen also das geht ja gar nicht, wir müssen wollen jetzt erst dann schickt die Manu. dass die Union jetzt einfach mittlerweile tatsächlich einen Basic Glied hier Heiko, du auch wenn du Krieg führst. Ja, Manu, du auch. Wieso? Na, wir müssen nationalistische Spanien jetzt mal zum Sieg führen. Wieso? Warum nicht? Ja. Weil es sieht aus wie Putin, der reihe gemacht ist. Ideologie zum Sieg zu verhelfen. Ja. Putin mit mehr Haaren. Oh, die soll jetzt eigentlich nicht so laut sowas sagen, weil mein Fenster ist mittlerweile offen. Nichts, dass die Frage ist doch überdenkt, du bist ein Nazi. Ja. Das ist nicht ein Bayer Normal. Ach, alles gut. Die werden das nicht denken. Alles die werden das wissen. Ach, fuck. Die Forschung ist nicht zu lang gewartet. Ach, Heike. Ähm. Ich habe das Event Dawn of the Ottoman Empire und ich bin jetzt ein Falling State. Was? Was? Ich bin ein Falling State. Ja, Osmaner halt, ne? Boah, viel Spaß. Mit dein Fasing. Ja, Feierabend. Ich weiß nicht, was wir dagegen tun sollen. Ja, das ist das, äh, Media Service für den Infectory auch. Gratulieren sollen. Ich kann noch McDownt hören. Oh, schön. Ich weiß nicht, so die... Hab ich das noch wegen den Linkwirtschaftlichen Zusammenbruch? So, die National Spirits von Osman, die lesen sich richtig gut. Da ist man immer richtig froh, dass man nicht der Osman ist. Ja. Die Spanier haben Medien im Tank. Also, die bösen Spanier. Ja, es gibt ein paar böse Spanier. Mhm. Aber ich fand, dass man meine Navy endlich mal fangt mit an. Wenn es, wie gesagt, spanische Bögenkriege und so... Da schicke ich schon quasi eine Division. Auch Manu ist so... Da darfst du also schon Paolo ist endlich Infanterie niederleeren. Wie? Bei dem Land geht's scheiße, aber wenigstens gehen die Grenzen wieder mit dem Haus. Damit der weiß, wie das geht. Warte, ich frage, wer Deutschland spielt. Manu spielt Deutschland. Irgendwie sieht Deutschland gerade so ein bisschen aus, als ob Ostpreußen so einen Ausschlag hätte. Das sieht irgendwie so ein bisschen angeschwollen aus. Ja, ich muss mal was dagegen tun. Ja, aber ich würde sagen, man müsste dann noch so Stanislavov und Ljewov so einfach den deutschen geben. Sieht das einfach so aus, als wäre es ein bisschen weiter nach Osten gegangen. Die deutschen Grenzen. Ich mach jetzt hier Nationalized Foreign Industry. Das ist wahrscheinlich eine ziemlich dumme Idee. Damit geht zumindest mal die Efficiency von der Artillerie schnell hoch und das brauche ich. Ich brauche Eisen. Er braucht schon Artillerie. Ich? Ich hab ja sonst nix. Ich hab auch noch Infanterie. Schließe ich mich an? Ja, aber ich bau normalerweise andere Einheiten. Müsst du mal Manu fragen. Außer dem hast du eine bessere Industrie als wir. Es liegt dran, dass Helge wahrscheinlich schon den kompletten Industriefokus durch hat. Ja, ich habe auch den Fokus durch. Echt? Ich hab nicht mehr angefangen, so wirklich. Manu. Mein Navy Ja gut, Navy-Fokus kann ich noch machen. Manu, Ukraine ist Air Force. Ja. Könntest du ja jetzt anfangen? Guck mal hier dein Land. Destroy the Left. Ja, das bringt alles begrenzt viel. Ich baue gerade eben tatsächlich die Industrie, also ich kann die Rohstoffe pushen mit PP. Das mache ich gerade. Du könntest ja den Kratztagel beginnen. Übrigens ist nicht nur PP egal. Du nutzt auch Fabriken von dir. Ja, ich weiß. Boah. Ich stehe mir kackt gleich auf. Also ich habe aktuell 1,7 Millionen Mann im Feld. Alter, ich habe 160.000 Mann im Feld. Die habe ich gerade im Training. Auto ist ja hier. Ich habe 300.000 Mann im Feld. Ich brauche auch einen Foki und dann habe ich endlich diesen Londoner Crash hier weg. Mit auch mal Zeit. Ja? Wie ist der, ist der das Pasch mit Arabien wert? Viel. Okay, weil ich kann natürlich rötisch einmaschinen im nächsten Fokus. Kann auch überall da unten einmaschinen. Ah, endlich. Oh, nö. Ich bin gerade in Forschung und genau dann Ach, Lukas. Hi. Ja, aber ich fühle mich hier tatsächlich als ob ich in einem Sumpf kämpfe. Was? Ja, ich eine lange Geschichte. Du sollst einfach nicht hier kämpfen. Ich glaube, er ist betrunken, weil Erik ist auch betrunken. Weil Erik schippt mir gerade einfach eine Bacardi-Flasche. Klassiker. Ich will auch betrunken sein. Ja, ich auch. Aber ich habe Angst vor den gesundheitlichen Folgen. Ach, gesundheitlich geschmunt hat. Du redest, als wärst du schwanger. Oh. Das arme Kind. Ey, er sieht sich gleich. Die arme Frau. Ich weiß nicht, wenn ich schwanger wäre, dann wäre er die Frau. Ich bin gerade die Frau, aber trotzdem. Trotzdem alle Frauen schwanger. Ich bleib dabei, das arme Kind. Und ich bleib dabei, die arme Frau. Ich muss ja Heike auch schwängern. Ganz ehrlich, wer will Heike als Mutter? Ich bin eine gute Mutter. Nö, das kann ich nicht. In der Regel würde ich ja schon in Frage stellen, aber als Mutter? Es gab mal so einen Plan, was ich alles tun muss, bevor ich ein Kind haben darf und dazu gehört, dass ich einen Kaktus habe, der nicht stirbt. Aber da ich irgendwie immer so zwei, drei Monate in Leipzig bin und dann zwei, drei Monate in der Heimat, würde ich es wahrscheinlich sogar schaffen, dass ein Kaktus bei mir stirbt. Nimm halt den kleinen Kaktus mit. Ich werde doch keinen Kaktus mitnehmen. Ich habe eh immer viel zu wenig Platz im Koffer. Hohl dir so einen zwei Zentimeter hohen oder so. Ich hole mir so einen Bonsai, der nicht kaputt geht, wenn man den Koffer hin und her wirft. Nein, du musst einfach wie so ein Haustier, so einen kleinen Kaktus, eigentlich immer so mit dir rumtragen. Also mein Mitbewohner hat den Bonsai, der ist immer wieder kaputt gegangen, hat den immer wieder wiederbelebt, also muss das ja irgendwie möglich sein. Herzdruckmassage. Ja, jetzt. Es müsste theoretisch ein Blatt grün sein im Bonsai-Baum und dann würde es eigentlich weiterleben. Wenn der letzte Blatt sich gelb verfärbt, dann ist er eingültig tot. Natürlich hart. Und deswegen einfach Plastikpflanzen. Habe ich auch. Also ich hatte mal meine Ex-Mattelehrin, die kam aus Vietnam, die hatte sich mal drei Kaktusse gekauft und die hatte eigentlich übelst Wasser in den folgenden Monats reingetan in den Kaktus und die sind alle abgestorben. Ja, weil zu viel Wasser wahrscheinlich. Da merkt man wenigstens, dass sie nur Mathe so schließlich kann. Hallo. Der Pflanzentöten hat sie doch auch hinbekommen. Gleich haben wir in Madrid wieder mal. Alter, also wir haben damals in der Schule damals wirklich über mit dir diskutiert. Darüber. Das sind Pflanzenmörder in uns. Wir haben Physikunterricht über die Kaffeetrinkgewohnheiten unseres Englischlehrers geredet. Ja. Hört ihr das? Im Hintergrund, was? Okay, das nicht. Ja, irgendwie in letzter Zeit, also ich finde es, das kratzt mich eigentlich an. Also seit, also ich wohne ja quasi auf dem Campus, so. Und eigentlich, da ist auch eine Bar, so ist kein Problem, weil die gehen abzahlen, sonst die Uhr immer rein und das ist ganz cool, wenn du so eine Bar im Kalter hast, kannst du einfach hinlaufen, so easy game. aber seit Neustimmen sind da einfach immer Leute, die spielen ja die ganze Flunky Board oder wie es hier heißt, Bierball und halt übel lang, also bis vier Uhr morgens oder so, ist natürlich übel laut, weil du schreist stopp, du machst Flaschen kaputt und so und es triggert mich doppelt. Erstens ist es sehr warm, deswegen muss ich mein Fenster offen haben, deswegen ist es laut. Zweitens, ja, seitdem ich krank bin, seitdem ich krank bin, ist vor meiner Haustür und ich garantiere euch, auch sonntags, egal, jeden einzelnen Tag, eine fette Party mit 20 Leuten, mit Musik und allem und ich garantiere euch, sobald ich wieder fit bin, tote Hose wieder, für Wochen. Ich finde die Bezeichnung Frankie Balls eher befremdlich, weil bei uns das kann doch vielleicht eine gewisse Andeutung sein, dass vielleicht dich nicht jeder mag, wenn du es weißt. Jeder mag, die feinmügend läute mich, läute mich, wenn ich sauf. Ja, das wäre echt am angenehmsten. Schau mal in den Chat, ja, Erik, ich schaue in den Chat, aber du hast nur geschrieben Heiko Gay. Aber das war ja so peinlich. Perfekt. Ich habe neulich, wollte ich mich bei einer politischen Diskussion bei einem Streamer beteiligen, wollte es dann aber nicht mit meinem Hauptaccount machen, dann ist mir angefangen, ich habe noch einen zweiten Account, dann habe ich einen ewig lang seriösen Text geschrieben und dann ist mir wieder eingefallen, wie mein zweiter Account eigentlich heißt. Aber ja, ups. Wie du wirklich heißt? Nein, nein, definitiv nicht. Ist aber so, es ist kein Name, mit dem du eine seriöse Diskussion führst. War das dein früherer Account, wie du früher hast? Nee, das war der Account, den wir mal erstellt haben, um Leute auf Twitch zu trollen. Dieser ominöse Komometer, ich weiß es nicht. Das kann nicht ich sein. Das geht natürlich nicht, Erik, weil du bist ja hier, also kannst du ja nicht dort sein. Ich bin kein Failing State mehr. Ja, roll mal auf. Ja, wenn du kein Failing State mehr bist, dann könntest du ja mal nach Spanien auch Trupps schicken. Da muss ich mich erst um ein paar Arten kümmern. Ja, ja. Und Heiko, wie läuft es da drüben? Gegen den Pusten. Kommt nicht so ganz voran. Bisschen schwierig mit dem Supply da drüben. Alter, was ist das? Die Mountain Republik hat einfach eine geile Fahne. Muss ich verstehen, wie du last standest. Damit ich keine Orga von dir und weiter angreife. und ich das abbrechen kann im Gegensatz zu Force Attack. Tatsächlich neue Meter. Und wenn es tatsächlich auch Bohne gibt. Deshalb. Oh nein, ich mag den Mayrik, der hat einen Korallen-Swag. Erik, wie betrunken bist du? Es ist erst halb elf. Was hat er getan? Saufen halt mit Lukas und ich kann nicht mit saufen, Mann. Du bist einfach. Einfach dazu im Traum. Das Kind, das Kind. Gut, der Heinrich von Bayern. Wie gut ist denn der von dir? Dann dein Kind einfach Kevin und alles ist in Ordnung. Heinrich von Bayern. Wie gut ist denn der General? Ja, der ist ein Kommando. Mountaineer. Hat zwei Attack, vier Defense, drei General. Und ist demnächst Hillfighter auch noch als Adaptable. Wieder gespielt wir heute eigentlich. Bis wir fertig sind. Ich habe heute nichts mehr vor. Same. Ich auch nicht, aber ich habe eigentlich irgendwie keinen Punkt, so lange durchzuziehen. Das ist die Schweiz. Wenn du nicht mehr willst, dann kannst du einfach gehen. Das ist tatsächlich so. Ja, das letzte Mal hat man mir das einfach verboten, als hier ein bisschen unwichtiges Spiel. Nee, wenn wir was unwichtiges spielen, ist ja egal. Vor allem, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir die Runde jemals fortführen. Das heißt, wir spielen die Zeit heute, bis sie fertig ist. Dann ist gut. Weiß es nicht mehr. Manu. So lange her. Also ich bin jetzt schon körperlich ziemlich am Arsch. Du liegst ja auch. Du liegst ja auch auf den Boden. Ich muss halt morgen zum Mittagessen in der Nachbarstadt sein. Ach nein. Und muss ja dementsprechend vor zwölf eigentlich aufstehen. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Wahrscheinlich so am Samstag. Alter, Erik. Diese Frage ergibt halt doppelt keinen Sinn. Was erwartest du von Schrank, Erik? Ja. Ja, dem will das vierte Rom kommen. Das vierte Rom. Außer noch, das ist das erste Rom. Corona, dein Immunsystem. Ja, das war doch Russland. Die Jungfrau, Heiko. War das Russland? Nein, das war das dritte. Ich meine, wir, wenn die Aussage nicht keinen Sinn war. Nein, das wird ja das dritte genannt. Also ich bin mir ziemlich sicher, die Antwort ist nein, weil Heiko so oder so keine Jungfrau ist. Das ist richtig. Ich bin ein Sternzeichen, Jungfrau. Das ist traurig. Da passt wenigstens mal das Sternzeichen zu der Person dazu. Das ist unfassbar. Ich erobere uns Öl in Arabien. Mein Öl eroberst du. Heiko kriegt es ja nicht hin, in Rumänien einzumarschieren. Ja, was kann ich dafür, wenn die mir geben, was ich will? Chastify drauf, Mann! Was kann ich denn dafür, wenn die mir geben, was ich will? Rechtsklick, Chastify. Das hat die höchsten Reicherter haben jetzt auch nicht angefangen, den Ersten Weltkrieg anzuzufahren. Erik Lukas, ihr könnt auch tatsächlich noch nachschauen, bestimmt, wenn Blackman dann gehen will, wenn jemand die Schweiz spielen, so wie damals. Ja, Erik, ich spreche definitiv aus Erfahrung. Deswegen werde ich jetzt auch Mod. Da bin ich mir sicher. Ja. bei der Runde, die wir am Dienstag dann haben. Für Multimare, please no. Please doch. Das wird super. Damit Ungarn wieder aufstehen. Auferstanden. Außer in der... Kannst du nochmal gegen die Italiener erhebten. Ja, ich vermisse die guten alten Zeiten, als ich komplett besoffen mit Nikola durch die Leipziger Innenstadt gelaufen bin und die DDR-Hymne gesungen habe. Junge, das ist eine Woche oder so her. Das ist ewig her. Locker 4. Schau mal, ist das überhaupt so ein Committing dabei, die DDR-Hymne? Wir müssen jetzt als Amerika Vietnam befreien. Ihr könnt euch in Amerika raussuchen. Ihr könnt das Corporate State Amerika nehmen, das eine Herrscher einfach Corporate ist, das schwarze sozialistische Amerika, das ich mache die ganze Zeit fraufeindliche Witz Amerika. Ja, ähm, außer das Corporate in den USA hat keiner den Stoffe genommen. Sei genehmigt. Dann verabschiede ich mich mal. Für Mexiko, das ist ja ein bisschen starker Ehe. Ich hoffe, ihr werdet die Schweiz nicht vermissen. Auch unfassbar. Wenn sie eine Provinz erobert, sagt Bescheid. Natürlich. Guckt ihr auf den, äh, Livestream an, die ganze Zeit, 1% Ton in den Hintergrund laufen lassen, danke. Ich will es ja nicht sagen, ich habe gerade gemerkt, dass du vom Handy einfach auf Twitch noch der Livestream gelaufen ist. Ich spiele Rising Storm 2 Vietnam, oh Gott, das Spiel hat mir tatsächlich LA geschenkt, ich weiß bis heute noch nicht warum und ich habe seitdem nie gespielt, aber ich hätte richtig Bock mal drauf. Lade das jetzt auch mal runter. könntest du ja das Spiel runterladen, was ich vorhin geschlagen habe. Ich habe kein Stahl mehr. Musst du jetzt bei Download, wir können es am Schluss gleich im Livestream richtig unangenehmen. Es triggert mich hart, dass ich als Deutschland keinen Stahl habe. Leute, wir müssen jetzt langsam mal das Rheinland wieder befreien. Bin ich ehrlich. So, ich schlage das mal runter, Leute. Daniel, ich schicke dir gerade Heavy Industry Trade Agreement. Also du würdest sagen, du als Bündnisführer des Stahl packst, hast keinen Stahl. Erik, das was du mir empfohlen hast, ja, weil mein Stahl im Rheinland sitzt. Ich habe nicht daran gedacht, dass der Koffein drin ist und ich glaube, ich bleibe heute eine Weile wach, weil ich habe lange kein Koffein konsumiert, weil ich seit Tagen das Haus nicht verlassen habe. Ich erinnere mich an den legendären Livestream, nicht Livestream, Tag auf dem Discord, als Daniel morgens um vier auf einmal Rührei gemacht hat und es irgendwie so eineinhalb Stunden gedauert hat, aber es nebenher übertragen hat. Er hat euch gestreamt, glaube ich. Ja, ja, und ich habe davon Snaps gemacht und die Snaps wurden mir jetzt neulich angezeigt, das ist ein Jahr her, also das war vor irgendwie einem Jahr und ein paar Wochen. Alter, zu lang. Ja, das ist einfach echt so. Und da sind aber auch noch ganz dubiose Snaps dabei von dubiosen Dingen, die ich da mit manchen Leuten mit Smoked so ganz gemacht habe. Da waren wir dubios, voll. Na gut, das ist dann die Zeit. Oh, ich habe gerade eben nur durchgescrollt und sehe einfach nur so Snap, ich werde das nicht überleben, wie ich mit einem Cocktail von meinem PC sitze und Discord offen habe. Das kann nicht an uns liegen. Ich glaube, oh, Alter, was habe ich damals denn gesoffen? Das Ding ist, ich kann von Kolumbien einen Kaffee bekommen, Alter, was ist das? Ich glaube, diese Corona-Partys haben meine Leber zerstört damals. Nein. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt will. Doch, doch, das tut gut. Ja, ja, Kaffee, das habe ich schon. Ich habe mir einfach Corona-Partys waren immer gut. Ihr müsst überlegen, ich habe mich einfach effektiv, ich will auffahren. Einfach effektiv mich jeden Samstag maximal besoffen. Ich will auch Mountain hier haben. Hilfe heute meine ich. Ich greife einfach irgendwo an. Wenn ich den Trade kriege, kriege ich den Trade. Ich bin da jetzt nicht so passiert drauf. Ich mache Plätze, Plätze in Deutschland. Alles war EM, warte mal. So, jetzt, Daniel. Es war, jetzt war einem Jahr EM, ist es dieses Jahr WM? Moment, ich bin verwirrt. Ja, stimmt, das war ja, weil es verschoben wurde. Ja, da war ja was. Oh mein Gott, das ist ja Katar-WM, das wäre lustig. Leute, die Bambel-Party ist einfach, die war am 2. Juli. Ja. Das ist auch schon wieder ein Jahr her. Ja. Habe ich eigentlich immer noch die Flagge von dir, Daniel, oder hast du die mitgenommen? Ich glaube, die habe ich da gelassen. Stimmt, weil ich glaube, die hängen auch. Hoffe ich doch mal. Du hängst. Warte, warte, Was wurde da jetzt schon wieder gespammt? Oh nein, Rape Shadow Legends. Bitte nicht. Rape Shadow Legends. Ich besauf mich heute noch jedes Wochenende die richtige Einstellung. Die USA schickt Freiwillige, das ist witzig. Woher? Hier unten in Russland. Ja, der Punkt ist der. Irgendwie so in letzter Zeit. Die USA nicht mit allem im Krieg? Ja, irgendwie ganz dubios. Heiko, guck dir die Fahnen mal genauer an. Ah, das ist dieses Berg-Ding, oder? Ja. Mountain Republic, ja, stimmt. Ich hätte vielleicht einen Angriffsbonus mitnehmen sollen dafür. Ja, ich bin endlich raus. Sie sind und ohne Krisen, ist das befriedigend. Jetzt destroy ich erst mal der Left, einfach so, aus Prinzip. Hoffentlich funktioniert es bei dir bei mir als nicht funktioniert. Ich bin raus aus der Depression. Perfekt. Ja, Erik. Das habe ich hingeschickt. Ah, du wischst es. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Alter, ich habe einen Abonnent, der gute Tom, und Tom ist einfach jeden Tag saufen. Kein Witz, also, ich denke immer, ich trinke viel und dann adden mich irgendwelche Abonnenten auf Snapchat und die schicken mir einfach egal welcher Wochentag, egal welche Uhrzeit, Bilder von Bier. Moritz. Lungen. Ja, Lungen sauft wie Tom sauft immer. Ich habe auch, ja, das ist richtig schlimm heute ist, wir haben bei uns in Leipzig einen Studentenclub und zwar die Moritz-Bastei, die wurde damals von Angela Merkel unter anderem, damals noch von der FDJ als FDJ-Zentrum quasi errichtet. Ich habe den Grundstein gelegt und die haben jetzt irgendwie 40-jähriges Jubiläum und da ist schon ein Riesenparty und ich bin nicht dort. Ich meine, ich dürfte wieder hin. Ich bin freigetestet, aber es wäre auf jeden Fall eine unglaublich dumme Idee. Ich kann mich vorstellen. Ich weiß nicht, ob wenn ich dann eine halbe Stunde in dem Raum rumhuschte, ich vielleicht früher oder später doch noch ein paar Leute ein bisschen anstecke. Es ist doch schön, ich habe nur einen Konsumer kurz. Das würde ich auch gern. Ich habe 20 wieder. Ich bin mittlerweile auf 51 runter. Mir fehlt gefühlt alles. Also wenn man bedenkt, ein Konsumer kurz ist ja quasi eine Art eine Fabrik und die eine Fabrik ist eigentlich, produziert eigentlich das ganze Essen für das schwedische Volk. Die Konsumgüter, also Luxusgüter. Eine einzige Fabrik ist für die Bevölkerung. Für alle. Ihr alle kriegt jetzt, so wie in Kuba, ich habe mir heute einen Podcast angehört über Kuba und es ist da wohl so, du kriegst zwar kostenloses Essen weil Sozialismus und so, aber du kriegst halt pro Haushalt irgendwie pro Monat vier Eier. Und du musst kein Biologe sein, um zu wissen, dass das zu wenig ist. Unternehmungswissenschaftler. Die meisten dort besitzen aber auch so Hühner und alles. Ja, die meisten machen das quasi alles da ganz dubios. Du darfst nicht zu viel besitzen, weil sonst würden ja Leute reich werden und das wollen die natürlich nicht. Also ich habe da unten eine fette Ferienwohnung. in Kuba. Ja. Okay. Davon darf ich überhaupt was besitzen. Was? Es ist nicht so wie China, dass dir das Land nicht gehören kann. Es gibt ja eigentlich seit Jahren den Running Gag, dass ich mit 25 draufgehe und nachdem ich so halb an Corona gestorben bin, mit 24 ist das irgendwie. Ja. Mal gucken. Wer hat sich so nicht mehr so viel Gag Bittelein? Ach nein. Ja. Wenn du einen Todeswunsch hast, heißt das nicht, dass jeder einen hat. Hä? Das habe ich jetzt nicht gesagt, dass ich einen habe. Nicht? Ja, ich sage mal ein bisschen Chat für alle durchscrollen. Äh, da, 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 ist doch keiner gestorben, aber vom Wasser schon viele ertrunken. Äh, Manu? Finde ich gut. Soll ich Angst haben, wenn der Britte in meiner Puppet, äh, hohen Einfluss hat? Lö. Ja. wenn der Britte von zur Seite ist. Ist ne, naja, der hat die Niederlande getötet. Manu, du bist die Niederlande. Ja, die Puppet, die eigentlichen Britten gehört. Wieso spielen wir eigentlich auf zwei? Spanier vielleicht, weil Feiermann die ganze Zeit hinterher legt und dich ständig wieder hochschalten muss. Achso, okay. Deswegen. Wir töten jetzt mal den Spanier und dann hat sich nämlich der Krieg auch mal erledigt. Sind es nur noch ungefähr 38 weitere Kriege in der Welt. Hm. Da geht's ja noch. Also, ich zähle neun. Krieger. Ja, ich seh immer noch keine ukrainischen Volunteers in Spanien. Warte, Spanien? Da ist immer noch ein Krieg, Halko. Da ist immer noch ein Krieg. Ja. Ja. Die ganze Zeit, und wir sagen die ganze Zeit, dass wir da mehr Truppen brauchen. Ey, ich schick da grad auch das Verein wieder geht. Winnen. Wenn du nicht in, das ist dann der vierte Bürgerkrieg, in dem ich helfe. Ja, okay, ich kämpfe drei Kriege gegen Russland, aber... Hinter ein Kriegen gegen Russland. Ja, ein Krieg reicht nicht, dafür mag ich Russland zu sehr nicht. Ich schau mir grad das Equipment der Russen an. Hör auf, damit. Apropos unterdrücken, fällt mir grad eben auf, ich muss mal gucken, was meine... Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, der Wirtschaft kommt auch langsam wieder in Schwung. Man, ich würde sagen, wir greifen dann hier als nächstes an. Einfach erst neununddreißig, so. Ja, bei dem Zeitpunkt geht es für manche die Welt, Robert. Okay. Den Zeitpunkt habe ich noch nicht im Singleplayer-Spiel nach 30 Minuten. Richtig? Das bezweifle ich. Singleplayer auf jeden Fall. Singleplayer auf fünf durchrennen lassen, wenn ich Frankreich spiele, immer wieder, ich spiele erstaunlich auf Frankreich. Naja. Selber schuld. Bei der Geschwindigkeit hätten wir auch schon fast Millennium Dawn spielen können. Ich glaube nicht, dass wir mit Line Millennium Dawn spielen können. Es geht. Wisst ihr, dass Line nicht das Problem ist, sondern Fireman. Ich weiß nicht, warum wir bei Line müssen reingehen. Vor allem, weißt du doch, die Runde Millennium Dawn, da bin ich auch nicht da. Stimmt, bei Line war doch das Problem, dass er einfach nur eine SSD bräuchte und dann wäre es gar nicht mehr ganz so schlimm. Naja, Team Fortress lag bei mir manchmal. Ähm. Dieses Game. Warum kann ich denn nicht mehr spanische Airbonatier schicken? Fireman, wann holst du dir einen neuen PC? Aktuell ist die Hardware wieder billig und das ist tatsächlich so, also außer du brauchst eine Grafikkarte, dann bist du am Arsch, aber das brauchst du wahrscheinlich nicht. Ja, da gibt es auch relativ preiswerte. Ja, es gibt tatsächlich aktuell alles. Vor allem das Gute ist ja, äh, zum Beispiel hat Intel ja einfach einen fucking i3-Prozessor rausgebracht, der einfach optimal fürs Gaming ist, der kostet irgendwie 100 Euro. Äh, Manu? Hm? Wo möchtest du die Freiblinge am besten haben? Ja, oder? Einfach hier und dann versuchen, dass wir dann mal eine Seite zumachen und dann wegdrücken und töten. Die können ja, also die werden ja nicht gekesselt, sondern die können sich ja mit anderen Spanien wieder retten und das müssen wir jetzt halt einfach mal irgendwie unterbinden. Beenden. So, äh, ihr wollt den dunkleren ausschalten? Ich hab keine Luftwaffe und ich hab keine guten Lupe. Ihr wollt den dunkleren, also den lilaneren ausschalten. Den schwarzen sollst du volontierschalten. Also Richtung Malaga runter und dann halt da dann erstmal alles abkarten. Wollen wir nicht den einen einfach mal komplett ausschalten? Der eh schon... Das haben wir vorhin schon nicht geschafft. Ach so. Da hat er dann noch eine Stadt oder so. Das ist halt Spanien, die brauchen halt nicht viel Gebiet. Dann würde ich eher gucken, dass wir... Wir behandeln halt den eher als ein Ganzes. Würde ich machen. Gut, das wäre aber schon eher sinnvoller, wenn wir die einzeln rauspicken, oder? Oder haben die... Du kannst die halt nicht einzeln rauspicken. Die haben Militärexes und alles. Ach so. Zusammen auf beiden Ländern. Ist natürlich schlecht. Eben. Was? Ich bekomme durch die Dodge States zwei Zivilverhältnisse. Wen soll ich grüßen? Kennt man den? Ach lol. Ich konnte eine russische Einheit gäste. Perfekt. Ah nö. Dafür habe ich jetzt Consumer Goods 2. Ach nein. Wie viel habe ich denn? 14. 24%. Naja, für... Wie viele Millionen Einwohner hast du da? Ja, ein paar mehr. Ich habe 32, das sind 15%. Ich habe jetzt auch knapp 2 Millionen Mann im Feld. Aber inzwischen glaube ich ausreichend Artillerie produziert, um endlich mal hier Support-Artillerie hinzufügen zu können. Na, wobei mir fehlt... Ja, perfekt. Kann ich auch noch hier eine Artillerie hinzufügen? Ja. Nein, kann ich nicht. Dafür habe ich definitiv... Aber wenigstens hier so ein bisschen was. Bitte lasse die Einheiten... Ah ja, gut, gut, gut. Ja, nice. Ich meine, mit Support-Artillerie habe ich hier ja quasi schon Elite-Einheiten im Vergleich zum Feind. Und im Vergleich zu den Verbindeten. Du redest vom Brusten. Du redest vom Brusten, oder? Ja, von allem eigentlich. Wenn ich mir angucke, was die Leute so einen Soft-Attack haben. Also die Spanier haben Medium-Tanks. Das ist ein Problem. Ja, ich wollte es kurz gesagt, ich habe deswegen gesagt, wir werden halt mal irgendwie... Warum die Medium? Die 8.0? Aber es ist 1 bis 15. Ich kann aber hier wahrscheinlich gleich kesseln. Also jetzt nichts Riesiges, aber... Gut, wenn du es schaffst. Gut, jetzt würde ich den kolumbiärischen Kaffee... Ich fühle trotzdem... Hat jemand von euch eigentlich Flugzeuge über... Ich habe keine Flugzeuge. Es holen die Kripsis über Niederlande gerade. Wunderbar. War scheinbar wunderbar, dass der Komponente gemenschen wurde. Ich wollte es mal in Westwahl. Was ist das für... Die Menschen sterben? Die Menschen... Oh, ich kann Rheinland-Referendum machen. Das sind bestimmt nicht in die Hose gehen. Ich glaube, es kann nur für die Adiierten in die Hose gehen. Und sonst kannst du es ja mit einer Rheinland-Besetzung... was? 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 Wann willst du das dann ungefähr mit Ungarn machen? mit Ungarn, achso wollten wir da einmarschieren ja gut, jetzt haben wir ja gerade, also ich würde mal den Spanischen Bürgerkrieg fertig machen sonst sind ja alle unsere Freiwilligen schon wieder weg wir können quasi von vorne anfangen ja bitte bitte erst Spanien beenden ich habe tatsächlich, ich meine ja, das ist jetzt ein Minikesselchen ja, ja, ist gut, ist gut, da sind Panzer drin ist halt der Panzer jetzt dran hat sich gerade beim Rauskreuzen aus wie Leidtank ja gut, aber immer in drei Divisionen drei Division sind drei Divisionen eben ich bin nicht beschwert, ich finde es gut je mehr im Spanischen, desto besser aber dieses Supply-Hub hier in Cordoba endlich uns gehören ähm, ich kann da sollte mal jemand hin einer, ja ich starte meine Landese an den Spanier ich finde es sogar, wie Spanier hier so Lightpanks haben so als Icon aber überhaupt aber nur Infantry drin haben ja, das ist immer ganz dubios bei KI Supply-Hub A da unten oder? ne, ne, nicht wirklich ah doch, wir haben da das Supply-Hub beobert nice, ist halt noch nicht fresh, aber das ist gut aber es ist einer, weil keine Connections vom Capital hm? weil es noch umgebaut ist ne, ne, da ist keine Schiene hoch so, nach ja, weil das hier macht keinen Sinn so, das ist von da bis dahin ja, da fehlt da fehlt die Schiene kann, lass mich ach, das wird gebaut das andere keine Schiene bauen ja, da fehlt hier die Schiene von dem zu dem ach so, das Gelbe heißt, dass da keine Schienen sind ja, da ist dann aber das kaputt da werden die gerade gebaut ach so, die werden aber repariert ok, also müssen nur warten repariert, irgendwas von beiden wird gemacht ok, da oben könnte man was machen naja, nehm ich hier oben durch wenigstens noch die Grenzbrigade 3 von der Schweiz drin wenn Manu nicht mehr da ist immerhin, seine Truppen kämpfen weiter ja, meine spezielle Schutzwache macht auch was äh, die spezielle Schutzwache von Paulus den hatte ich tatsächlich eigentlich als Generaltum und dann war er auf einmal weg war ich schon frech ich wachte jetzt auch zum Infanteriliter tatsächlich ja, ist doch in Ordnung ich habe jetzt mal halbwegs eine Division, die man für was benutzen kann scheiße nein, no supply from capital was soll das ich habe gerade mein Template geändert äh, Leute, Leute, Leute ja zu scheiße die sind komplett reingesnackt nein die, die, die wir haben im Norden gar keine, äh, Grenzen das habe ich ja immer noch ja gut, bin schon da ist auch ein Medium Tank drin wir könnten den, maybe, kesseln versuchen wir konnten durch ganz Mittelspanien den Nachschub abschneiden ja, tatsächlich, wir kesseln jetzt ziemlich schlau sowas muss man nutzen ja, die spanische KI hat schon den einen Dinger gekesselt ja, wir brauchen die Provinz wieder für die Versau die KI jetzt hat mhm auflesen uns selbst wieder umgebaut jawohl, die greifen, die greifen mich an jetzt übertreiben sie ja bei mir vor der Haustür äh, wo hässlich doch dieser Manpower kriegen für so einen langen Krieg äh, in Spanienkrieg, also im Bürgerkrieg kriegst immer zusätzliche äh, Division war das nicht so, dass auch im Bürgerkrieg zusätzliche Manpower mhm ich fand sogar bei bei Millennium Dawn konntest du ja so, so schön äh, Kindersoldaten einsetzen bei Bürgerkriegen mhm ist ja auch richtig so ich glaub macht das heute, äh, echt noch ich hoffe, man hört das Feuerwerk bei mir nicht doch Scheiße oh doch, das hört so gut durch ja, das ist einfach jeden, jeden Abend Feuerwerk äh, man hat einfach push the talk aber das Feuerwerk ist immer so, dass ich's nicht seh, das ist richtig traurig hehehe, also bei Alcos, naja, auch push off, geht's ordentlich auf und der fuckt hier bei mir ist immer Party und vor allem dafür nicht ja, okay, gut wobei ich glaub, ich weiß, woher dieser Effekt kommt, also ich denke, es ist immer Party es ist am Wochenende immer Party, aber ich selber bin halt am Wochenende nie da deswegen merk ich das sonst nicht ich hab nen fucking Marienkäfer, der auf dem Kabel meiner Maus rumrinnt sehr schön mein Kessel hat funktioniert es sind zwar nur zwei Einheiten, aber es hat funktioniert besser als nichts ich versuch jetzt einfach mal Spanien in zwei Hälften zu schneiden ich bin auch grad dabei Gewillksäger, Deutscher, mit irgendwie 260 Soft-Attack was? ja, deine Gewillksäger haben ja richtig geile 260 Soft-Attack hä? hast du denn mit den angestellt? ich hab Arti reingepackt hä? aber meine haben auch? meine haben 290 sogar mit 40er Breite Arti also ich hab nach 40er, aber okay meine haben grad mal 100 wenn's gut läuft und ich hab 20er Breite ich hab auch die Arti 2 drin ich weiß nicht, ob ihr die schon habt ah ja stimmt ich hab die letzte Upgrade noch nicht Arti 2 hab ich oh mein Gott ich hab nur Consumer Goods oh richtig geil vor Hunger Volk vor Hunger also ich hab auch nur eine Fabrik für kurz und Güter Heiko? ja magst du versuchen von Valencia Richtung Barca zu pushen? ähh kann ich versuchen? also ich hier quasi irgendwie ich versuch jetzt erstmal hier diese Häfen alles zu nehmen dass wir ja ah fuck Valencia ist der einzige richtige Hafen alle Kante gibt's noch scheiße alle schon halb falsche Richtung ich sehe schon mal was naja wir müssen da jetzt ein bisschen drauf fokussen da kommen wir da gut durch ah Leute wir hatten dasselbe vor da hinten sind irgendwie Anachos gespawnt hier drin das ist so ne Bürgerkriegs äh Modifikation dass die spawnen können wenn die irgendwie ein Teil von der Provinz einnehmen ich hab jetzt ich greif jetzt noch von der zweiten Front Valencia an da sollten die eigentlich demnächst schon mal brechen ja das Feld Valencia gehört uns ich wollte gegen die Mods streiken gegen aufs Maul wer streikt wer sagt das kommt direkt auf die Liste Moment the Wolf King? wann dafür hab ich meinen Brief an warte Philipp sehr gut äh du warst äh heute wäre eine Demo für Handwerker gewesen aber ich war zu faul ach die Front mechanikisch immer wieder grandios stell ein dass Truppen sich auf drei Provinzen verteilen sollen sie stehen auf einer und der Feind rennt jetzt einfach durch alle gut 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 du bist Richtung Valencia ich hab so ich geh jetzt mal das Parlament auflösen weil ich gar nicht was schäfigen könnte ja einfach niederknüppeln wenn er was falsches sagt du da steht dran das Mail freier Konsequenzen Daniel gut funktioniert einfach niederknüppeln ok 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 wie machen wir das jetzt wie machen wir das jetzt? die sind topangreifen oder bot spanien die sind viel LoL gespielt oder? wo das war Bitte? Du weißt ganz genau, wie viel ich gespielt hab. Ja. Ja. Stimmt, das ist mir sogar mal gesagt. Auf die Minute genau. Was hat der Video oft gespürt? LOL. So viel. Nein! White Piece. Was? Die haben mit einem Spanien White Piece gemacht. Zu Glück hatten wir noch Valencia. Sonst wären wir jetzt am Arsch. Ja. Es macht so gar keins, ne? Ja, Muster wird dann auch noch bald erobert. Geht's am Nord nach Barcelona durch? Ja, ich bin im Süden Richtung Rest. Unterwegs Malaga. Schaut mal nach Korobati rum dort. Alter, da ist gerade eine Sirene angegangen, Alter. Ei, ei, ei. Hat mich sehr verliert. Schön ist, jetzt kann sich der Spanien auf eine konzentrieren. Mhm. Es kann sein, dass ich bald ein Paulbild an der nehmen und ein paar Leute niederschieß. Solange noch nicht meine Leute niederschießt, passt das. Nee, das ist so dumm. Wenn meine Parlamentarier reinlaufen. Ja, die kann man wegmachen. Kannst du nichts kesseln. Kannst wieder nichts kesseln, das ist so dumm. Wenn ein Weibes ist, dann müssen sie wenigstens alle die diplomatischen Bündnisse... Alter, was packst du mit Gebirgsjäger rein, dass du 400 Software-Track machst? Naja, ich hab doch gesagt, meine sind ein bisschen stärker. Ja, Gebirgsjäger in Spanien macht immer Spaß. Vor allem bei Gebirgsjäger kannst du halt Artillerie ohne Ende reinpacken, weil die ja standardmäßig mehr Orga haben. Das heißt, der Orga-Malus durch die Artillerie ist nicht so wild. Ich wünschte auch, dass ich 4 Artillerie schicken kann. Da würde ich solche krassen Einheiten auch ausbilden. Ah, müssen jeder in... Ah ne, Heilbronn nicht Heidelberg. In dem schon. Alle in irgendwelchen Bahn-Württbergschen steht mit H. Sobald, sobald jemand Krieg ist, kann ich Artillerie schicken. Sehr cool. Endlich, mein Sonder-Kfz-11 ist fertig. Ich erforsche jetzt auch mal die bessere Artillerie. Das ist, glaube ich, wichtiger. Und wenn man produzieren... Einfach stark. Dann werden die jetzt auch noch Weitpies machen. Ja, dann ist aber wenigstens der Krieg vorbei. Sehr schrecklich. Bleibt zwar geteilt, aber es... Kann apropos, wenn die erfolgreiche... Heiko, du ziehst dich von den gegnerischen Spanien zu dir nach Norden hoch. Kann die erfolgreiche Demokratisierung des Irans bekannt geben. British Persia. Ja, übrigens, der eine Araber hat immer noch deine Bar. Ja. Ach, der, den du... Ah, ok. Ok. Kann der mir immer noch das Öl geben da? Ah, Achtung, nö. Vier Einheiten, nö. Weil das nicht... Muss ich wohl schnell Barcelona erobern. Aber ich hab genug Öl in Kanada. Ich hab da... bisschen investiert. Ich hab... bisschen was gekesselt mit Schweden zusammen. Ich glaub, Barcelona muss gleich fallen. Na, ich hätt länger... Ich hätt den Orga-Bonus... äh, den Planungsbonus länger mitnehmen sollen. Jetzt ist es schwierig. Hm. Ich halte Franzose haben den Schiff von mir versenkt. Das ist so hässlich aussehen, dieses Spanien. Wer erklärt den Krieg? Ey. Gib mir einen Scheiß, die ist teuer. Ich kann direkt mit. Oh, sie entschuldigen sich aber gerade. Egal. Ja, ich kann die Entschuldigung leider nicht ablehnen. Aber ich hab keinen Fokus. Was ist da die Wichser? Beziehung. Also ich bin bereit, gell? Ich kann direkt den Krieg da, ne? So. Äh, ja. Ich hab halt mein Land noch nicht gefixt. Ja, aber das ist auch so. Daniel, ich glaub, du wirst dein Land auch nicht mehr fixen. Daniel. Ich glaub auch, ja. Ich hab demnächst mehr Mills als Civs. Also... Wisst ihr, was lustig ist? Ich hab jetzt meine, ähm, Freiwilligen aus zwei Ländern, aber in einer Provinz stehen, weil das da komplett verpackt ist. Belgien garantiere ich mal nicht, das ist glaube ich. Ja, das ist sehr gut. Belgien gehört niemand. Lein kannst du Belgien angreifen eigentlich? Äh, ja. Also, äh, ja. Ich hol mir noch die Faktors, dann geh ich die zwei Faktors für Belgien runter. Sven, alter, dass du's noch nicht gemacht hast. Müsst du mich verharschen? Ja, das ist schön, dass du dachte, da könnte ich auch meine Kolonien wieder mit dem Morgen, ne? Jungen, Belgien. Gar keine Kolonien hier, Alter. Äh, doch. Belgien und dann können wir weiterreden. Klar nicht. Belgien kriegt er. Ja, ja, das ist mir egal. War keine Kolonien. Das Schöne ist ja auch, Belgien hat auch kaum die Vision mehr als... Nein, scheiß drauf, du kriegst ja ein Dings, kriegst du... Das ist ein White Piece, steht da jetzt wieder dran. So, ja. Das ist jetzt, das ist jetzt entnektiert. Warum braucht das Autosaving so gar nicht? Weil er es bei mir grad geleckt hat. So, ja, optimal. Jetzt gibt's noch die Republik Spanien. Und die anderen. Sieht schon gar nicht mehr so kacke aus. Da unten. Das Parlament wurde aufgelöst. Gut. Österreich hat auch ne Wehrpflicht, oder? Ich weiß zumindest von jemandem, der ausgemuscht hat. Und... Ich meine, die hat eine. Ja, die hat eine Wehrpflicht. Warum rennt eine spanische Division bei mir rum? Und jetzt in der Türkei. Republikanisch. Nicht nur so ein Bündnis. Also, das sind auch Touristen, oder? Oder haben Spanier keinen Döner verdient? Nee. Ein republikanischer, also... Okay, war das mit Ungarn und Serbien? Ich kann sie rauskicken, wenn ihr... Ja. Jetzt müssen wir halt warten, bis die Länder raus sind. Ah. Sechste Dezember. Können wir überhaupt... Also, ich kann aber keinen justifien. Muss jemanden... Sechste Dezember. Achso, okay. Ich mach das nicht. Ich kenne mich da nicht drum. Das ist euer Ding. Ich werde auch nicht joinen. Schön über eure Grenzen kämpfen. Was? Ich werde gegen Serbien nicht joinen. Achso, gegen Serbien. Welchen helfe ich dir, wenn du Hilfe brauchst du nein? Erstmal die Eliteeinheiten auch rausholen. Die Eliteeinheiten wieder landen lassen. Komm erst am 15. August wieder her. Ah, never mind. Ich hab ja noch drei davon. Ha. Die vierte ist gleich fertig. Und dann geht's noch drei davon. So. Das ist die große Frage. Ihr werdet vom Aufbau weißer. Da gibt's noch die, die Wälder aus. Das ist der beste, die sich zu diesemystem aufhauen. Ist nicht drinnen. Ich würde mir da gar keine Sorgen machen, der ist ja auch nur hochtrainiert als Veteranen aus Spanien. ich will gar nicht den generalsender die die gemein hat meint der von bayern ja und dem geht es auch gut er hat aber seine hilfe leider nicht bekommen aber er hat jetzt mittlerweile 4 attack 5 defense eigentlich ist auch mittlerweile die russische industrie gar nicht mehr so scheiße ja das problem das ist doch gut ich komme ja davon produziere ich 11,6 medium tanks pro tag okay ich habe jetzt an der links grenze habe ich 14 40 breite medium tank division stehen an der kieler grenze und diesen fehlen gerade noch knapp 3000 tanks möchte ich gerade noch um designt ab 40 aber dann könnten die ärger machen und luftwaffe ist bei mir also und wir sind erst 39 und wir sind 39 wenn man weiterlebt bleibt es dabei ich hole mir mal kurz mal essen ja es hat sich aber gebessert manu also nicht mehr so schlimm wie früher ja vor allem ich check halt nicht warum es teilweise echt läuft und dann und dann gar nicht wieder kann vielleicht sein dass ich immer wieder mal aufs water okay ok hey line ja du weißt du musst jetzt nicht unbedingt die factories machen sondern eher ich dachte von es ausgemustert zu werden mit dem belgien besitz können wir auch ähm ne es ist ein tag noch halt da war ich das noch ja ich meine ja nur und da gibt es ein research also bis zu 30 cifs und bis zu 20 mils das heißt du könntest damit schon deutlich deutlich stärker werden ich kann auch meine panzer dann zu dir stellen so das wäre genau zum ausgemustert werden das geht wahrscheinlich schon irgendwie ja du musst halt einfach irgendwo untauglich sein ja also mein vater hat es geschafft weil er einen motorradunfall hatte und dann irgendwie seine beine komisch waren mein vater hat einfach gedient mein vater wurde einfach nicht eingezogen weil sie gedacht haben dass der in die serbische armee geht und die serbische armee hat gedacht er geht in die bundeswehr dann hat keiner ihn eingezogen optimal äh nikola war war fünf minuten lang in der serbischen armee weil du musst da ja irgendwie hin dann kannst ja aber du kannst ja wenn du drin bist austreten deswegen war er dort also eingetreten ausgetreten thema erledigt mittlerweile nicht mehr mittlerweile ist wie die bundeswehr eine berufsarmee ok ja gut nikola ist schon ein bisschen älter das war ja wahrscheinlich vor zehn jahren oder so also dann wie gesagt ich bin bereit wenn du bereit bist ja ich ziehe gerade truppen an die grenzen ok wollt ihr serbien eigentlich noch vorher irgendwie hinkriegen oder wollen wir jetzt einfach mal es werden ja wahrscheinlich zeitlich nicht willkommen es wird wahrscheinlich zeitlich nichts werden wenn wir erstmal noch warten müssen die waffenstillstand etc dann machen wir erstmal den westen fertig ich schrieb dann auch nein müsste belgien noch vorher besiegen ja das wäre ich glaube noch drin ich gehe ja jetzt das sind nur noch 84 tage ja wo ist es jetzt kannst du doch meine pfanzel ja da du ja gerade die direkte grenzen alliierten hast könntest du dich um albanen kümmern äh ja ich bin jetzt aber auch nicht den kleinen hafen was ich muss start bei daniel einhandeln ich hab mal den ganzen stahl bei dir eingehandelt ich hab auch mal den ganzen stahl bei deutschland eingehandelt ich seh es beijing und portugal auch und die united ich hab mich eigentlich 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 die schulden die schulden und gehen wir weg kannst du irgendwie zurückzahlen mit decisions glaub ich eben nicht okay also ich fortify gerade Tirol ich inspiziere dann mal das Militär nach so 5 nach so 5 kann man da auch mal vorbeischauen stimmt philip du bist ja irgendwo am bodensee da war ja was ist immer geil egal wo ich hingehe egal wo ich poste irgendwas auf instagram nach irgendwer schreibt mich an die ja warum hast du nix gesagt und ich hab immer so keine ahnung ich weiß ja nicht wer wo lebt und was tut alter so imagine man hört den leuten zu ja aber ich kann mir ja nicht von jedem merken wo er lebt das ist schon ein bisschen anstrengend wieso krieg ich eigentlich keine ach jetzt ich hab gerade so die ganze Zeit wieso krieg ich keine LKWs plus ich produziere doch 10 am Tag boah ich musste die ja erst noch in meine äh Panzerdivision einbauen wenn man die Panzerdivision können einfach keine Mechanized mitnehmen weil sie dann zu langsam werden weil die Panzer einfach zu schnell sind für die Mechanized bis jetzt kannst du es noch ändern so das ist schon die ganze Zeit attrition weil ich an der russischen Grenze stehe ist ein bisschen dumm auf Pause wer leckt wahrscheinlich Fireman das ist schon die ganze Zeit das ist schon die ganze Zeit ich stelle mal welche Richtung Albanien heike und dann also ich schicke mich schon ja schon unterwegs den Rest also aktuell Luftwaffentechnisch stecke ich ziemlich viel ab hier unten bei dir kann ich nichts geben vor allem bei den aktuellen das riecht da unten so schlecht Supply ok 1% attrition ist schon ok ich bin von der Naval Bomber im äh Ärmelkanal wie schnell greifen wir an weil da würde ich noch den Angriffsplan also den Staffplan machen äh so warten wir auf da jetzt go und dann gehen wir rein mir fällt jetzt auf erst auf dass man beim Officer Call noch extra Sachen einstellen kann ja was warte was Officer Call was meinst du ja wenn du da drauf gehst auf Officer Call hast du oben drei Sachen wo du noch einstellen kannst und überall ja seit dem Update ja ich dachte dass das bei äh Basecamp ja diese wo du vorne beim ersten Tab schon einstellen kannst Alter Heiko ich bin so neidisch ich guck gerade in deinen Stream rein du hast 580pp ich bin immer noch auf minus 150 ich hab keinen einzigen Berater irgendwo bitte ich würde gerne meine Economy und meine Recruiter bei Population hochstellen ich kaufe aber jetzt mal was bei dir ein so ich klicke kauf nicht bei Briten kauf bei Deutschen ja dann hau mal mehr Eisen raus ja gib mir das Rheinland sie Arschloch sie Arschloch Alko wenn ich auswandere warte was ja die Ausländerquote ich hab gerade ein Event bekommen Revolution has broken out habt ihr irgendwas mitgebracht? nein nein ah jetzt hab ich was mitbekommen was denn? dein Land ist gesplittet er hat noch 15 Stunden hinterher jetzt kommen wir ah ah wer bin ich sie sehen sie sehen die Trüppchen sind unterwegs sie sehen die Vision das ist nix ne das war wegen meinen Puppets also also interesting kannst du mir während der Zeit Artillerie schicken Deutschland ja ja ich brüch 1400 oder halt bis zu 1400 könntest du mir auch Artillerie schicken ich weiß nicht wie viel ich dann hab was? ich möchte so senden dann kann ich nämlich sehen wie viel ich besitze und nicht ach so wie viel du brauchst wie viel brauchst du Heiko 1400 hast du gesagt? genau genau hab ich nicht ich hab 400 jo mein Land polnische Art genau kommen jetzt von die Hunde irgendwie mit jedem Dachwurst ausnahmsweise nehm ich tatsächlich mal so den Mist den die anderen Nationen übrig gelassen haben ja perfekt danke nein das muss auch nochmal schickst schick mir nicht diese Anfrage weil ich da nichts machen kann nein schick mir auch diese Anfrage ich produziere 11 Artie am Tag aber irgendwie du wenn du was übrig hast ich höre mich auch freuen ja ich hab gerade neun Artie übrig äh wäre würde sie danken annehmen also ich werde den Rutsch bereiten ja wir würden kurz noch warten bis vor allem wenn wieder ganz ist also mach ich noch einen Fokus ich hab meine Recavalerie schicken sollen aber Operation fuck das nicht gestartet das ging jetzt schnell ja das war ja nur ein kleiner Aufstand mit 10 Division Frieden naja oh ja ich hab ja Ankara gehabt ey 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 jetzt jetzt jeder auf seine Position Heiko du Richtung ja stellst dann gut weil man stellt sich auf ja meine wie sieht es bei dir aus gut muss den Fokus 38 gucken wann es 20 du kannst drauf klicken doch wenn du auf dein Land drauf klickst mit rechts klick siehst du next delivery expected und dann stehen die Tage drin ah ah ja genau stimmt dafür dass ihr das gewonnen habe bekomme ich 100 pp ich würde euch ja pp spenden ich hab genügend aber irgendwie hast du schon die ganzen officer call ich hab alles drin kannst ja bei die süßen kannst du immer machen dass dein ganz rat eine slot mehr bekommt ja gut du hast bessere industrie als das würde ich auf jeden Fall also außer das manu nix soll ich meine puppets behalten ne schmeiße weg wer braucht schon puppets du kannst auch das alles beitragen das war ein witz mit wer braucht schon puppets ich bin so froh wenn diese artillerie kommt dann ist mein leben ein besseres auf die anderen haben keine gekriegt ja ich hab durch den Bürger gekriegt sogar welche verloren also ich finde sehr schön wie Georg hier und die mount immer noch stand halten das ist nicht schlecht lustig wie sie die mods so sloppy geabt haben dass einfach das Ding noch Naval Doctrine Research Speed gibt wer das Kickstart Naval Production gibt aber noch Naval Doctrine Research Speed über 10% haben sie wohl was vergessen ja ja stimmt glaube ich in meinem Mod bei einer Nation auch noch ich glaube das war die Serpent's Hand dass da noch der Flug falsch ist da war ja was wo würde ich das jetzt updaten dann gäbe es sehr viele zusammen lang 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 die äh er muss halt mal sich wieder ransetzen und weiter programmieren tatsächlich denke ich in den letzten Tagen sehr oft darüber nach setz lieber ran und fix dein PC ey was ist nämlich anlasse der einfach mal auf team hieß irgendwie anführungsstriche fix dein PC anführungsstriche dann so Strich Idiot 2020 wie handeln wir denn das ist nicht gut wenn wir über die Strecke handeln ich sollte nicht durch den channel mit dir das ein doch kannst ja und was heiko kann was kann ich wir haben alle eine wo du im single spielen kannst welche die scp mod oder die andere achso ey heiko wenn du nichts mehr bauen kannst und Stahlprobleme hast könntest du bei mir die Infrastruktur ausbauen ich kann jede Menge bauen ich hab ganz viel Platz in meinem Land ich hab nur zu wenig Fabriken umzubauen die Arbeitskräfte schnorren was 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 ich geh jetzt in die Artillerie Produktion hoch gerade hier wird nachher so in Artillerie überschwemmt ja bitte bitte ich produziere am Tag 16 Arti aktuell das muss mehr werden ich produziere 6 ich bin gerade so faul und benenne einfach meine Marine Divison das spezielle die einzelne davon nein brauchst du da jetzt eigentlich wirklich Hilfe oder reicht nicht kommt drauf an war noch Truppen übrig falls irgendwer irgendwo Hilfe braucht aus München fliegen dann die oder ne aus Graz fliegen dann die Taktik Taktik Bomben über die Benedikt alles tot also wenn es weiter läuft jetzt hat jeder meiner Marine Division den eigenen Namen noch ja ich habe jetzt jede einzelne so Marine Div und dann hat 6 den Namen ich mache gerade die neue Wehrmacht ich konnte meine Logistik eins hochstellen Gott sei Dank endlich genug Trucks perfekt weil die Seife von Belgien ist sogar noch gebraucht Frankreich auch ne nur Belgien willst du Frankreich anfangen ja ich fange jetzt Frankreich an ist aber wirklich perfekt einfach ne ne ich meine aber wann du bereit bist also wir machen wie gesagt Belgien kurz fertig und dann achso über sechs Tage dann ist Belgien soweit ich muss halt in sieben Tage Fokus machen um den Krieg zu erklären wo ich einen freien Fokus habe es gibt wartime mobilisation ok ok jetzt verstehe ich die haben die unbedingt ich schicke gleich zu dir ein paar Leute die fragen ob du meine Armee fixen könntest ich sage auf so so das lassen wir lieber oder haltet einfach den Bosporus dass die nicht in der Ukraine landen naja höchstens wegen den Schweden wo kämpfst eigentlich du hast du dich bereit gemacht gegen Kopenhagen zu kämpfen so die sind auch in der Antarn drin ja in Finnland auch worauf wir uns gerade komplett vorbereiten in Finnland auch ja gut aber für beide habe ich glaube ich ein bisschen zu wenig Truppen muss ich hier halten und hier solltest du die ich habe noch Truppen übrig die sterben alle an zu kein Problem ja gut ich lasse auch trainieren ja das solltest nicht in Gebieten machen wo du kein Essen hast ein ein nötig er in einer wird noch vielleicht stellen das in Kopenhagen decken und ich mache das mit Fliegen zu den Stellen die werden da nicht durchkommen und Gissel und Packsteinschiff in diese Provinz rein oder so er kann sie nicht drüber laufen aber die Konzer abschließen ich habe Truppen übrig ohne Ende ich schick schon das werden auch also die Panzer sind für Dänemark erstmal bereit so leichter Overkill oder leichter Overkill ich kann auch nichts dafür die haben angefangen ich habe gefragt die haben es mir nicht gegeben unfair ich finde schön Lein marschiert da einfach richtig stabil durch ja ist entspannt so mit 350 Soft Attack gegen ja wobei Luftwaffe ist nicht mehr da oder doch ein bisschen Luftwaffe da ist 12.000 Bomber 1200 Bomber so ich glaube es nicht dass man mir liegt sondern eher Manu warte wieso baust du Bomber und keine Kass ist das irgendwie habe ich irgendwas schon wieder nicht mitbekommen ne das ich wollte einfach was anderes machen ach so das schöne an Kass ist die kannst du ja auch so richtig geil stacken mit den ganzen Boni die es gibt und macht ja unendlich viel Damage das einfach kann halt damit jetzt halt auch die ganzen Air Force vom Gegner wegbomben gut das ist natürlich viel leichter und viel mehr Luftwaffe hat ist immer so geil wenn man viel zu viel Luftwaffe hat und man greift so an so die Bubble sagt nur so rot 3 und du bist so nix rot 3 ich komme da jetzt easy durch der Krieg hat gereicht dass ich endlich war economy habe auch mal 39 weiß ich ja optimal nein dir gehört noch was also das könnte ich höchstens machen um ein bisschen mehr military factory construction zu bekommen aber eigentlich habe ich ja consumer goods null ich würde dann einfach Rwanda machen aber nicht liberaten äh ja das heißt ich kann nur taken eben taken und dann kannst du den als Puppet freilassen wieder mit den decisions perfekt das lief ja gerade richtig gut durch echt jetzt guck mal in deine decisions und dann kannst du freilassen ich kann es auf jeden Fall integrieren die ganzen Sachen aber ich sehe nirgendwo dass ich das freilassen kann da gibt es diese es kann sein dass es jetzt gleich erst aufploppt ja ist auch die Frage ich habe jetzt auf jeden Fall erst mal alles integrieren davon so jetzt bin ich der new wehrmacht büscht einfach die neue wehrmacht ich halte mal die Grenze dann zu Frankreich da unten versuche ich zu ja du machst das dann da mit dir im Rheinland okay ich habe noch zwölf verhältnismäßig starke divisionen falls jemand irgendwas irgendwo braucht ah wir tschechen mit rein push so schnell wie wir sind gegen tschechen okay 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 gar nicht dran gedacht die tschechen sind auch böse okay okay aktuell würde ich behaupten sieht es ganz gut aus was wir alles abgedeckt haben wir haben sonst irgendwas vergessen maybe nein wir gehen wieder zurück nach Berlin der Paulus kann man das denn irgendwie abbrechen ich will den nicht was ist bei dir aber jetzt haben wir drei Länder da unten weil ich das nicht aus Kongo frei lassen alter 30 arm xp geil ich wollte da ab ja Alter nein ich glaube du hättest erst Kongo frei lassen sollen und dann hättest du ich glaube Kongo ist erst freigelassen okay dann ist es weird weil bei mir kam als ich erst die rack freigelassen hatte und danach konnte ich noch den am zu den das ist auch nicht so wild Daniel bist du so weit du kannst starten mit deinem Fokus bekomme ich halt mehr er trägt aber auch mehr die auch ein army cap oder die Kali also kannst du mir den nicht wieder rüberschicken ich hab den damals nicht mal los geschickt von mir anfangen von mir aus auch ich warte nur auf Daniel ich bin an sieben tagen im krank ich kann direkt die klären ich habe auch noch Krieg rüberschicken Haben die schon wieder einen Krieg, Alter. Aber diese Arbeiterrepubliken, Alter. Wir hätten Südamerika einfach löschen sollen. Das ist viel zu viel Krieg. Wir hätten generell ganz Amerika löschen sollen. Ich glaube, da würde Spieler anbessern laufen. Und Indien. Indien ist doch ganz schön. Indien ist ja wieder ein bisschen 100 Jahre zurückgeworfen. Ist Luxemburg eigentlich auch da drin, nicht, oder? Nee, Luxemburg ist nicht drin. Äh, Manu? Hä? Ich schließe jetzt mal ein paar Verträge mit Mauser, okay? Wem? Achso, ja. Komm ja aus. Ich habe die gar nicht drin. Ich habe die grüner Weiß drin. Dann klaue ich die mir, okay? Und ich die einfach. Ja, ich finde Mauser... Naja, nicht so. Meine Trades her. Ich gebe mir halt Soft Attack und Brakes. Finde ich die 15% Produktionskostenrunde. Deutlich geiler. Mauser gibt mit 10% Soft Attack, 5% Breakthrough und 10% Resort. Ich gebe sie halt. Mh. Invertrieb. Und zwei Graschen, ich einfach 0,5 Produktion. Und da herrscht Rie. Oh ja, das gibt viele Clashs. So. So. Fällst los, ich würde Frankreich nicht gegen Deutschland schlauen. Sollen sie halt. Ich hole mir den Rest. Erstmal. Jetzt mal die wichtigen Fragen klären. Üben. Mal kurz wegmachen. Und vor allem Kiel oben. Ja, der Kiel, gell. Ich tue mir oben ein bisschen leid. Genau, da kann man mir nochmal... Kann man mir nochmal Artil-Rig dann schicken. Ich habe gerade ein bisschen Plus. Ganz zeitig. Also ich nehme auch immer alles, du wüsst nicht. Aber aktuell geht's. Also ich habe jetzt nicht einen krassen Mangel. Oder LKWs wenigstens. Da kann ich Motorisierungsstufe machen. Ich habe sogar selber gebaut inzwischen. LKWs habe ich nicht genug. Die brauche ich für meine Panzer. Rechtzeitig zum Krieg die Fighter 2. Also bin ich jetzt mit Albanien im Krieg? Weil Italien und Frankreich nicht geträumt sind. Aber die Türkei ist mit Albanien im Krieg. Ja, das nehmen wir rein. Das ist ein Warsky-Mann. Der Fireman könnte uns alle... Ja, der Fireman könnte uns reinrufen. Das ist ja ganz praktisch. Hab ich... Du musst das aber auch wollen. Ach Leute, ich habe gar nicht das Radar wie im Base Game. Ach, kann man doch nicht die Submarines hier nicht finden. Damit hätte man nicht dahin sein. Jetzt kam das an. Sehr schön. Jetzt wird er glückt. Italien hat seine Grenze nicht gewacht. Also nur zur Hälfte. Oh, das Deutsche Reich hat akzeptiert. Ja, schönen Dank. Oh Gott. Komm, wir können uns mal Pause machen. Oh, wow. Oh, no. Aber die hier... Ein paar Irländer fühlen sich ein bisschen unabhängig. Ja. Wie kommst du darauf, wo der Staat Irish Free State heißt? Oder... Es fährt auch die perfekte Zeit, den United King, der Mann zu fragen, ob ich meine Kolonien wiederbekomme. Sag ich die Reihenbildung? Ne. Sag Gott nein. Die jetzt endlich mal Hamburg durchpushen. Lein und seine Kolonien. Ist es mit Island jetzt eben noch gewesen? Keine Ahnung. Aber Dublin ist so eine Stadt-Provinz. Ja. Äh, ja genau. Ich wollte es sagen, wir können weiter machen. Ich war gerade dabei, die Ehren schön zu integrieren. Und die so... Nein. Ich habe drei Franzosen gekesselt. Uhu. Warte noch kurz. Ich habe drei Italiener gekesselt. Ich achte nicht drauf und habe Frontline einfach laufen. Ähm, die Franzosen verlassen ihre Kolonie bei mir. Ja, die Franzosen haben aber auch gerade andere Probleme. Ja, ich glaube, ich weiß, wohin die wollen. Wir können in Finnland durchstarten. Wer ist wir? Ja, eigentlich noch mit Heiko. Achso. Oh. Aber paar. What the fuck? So, erstmals ein Dank. Wir wollen das System des Gebiet zurückgeben. Das ist doch schön. Also, äh, Schweden, nur, dass du das verstehst. Die Einheiten, die da stehen, das ist einmal Kavallery. So, die sind einfach nur dafür da, dass da halt was steht. Ja, kannst du ja trotzdem nutzen. Ja, kann ich. Das ist richtig. So, Dani, ich habe jetzt ausnahmsweise mal die Iren nicht unterstützt. Äh, ja, bitte. Das wäre ganz gut. Kein Problem. Ich mache mir gerne Karle. Äh, Manu? Was? Die haben da eine Provinz frei. Falls du so Panzer hättest. Wo? Da, bei Nancy. Ja, ich habe da gerade andere Probleme. Wo ist die gerade? Die werden ja ein bisschen atmen, so alles. Da läuft doch eh schon allein. Oh. Wollen wir jetzt nicht auch noch so rein, wie Idioten. Das war's. Die soll werden. Ich glaube, davon nicht mehr. Ich habe Hamburg endlich zurück. Arno? Hm? Lieferst du Artillerie? Was? Lieferst du Artillerie? Nee. Schade. Alter, das heißt, die Vision schneller war, dass es meine. Krieg ist und ich... War halt vor dir angegriffen. ...ein Helbo braucht einen Mühlenforcen. Hab vorher dir angegriffen? Nee. Doch. Was willst du... Ich habe nämlich aktuell 2,1 Millionen Mann in Felden. Jede Division von mir braucht Artie. Ja, Paris ist schon gefangen. Ja, natürlich. Ja. Sagt gerade eben noch nichts aus. Ah, lol. Okay. Da oben seid ihr rein. Gut, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass das Rheinland noch nicht uns gehört. Ja. Battle Blender und so. Die haben halt gelastendet. Ah. Okay, soviel zu Tschechien. Soviel zu Tschechien, auf nach Italien. Mit wie vielen Jahren kommt man in den Kindergarten? Eine gute Frage. Ja, mit drei. Ich wollte gerade sagen. Ich stelle eine Kindergärtnerin, deswegen weiß ich sowas. Ah. Das ist gut. Immer wichtig. Ja. Das ist immer die beste Möglichkeit. So, eigentlich müsste man mit gefühlt jeder Berufsgruppe so für drei bis sechs Monate mal was angefangen haben. Ich glaube, man hätte einfach ein übelst krasses Allgemeinwissen. Alter, Daniel, du willst jetzt wirklich mich abcutten, da? Ich battle plan da durch. Ich mach da nix. Alter, Daniel. Und wenn fragt auch einfach Military Access an, dann kannst du doch durchlaufen. Hey, mir geht Köln. Und Daniels Echo geht's halt so gut, dadurch, dass er einfach nicht unser Feind ist. Nee, Meil, geht's immer noch nicht gut. Glaub mir, ich kauf bei dir einen. Ich kauf immer noch 40% Konsumgut. Und ich kann das nicht mehr hochstellen. Ich könnte jetzt auf Hold and Moke, was super wäre, aber ich hab keine PP. Ich bin wieder auf dem Milch. die Ukraine kämpfen kämpfen jetzt Ukrainer hier drüben. Ja, die Ukraine unterscheidet die Türkei gegen Frankreich im Nahen Osten. Das ist doch mal. Alles klar. Wie viele verschiedene Ecken willst du haben? Ja. Ich meine, das kann man mal machen. Wenn's dafür irgendeinen Grund gibt. Befreiung und Entnazifizierung von Frankreich. Naja, Putin hat das ja auch witzigerweise einfach geklaut von den Sowjets damals von Finnland. Ja, die haben genau dasselbe gemacht. Das ist so witzig. Also die Finnen entnazifiziert haben. Die Finnen. Hat sich grad Italien noch weiter in den Kessel rein manövriert? Keks. Oh. Oi, oi, oi. Ja, Tim, jetzt hätte ich mit dem Kessel zustande gekommen. Kleiner Riesing. Passiert, passiert muss. Ich glaub, der Kessel hat das ganze Heussystem durchgetriebelt. Ja. Der war halt einfach es war so ein Mindgame von mir, dass ich die KI dazu gebracht hab, mich selber in so eine Kessel zu manövrieren. Alter, alle sind am Saufen. Mach's doch auch. Bin heute nicht im Streaming. Alko. Danke, Tom. Danke. Endlich mal ein normaler Snap. Danke, Manu. Kein Problem. Also für alle, ich heiße auf Snapchat Heiko und Peby. Falls ihr noch feiern geht, schick mir bitte keine Snaps so schweinig. Ja, Uwe, du hast grad was beschworen. Ja, aber ich glaub, wir haben 23 Uhr noch den Livestream geguckt, der geht heute nicht mehr feiern. Ich wollt grad sagen, das ist ja... Manu, geh mal kurz feiern. Ja, klar. Geh mal geschwind. Kleine Party. Manu, dass ich nicht eine hätte, weil ich wüsste nicht mal, wo in meiner... Ich wüsste immer eine Party schon an meiner Haustür. Ich wüsste auch, wo eine Party ist. Manu, ich mag hinter dir runter, vor drei Stunden nicht da sein, dann schicken wir Heiko und dann fahr ich zu Black Man und feier mit dem. Er schläft und hat sich ein Bein gebrochen. Ich feier mal mit jemand, der sich ein Bein gebrochen hat. Ich bin weg, ich und geh mit ihm feiern. Das ist mir egal. Ey, wenn du ihn ansteckst, ich sag dir, dann fahr ich nauf. Da gibt es Ärger. Du sagst auch nauf, das ist wichtig, also hoch, weil da hat sich eine Freundin von mir übel drüber aufgeregt, dass meine Verwandtschaft und meine Freunde immer sagen, wenn sie von Leipzig reden, dort im Norden, also oben. Wir sind nicht oben und so. Ich sag doch, für mich ist alles über Mannheim Norddeutschland. Hey, euch über der Donau aus Bresten. Ja, ich wohne tatsächlich so, ich wohne 20 Kilometer nördlich der Donau und das ist ein bisschen so ein Problem. Ich kann tatsächlich alles nördliche Donau können kein Schwäbisch. Ey, ich wohne schon sehr nah an der Donau. Bayern kein Schwäbisch? Hm? Müsst du aber sagen, Bayern kein Schwaben. Hm, ne. Alter, jetzt kommt der Volkssturm in Essen, in Köln. In Köln. Ja. Kölner Volkssturm. Na, die kommen, dass sie jetzt endlich frei sind, Daniel, und sich endlich wieder uns anschließen können. Achso. Das war's mit der Kielzone. Mhm. Daniel Mark hat's abgelehnt. Oh, ne. Jetzt nutze ich ein paar Sachen aus. Klar, meine Kablerie rennt tatsächlich durch Feindesland. Das funktioniert. Ja, meine Panzer auch. Alter, als ob Daniel uns tatsächlich vom Supply abgeschritten hat. Also ihr könnt Koblenz, äh, frag doch einfach an, dann kannst du durchlaufen. Heiko, du kannst Kopenhagen auch angreifen, wenn du magst. Äh, hab ich versucht. Achso, ja, okay, ich kann mit angreifen, aber es bringt halt tatsächlich wenig, weil ich hab da irgendwie sieben Soft-Attack-Angriff. Und? Aber da haben die wenigstens diesen End-Circle, ja, passt schon. Zehn Soft-Attacks und zehn Soft-Attacks. Doch nicht. Aber wenn ich jetzt halt meine, deine Panzer blockier und die nicht rein reinforcen wegen meiner Infanterie, dann bringt das natürlich nicht so viel. Du musst halt gucken, dass es nur zwei angreifen. Ja. Die sind schon drin. Oder, guck mal, drei gehen auch noch. Zwei reichen. Jetzt soll erstmal dein Panzer kommen. Und wir sagen schon 0% Chance zum Geh wieder raus. Weil wir eine 176. Es sind ja zwei drin. Heiko? Ja? Ich finde, wir sollten Aleppo wieder erobern. Ah, was sollen wir erobern? Aleppo wieder erobern. Ja, ja. Ähm, der Punkt war auch der, ich musste ja diesen italienischen Kessel da ausnutzen erstmal. Ja, witzig. Sagst du, dass wir deine Truppen da gekesselt sind? Ja. Wir können dann tatsächlich noch weiter kesseln, wenn wir da. Ich probiere jetzt was wildes aus. Iron Man goes wild. Naja, da drüben ist meine Puppet und wir haben da keine Division. Jetzt hat mich einfach die aus dem Kessel gefestigt. Finnland hat tatsächlich mehr Verluste wegen mir als wegen Schweden, obwohl ich da einfach nur einer Kavallerie stehen habe. Loll. Äh, Heiko, ich hab den Spieß gerade rumgedreht, jetzt haben wir einen Kessel. Ja, perfekt. Es ist auch ganz gut, weil Aleppo wird jetzt nicht so einfach zu erobern, nur mit Infanterie. Wir haben Dänemark getötet. Könnt eure Division da abziehen. Perfekt. Aber hä, warum hat eigentlich Deutschland Verlust an Finnland gemacht? Haben sie jetzt irgendwo Truppen in Frankreich stehen? Kann sein. Aber Frankreich steht noch ganz gut dafür, dass es Frankreich ist. Ich habe die Hälfte meiner Armee in Irland gerade. Die Hälfte meiner Armee steht noch um die Maschino-Linie und kämpft gegen das Enzirkelte. Weil sie sich gedacht haben, yo, ich muss ja nicht weitermachen, wenn Manu nicht hinkommt und Rechtsklick macht. 100% War Support und deswegen 5% Reinforcerate extra. Das heißt, ich mache Rechtsklick, meine Truppen sind instant da. Das ist schön. Das habe ich auch. 100% War Support. Ne, ich habe 90, aber das geht auch. Daniel, wie viel War Support hast du? Geht sogar. Ich habe 100 War Support und 82 Stabi. Ich bin immer noch auf Early Stabi. So, Heiko, jetzt bewegen sich ungefähr 70 Division von Deutschland nach unten nochmal. Die gerade noch an der Maschino-Linie rumgegammelt haben. Daniel? Warte, jetzt kommen die Juden. Warte, was? Ich einfach mal so random raus, jetzt kommen die Juden. Wenn wir eine nicht negativ ist, dann stellt sich meine Division nicht mehr an einer Frontlinie auf. Dann machen die das nicht? doch anscheinend doch. Ich habe es gerade bei mir. Doch, die machen es noch. Ich würde tatsächlich gerne noch Weißrussland vernichten. Wir werden auf jeden Fall beide vernichten. Ja, die Juden sind nur dabei. Ich könnte ihnen die Iren geben. Ja, nee. Jüdische Iren. Paul, jetzt bin ich verwirrt. Moment, ich gucke mal kurz nicht auf meinen Chat und sehe nur die Frage, wer will nicht legal Menschen aufschneiden? Was? 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 Ja. Ist Erik noch da? Ich glaube nicht, dass Erik Menschen aufschneiden wird, zumindest hoffe ich das. Hä, also wer will das nicht? Kann ich ihm schon was stellen? Ich würde auch gerne mit menschlichem Fleisch zahlen. Was? 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 Aber wie wäre der Wechselkurs? Ich würde gerne ein komplettes Wechselkurssystem dafür sehen, danke. Hä, das kann man doch unendlich machen. Ja. 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 Hä, Hm? Welches ist Call-Territory? Alles gut. Wahrscheinlich irgendwo. Ach, wahrscheinlich hast du einen Claimer. Ich hätte schon auch du kannst mich ganz krass am Arsch lecken. Hast du ein Core drauf? die studiert Medizin. Okay, dann ist ein Ordnung. Ich kann einen Core drauf machen. Ich habe einen Core. Ich habe tatsächlich Widerstand gerechnet. Mit was hast du gerechnet? Sieg Heil. Also hieß es gerade bei mir. Hier, French Fleet to Claimers. Dann müssen mal jemand klippen, bitte. Bitte, das muss einer klippen und den Chat für alle bauen. Guck mal, guck den in. Okay, das war schon voll. Guck den Live-Steam. Oh Gott. Guck den Live-Steam. Es steht einfach gerade und ich habe es einfach gerade gesagt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dass das dich aufgefallen ist, dass du es einfach gesagt hast. Ich habe es einfach gerade rausgeballert, weil ich das hier gelesen habe. Aber da, ärgerlich. Boah, Alter. So was passiert. Ganz blöd. Jetzt mal ein paar Panzerschiffe mehr bauen. Die alten Bomben bauen. Jemand hat tatsächlich vorher in den Chat für alle nur geschrieben, hatte ich gerne mit euch über Aufstände sprechen. Uh, die Vanguard war das erste Marseille. Was ist denn schweben? Was ist denn heute los? Oh, dann wird es wieder Schießerei, oder was? Auf nach Tulor. Wer braucht schon Equipment oder? Ganz cool, wenn Italien nächstes Mal stirbt. Ja, da fehlt nichts mehr. Das Ding ist, ich verstehe nicht mehr, warum... Ja, die sind nach Tripoli geflogen. Warum fliehen die Niederländer? Warum? Die Niederländer, ja! Ich bekomme ein Niederlander. Da steht so, was? Scheiß, Niederländer haben ein Gebiet, der Oberdauern. Ja, aber ich bekomme das, ich bekomme ein Niederlander, das Niederlandes Gebiet. Aber die obern gerade mein Aluminium, glaube ich, ich kann kein Flugzeug mehr produzieren. Kannst Aluminium kaufen? Fick, Niederlander, ey. Wie gesagt, ich nehme es mir dann. Ist ja Niederlander. Niederlander, das wäre egal. Müsst ihr jetzt echt noch in Afrika die besiegen? Allein Naval Invasion auf der Beneduktsregion anscheinend. Ach Gott. Hards of Ironshell. perfekt. Bittet's the United Kingdom of Netherland. Haben sie es ernsthaft? Also, hieß es gerade bei mir, hier, Friends, oh, also, Sieg Heil, oh, also, 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 warte, das nehme ich an Spingelton. Was? Ja, das ist bestimmt nicht ein bisschen rechts. Was hast du das gerade geklippt oder das Klingelton? Nein, das Klingelton auf der Guck mal den Heutschern. Guck dir einfach den Klipp an. Panzer nach Italien gereicht. Das werde ich so oft, dass wir die Katzenrin auf unser scheiß Soundboard nehmen. Okay. Bravo. Hallo. Das ist ja schlimm. Leute, ich habe echt einfach so nebenbei das einfach nur wiederholt und war so ein bisschen abgelenkt. Vereinigung? Eine kurze Frage, wie so hat Italien 0% Kapitulationsfortschritte, wo sie eigentlich tot sind? Weil sie in Libyen sind. Weil die in Algerien sind. Weil die fliehen konnten. Boah, ich kann einfach unendlich als United Team auf Netherlands proclamen. Das ist kein Problem, wir haben ja Ägypten und Kairo. Ich muss erst was ausbauen, weil ich nicht gedacht habe, dass ich da irgendwo durch pushen muss. Brauchen wir deutsche Panzer in Afrika? Ja, die ihre gesamte Armee behalten. Also historisch spielen. Aber müssen nicht Luxemburg noch zu den Niederlandern gehören, damit sie vereinigt sind. Warte mal, was wir gerade mit Luxemburg machen. In Barcelona eigentlich gesichert. Ich hätte dann auch gesagt, ich bekomme noch Champagne, oder? Und dann was du hast mal noch. Und wieder Feinigung, nein. Was? Nein, wir machen das jetzt mal nachher, okay? Beruhig dich jetzt erst mal. Lass uns doch erst mal ganz Frankreich in Frankreich töten und dann gucken wir, dass wir ganz Frankreich in Afrika töten. Heiko, pass auf, irgendwie Pudi. Äh, warte, was? Eine Pferde. Ah, danke. Hast du euch irgendwie Event, Manu, wo du das beenden kannst, oder? Was? Den Krieg. Weil das ist eigentlich doch, ja, war ja auch nicht. Nein, ich habe nur jetzt ganz viele Fates am Laufen. Italy, Sicily, Piaudemont, Lombardy, Venice und Vlore. Da, da, den. Du weißt, dass wir auf Pause sind? Ja. Das ist Fireman die ganze Zeit. Ehe, diesmal war ich nicht schuld. Ja? Ja. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Ist es jetzt nicht in Italien geht, oder? Das ist Glückwunsch, das gibt es halt auch noch Neapel. Scheiße, Alter. Krass ist, wenn KI sich irgendwo hinretten kann. Naja, also, man sieht auf jeden Fall bei der Mod, da ist der Kapitulationsfortschritt schon ziemlich stark. Unnötig. Ja, Hauptstädte sind halt vor allem das. Ja, ist halt unnötig, wenn die jetzt hier in so einer Game, wo es nur die beiden sind, nach Afrika fliegen. Die Amis jetzt dabei wären vielleicht, aber so ist die Richtung. Ja, aber das muss man sich jetzt vorstellen, wenn man gegen Russland kämpft, du musst sie ja bis ganz hinten rumrennen, glaube ich. Ja, ich bezweifle. Ganz hinten kommt dann das Zoo der Russland. Nicht so kapituliert. Die sind auch im Krieg miteinander, die beiden Russen. Das Game läuft, wie es so mit Zeugen hat. Ah, es gibt eine russische Republik, wo kommt die denn her? Die war schon niemals. Ja. Was ist eigentlich mit Seven vs. Fight? Willst du das 1,7k die abonnieren? Warte was? Was habe ich schon wieder nicht? Ah, Fischer! Ah, guten Tag! Willkommen zum Livestream. Hat er lebt. Extrem besoffen? Weiß nicht. Glaube ich lange keinen Snap bekommen oder ich habe es einfach vergessen. Wobei, ich glaube, ich habe Snaps bekommen. Ich habe Snaps bekommen. Deswegen sage ich, der ist nicht besoffen. Wißt du, hast die Zipfel geile, als auf einmal random in meinem Handy Kalender nur drin stand, ob Lungs Internet gefixt ist, weil da wohl irgendwie so, das war so ein Termin, so ein Jahr in der Zukunft dort soll das Internet gefixt sein und ich wache eines Morgens auf, mein Kalender sagt mir, ich soll dunkel fragen, ob es ein Internet gefixt ist. Die Antwort war nein. Sein Internet war nicht gefixt. Ähm, ja. Braucht irgendwo noch schwedische oder wie sie sagt? Nein. Ja. Josh, willst du es noch wieder vereinigen? Kannst du das dritte Mal das Event bekommen? Ah, ihr bekommt das Event die ganze Zeit. Und mir passiert nämlich gar nichts. Du rückst immer so auf den Knopf, so für einige Beine, Ich habe den Zwischenprogramm für die Kingdom of Netherlands. und es passiert nicht wirklich was, außer dass ich einen anderen Namen halte und es kommt immer wieder, dass sie wenden. Zum Slam-Klopfen. Ja, das ist da wirklich ein gewüns Slam-Klopfen, aber nur um andere Leute abzufangen. Warum ist da Neapel? 24 Divisionen in Marseille. Was? Warum ist da Neapel? Der Priete weiß, was gemeint ist. Die Landen in Nordfrankreich vielleicht. Also in Nordfrankreich. Sobald meine Neapel keine Marine drin haben. Meine fährt gerade einmal um Afrika rum, um durch den Suzan reinzufahren. Interessant, dass sie keine Marine drin haben, aber gerade Ukrainer, sie gerade einen Sub verloren haben, französische Battleships gefunden haben. Ich habe einen Sub verloren? Ja. Schlecht, weil ich habe noch acht. Ja, jetzt hast du noch sieben. Das war eine Submarine Submarine Hals hangt bei links, Total Damage Received 10, bei Death Tattoo 100%. Aha. Ich habe noch, also ich habe Early Submarine. Ja, du hast keine Sub-3 mit Schnorchel, so wie ich. Sub-3 mit Schnorchel wäre natürlich Deluxe. Da muss man ab so forschen, wie ich. Ich habe drei Forschungsdots. Ich habe vier. Ich habe fünf. Knasch, vielleicht andere. Ach, Nils ist auch noch da. Also heute ist ja hier große Reunification oder so. Interessant. Der kleine Nils, der Dicke. Also, ja genau, und Fischer meint, dass sein Internet auch nicht gefixt werden wird. Das ist natürlich unglaublich tragisch, weil das war ja immer furchtbar. Doch, das war eher, als wir bei CSGO. auch reden. stimmt. Ich habe tatsächlich das Glück, dass egal wo ich bis jetzt hingezogen bin, ich immer ganz gutes Internet hatte. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich immer in Großstädte gezogen bin. Schweiz, ja. ja, in Schweiz dachte ich, das ist ein guter Zeitpunkt, um anzugreifen. Ich habe die 38 Division rundherum. Schweiz ist aber mutig, oder? Mach mal Rechtsblick drauf und guck einfach wie das aussieht. Dann kann man da ein Screenshot machen und das dann Manu schicken. Warte, mach ich. Nicht Blackman überhaupt irgendwo habe? Black Man, da ist schon. Ich habe ihm selbst immer am 9. 6. 2021 geschrieben. Da habe ich ihm einfach nur einen Watch Together Link geschickt. Deine sieben Sub-Movien zum Neighbor Supremacy in Western Medellin See. Perfekt. Ja, deswegen muss man eine Flotte gar nicht nach Afrika fahren. Ich verstehe auch nicht, warum die da keine haben, aber dann bei Central Mediterranean ist wahrscheinlich die italienische Küste schützt nicht. Ich habe tatsächlich einen französischen Panzer gekesselt. Ich bin so stolz auf mich. Die französischen sind auch dabei. Ach Fireman da sind wir aber mal früh dran. Ich glaube wir müssen haben echt 600 Naval Bomber bis auf das letzte Gebiet von den West Natale der Aoran. Die haben halt auch ihre gesamte Armee mitgenommen und deswegen werde ich gar nicht landen können. Weil die da irgendwie 60, 70 Divisionen in Afrika stehen haben. Und die Italiener auch. Random Name, der war gut. Nächst kommst du vom Elfmeter Turnier. Was für eine Ah Georg. Also ich habe bei Elfmeter Turnieren ich glaube Elfmeter Turnier ist immer so die Ausrede gewesen um sich einfach brachial zu besaufen. So da war so dieses Turnier und da gab es schon Leute die irgendwann mal auf ein Tor geschossen haben aber eigentlich waren schon alle betrunken bevor es anfing. Was man immer alles braucht um zu saufen. Ist so geil. Der braucht schon Gründe. Wer wohl schon saufen? Ich habe nur so gesehen ja wir brauchen so ich will mich betrinken so es ist Dienstag das muss reichen so Ok Ja Frau glühen aufs Bergfest heißt das ist der nächsten Level Alkoholik am Hut Ich glaube Dienstag ist so der Tag der am wenigsten Grund liefert sich zu betrinken Daniel doch Ja okay ist ein Punkt Warum halten die fucking Italiener in dem Ich habe drei von drei verschossen das wäre ich beim Elfmeter Turnier aber ich würde halt dreimal das Tor nicht treffen das ist richtig peinlich die euch vielleicht mal nicht drum rum bewegen an der Frontlinie entlang sondern einfach in dieses beschissene Ach ja die Kamin Guck aufs Wasser Tue ich da schon Guck aufs Wasser In Switzerland we named it Grumbi and I think it's beautiful Oh man Warum schreibt der dann auf Englisch Das ist so ein Meme Ausrede musst du mit links schießen ja ok Naja Ich hab mal mein liebstes Hobby zu sagen ja ich schwör ich mach das auch mit links und wenn ich dann verkack kann ich es darauf schieben obwohl ich eigentlich links bin und dementsprechend die starke anstrich Fuß war natürlich möglich und mal schauen wie viel haben sie und sie haben sie haben letztlich mal was verloren die franzosen ich bin in sachen auch ein sehr sehr besonderer mensch ich bin zwar auch links aber ich benutze meine maus 180 grad gedreht what the fuck ich benutze tatsächlich ich mach das ganz einfach ich hab zwei mäuse ich benutze sowohl ne maus links als auch rechts je nachdem was ich tue und meistens auch abwechseln ich kann auch rechts aber ich benutze die 180 grad umgekehrt ist für mich irgendwie besser das hört sich irgendwie ungesund an battle of palma de mallorca alter das ist mein battle da hätte ich bock drauf in nordafrika ist jetzt castle reception also in Libyen wenn du wenn du Lust hast den militärex ist anzunehmen da ne komm achso da ist meist geguckt aber die schweiz noch da oh ja begon aber Philippe Pintan hat frankreich übernommen okay das ist sowas wie ein napoleonischer general mit wo ist bergfest also muss ich verbreiten ja also ich weiß nicht mich verhören vom ganzen Discord war gerade der Clip rumgeschickt von dir ähm okay bisschen mutig der echte Paul auf welchem diesen also Blackman schläft noch nicht noch nicht ne schade er hat mir geantwortet das muss ich mir jetzt mal anhören was endlich bin es mal nicht ich das einzige was ich dazu sagen kann was ich schon rausgehauen habe in der zurzeit vor allem bei Rimbird spielen bin ich verrückt aber lass sich mein hamster jagen na gut zum glück hat das jetzt keiner speziell ausgeschnitten was ich gegen Rumänien gesagt habe überall ist jetzt ein bisschen übertrieben oder dem heu und dem dings channel was so im discord fehlt ist so das 10 frauen scheuen die sich so richtig feministisch benehmen hab schon reich waren schlimme zeiten seit gründung bis ungefähr oktober 2020 oh warte 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 wilhelm der zweite wurde in der schweiz gefunden wir könnten ihn zu einem also wir könnten ihn töten da würden wir 100 politik verlieren was ja nicht so wichtig ist aber ich würde mehr radikaler werden ich könnte ihn zum dünne einladen oder ich könnte nichts machen weil er die Zeit nicht wert ist was er tot hat er es gar nicht verdient ich hab ihn umgebracht oh oh ich hab wissen was bei der bei der Essens story passiert was passiert da was mit dem wissen also der zweite ist tot Leute sagen beim dinner wäre er übelst ausgelastet das ja 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 aber gibt hier kein event oder so dass er tot ist also die Leute die sehr lange dabei sind die erinnern sich noch an die feministen rolle es gibt sogar noch den feminismus chat im archiv alter das waren wild times weiß noch wie ich versprechen muss in den channel nicht rein zu gucken und dachte mal was da abgeht und irgendwann habe ich zwei Jahre später im archiv reingeguckt und da standen so fünf Nachrichten und die Leute haben sich bei mir beschwert dass das Anmeldeformular dafür scheiße war und ich war nur so nicht mein Ding dafür anmeldeformular ja da stand aber sowas wie keine Ahnung bist du für Abtreibung und da gab es nur ja nein und viele meinten sie würden ganz gern was dazu schreiben können aber es gab nur ja nein und bei ganz anderen vielen also ganz vielen Sachen war das so und es gab natürlich nur eine richtige Antwort darauf ach wirklich wir hatten dieses Formular gemacht kann ich mir gar nicht vorstellen dass ich nicht antwort darauf gab das ist irgendwie so ein bisschen eine verschleierte Version von Wahrheit oder Pflicht ne das ist so eine Verschleierung weil es hat meine Meinung egal wer Community Manager war es gab immer speziell Community Manager Rollen und dann gab es immer zwei Monate später eine neue weil zu viele Leute die alte hatten aber die Leute den alten Leuten die nicht wegnehmen wollten jedes Mal außer bei Manu der macht das zum ersten Mal richtig naja kann man auch ich weiß noch wie Lain mal zu mir kam und meinte er würde sich vielleicht aus die Runde des Community Managers bewerben das war nachdem Alina weg war ganz gut zu mir das ist so möglich ich konnte das jetzt nicht meinem Puppet geben sondern das ist so dumm es gab erstaunlich viele Bewerbungen für Community Managerinnen da wurde das jemand der sich nicht mal drauf beworben hat ich glaube wir waren saufen ja es kann sein es war in deinem Garten und ich war ziemlich betrunken ich weiß wie du mir eine Gartentour gegeben hast ja stimmt da bin ich mit dem Handy durch den Garten gesteppt mir war langweicht dann habe ich vor allem den Garten gezeigt ja schwich dich wir müssen mal wieder was spielen Nils immer wenn wir irgendwas machen bist du nicht da ich schreibe es gerne letztere das hat immer was in premium abonnenten rein weil ich corona habe ich klinge sogar nils und nils kommt der wahlkampf manu vermord das war der beste wahlkampf überhaupt es gab leichte verwerfung in der community deswegen aber war witzig ich hätte gerne im zentral mittelmeer seh überlegen halt wäre voll cool wenn da jeder seine flotte reinschicken könnte ich meine da aber ich will meine aus england nicht rüberziehen weil das sieht doch mittlerweile kommt ich habe gleich 600 naval bombe da drin weil kaum will ich eine landung machen nee dann können die das erst dahin machen jetzt meine flotte wieder durch die behalte dann geht so gleich ja wir sind auf cizidien jetzt weiß ich meine flotte dahin schicken das geht ja gar nicht alter was da gerade einfach nur gegen die italiener schwappt diese wäldern division für daniel maximal angriff und rein zu irgendwelchen gründen läuft das spiel gerade bei mir mit 60 fps das macht es manchmal und meistens aber nicht es läuft richtig schön smooth alles läuft wunderbar ich wollte sagen ist das gut ja das ist gut trotz der ganzen länder auf der welt das ist ganz random heu manchmal läuft es auf einen schlag flüssig und dann hört es wieder auf und bist okay wir können ja nach dem stream was spielen dann könntest du das eine spiel was ich mal vertöpfen dauert nicht lang ein Durchgang ich bin tatsächlich gelandet nein ja vor der Ukraine weißt du was lustig wäre mit Heiko vor allem es ist halt Italien ich habe in Italien nichts gemacht warum ist Frankreich schon wieso kann man das nicht nehmen weil ihr das schon per Event oder so gemacht ich finde die Grenzen so in Frankreich die ist fried welches Spiele die gehen ist dieses cry of Bier mäße das Bier aber dauert doch einen Durchgang schon eine Weile äh Fischer was mit Prag also ich habe mir in Prag Corona geholt aber sonst eine schöne Stadt nette Menschen bin gern dort ähm du wirst von einem YouTuber geghostet das ist unfassbar tragisch äh ist ja jetzt so schlimm ah hab ich ich durfte ich nicht wenigstens Coke haben haben nö nö krieg ich nix kann ich Füttlern haben kann ich Schwedisch Empire wieder aufbauen dann wenn wir gegen Russland Estonia kämpfen dann hast du ja Schwedisch Empire wieder ist Traumerschwein das ich weiß nicht also ich hab bisher kein decision bekommen dass ich das ausrufen kann ja ich kannst du einmal passen dann kann ich dann drücken dann kann ich nur was zu essen snacken so perfekt gut so ist ja irgendwas was ich dann nö oh man ey ich fiel mich kapieren ich merk grad fireman ähm brauchst du flore fürs optimal empire brauche ich jetzt noch irgendwas ich glaube nicht dann gebe ich gar nichts kunden oder so ach so weil ich weil ich sag was heute ist jetzt ich das hab ich schon im Krieg gesehen äh man hat es aber nicht gesehen leiden du bist dran oh ich bin leiden kann ich mir ja sicherlich das hier snacken was denn äh das hier kann es auch einmal passen dann kann ich dann drücken dann hast du punkte um was zu nehmen durchaus halsschmerzen deswegen werde ich keinen Fass nicht kriege ich ein Puppet weil mir mein Bewohner glaubst du warum hat rektorat auf egypt was ok ja ja aber mit einmal passen sollten die ja eigentlich irgendwas außer die drei also albana und die italien und frankreich gibt noch irgendwas existenz inseln wahrscheinlich noch ne gute nacht auch kann ich von dänemark irgendwas nehmen äh finland gibt es noch stimmt das ist bornhorn ach das ist die insel in der ost das ist da das da ja keine schweden haben was hab ich bekommen du hast die insel da im süden von da im tal ja super ich würde gerade einen snap machen das ist people social republic auf wo ist das oh ich bin ja oh nein die welt für mich höre ich jemals dran ach das ist albania ach das ist albania janeers und ich in fassmodus macht glaube ich keinen spaß du gehst schreien und redest mit dem geist nein du gehst schreien und redest mit dem geist das ist sehr lustig äh au ja vielleicht hatte ich jede person die ich kenne ist feiern hä warum kann ich euch kurs von mir geben das ist doch gut so wahrscheinlich ich hab vor zwei jahren diesen spongebob live stream gemacht hier moment das ist schon zwei jahre her what the fuck so spät du kannst jetzt finland nehmen hab ich jetzt alle dinge bekommen ja warte mal ich pass lieber bevor ich da alles nehme jetzt nehmen ich will jetzt den genozid so türkisch finland oder so türkisch finland ja sicherlich nicht sollte eigentlich alles reichen ja dann oder hab ich noch was vergessen wenn ich die letzte guck dann es reicht nicht oh gott wie lange ist der 16 stunden live stream her na welche gute frage ich hab halt zwei von denen gemacht und ich weiß dass mir jedes mal danach vier tage lang schlicht der einer war lustig ich würde sagen der eine bei dem ich betrunken war ich war tatsächlich bei beiden betrunken warum mit den vielleicht erlandet ich will die jetzt haben ich hab einmal bei einem live stream hab ich mich verrechnet und da waren es nur 14 stunden wobei der beim letzten stimmt beim zweiten ich erinnere mich dran da haben wir nämlich besser koordiniert da hatte ich nämlich tatsächlich zwei stunden freizeit da bin ich dann nämlich jongen gegangen duschen hab was gegessen und dann ging es und dann hab ich erst angefangen zu trinken und nicht wie beim ersten mal wo ich mittags um zwei angefangen habe zu trinken und um fünf morgens immer noch gestreamt hab das war eine dumme idee oder waren es in zwölf stunden live stream jetzt wird afrika einmal freigelassen nein ich kann es ja nicht annexen weil das ja stabi und war support kostet oh nein musst du da pro land 2,5% oder 5% die frage ob wir was sollen wir jetzt noch serviert angreifen also ich bin gleich ich wenn ich das mache dann habe ich eigentlich kurs drauf oder nee du kannst besetzen und stabi verlieren oder freilassen als profit ich mag das überhaupt nicht dass ich hier einfach annexen kann also kannst aber es ist halt einfach teuer ja das gibt frankreich wieder woho aber mit da oh das ist ne tolle französische flagge ey das ist ne toller man das ist ne richtig schöne flagge warum dürfen die ganzen afrikaner ihrer flagge behalten aber das ist nicht gut fürs spiel wenn du ganz afrika frei läsch ja ich hab halt keine andere möglichkeit das ist sehr interessantes song gerecht sollten wir vielleicht draußen machen nicht das wenn marvis manu kommt dann überhaupt nicht das ja deine events gehen mir langsam auf den er das ist schön dass ich kann die spammen so hier nochmal das ist immer das gleich ich weiß auch nicht warum das kannst du auch deaktivieren dass du die events bekommst an sich hab ich nichts gegen die events nur gegen live event da scheint irgendwas spannendes passiert ich habe den ganzen tag geschlafen einfach einfach aufgewacht habe gelernt habe gegessen habe meinen haushalt gemacht bin wieder ins bett bin aufgewacht habe diesen leistung gestartet was ein schöner tag wo es konzerne zahlen reisekosten für abtreibung perfekt willkommen im jahr 2022 beiden in oberbayern g7 gipfel warte was das g7 gipfel in bayern in oslo gab es zwei tote die linken haben die bissel immer noch in der macht die ukraine haben sich zurückgezogen wobei das also übel aus eigentlich ist auch besser dass sie sich zurückgezogen haben am ende werden sie noch komplett gekesselt worden aber trotzdem will ich kein gutes zeichen ja die haben sie halt auch nicht mehr so ganz die tatsstücke und steine an mir ist inzwischen glasphase ja glasphase ist was schönes mann und macht sich ja wirklich was zu essen ja ich bin mal weg ja alles gut ja ich würde jetzt auch sagen also können schon weiter laufen lassen so weil wir machen jetzt ja nicht so viel und selbst wenn man nur irgendwie scheiße baut dann ja der mod ist halt echt anstrengend für großbritannien ja das auch aber generell so ja dafür dass es so alt ist ist der relativ unausgereift irgendwie ja der ist genau fühlt sich so an als wäre es eine beta oder so ja aber der mod ist so alt der wird ist doch nicht weiterer wickelt er wird auch gefühlt nicht tragisch denn die auch von dem machen von kaiserreich ich würde sagen dann machen wir so einen sturm auf russland ja wenn es halt auf eins läuft schwierig ja wie gesagt dann auch mal auf dem discord weg jo tschau tschau sonst was wichtig ist passiert auf der welt der stimmte reise chaos irgendwas mit flughäfen ich bin froh dass ich aktuell nirgendwo hinfliege bis zu einem kilometer lange schlangen passagiere warten mehr als drei stunden am check in was ist da los? ah perfekt machen wir mal wieder schneller äh Daniel ist weg und so also gut wir sind ja auch quasi durch ich würde jetzt noch das wichtigste erobern Russland ja ja ah fireman und line länge hinterher tatsächlich äh wollten wir noch ungarn und serbien machen aber dann natürlich auch noch äh russland vor allem russland ach so ich mach mal von luxemburg luxemburg ist natürlich wichtig ach so ja ne das heißt ich kann jetzt auch mal ja also meine nils wir sitzen im bb chat aber das funktioniert irgendwie der ist ein bisschen stört worden wir haben nils keiner hatte die rechte mehr kann ich dir das mal schicken nils nils niemand bekommt richte alle gefroren ich wurde übrigens schon von meinem mitbewohner gefragt ob ich den nett hier bei wann sie meinen badn-warden-wurtenberg-sticker in meine uni aufgeklebt habe und tatsächlich war ich es nicht und da kleben sogar zwei macht mich sehr glücklich ich hab mir das letzte auch geschickt oder nach Berlin gefahren und einfach im Stau hing einfach so ein Zettel. Das ist so geil. Geil. Das ist wichtig. Das ist einfach essentiell. Ich habe halt nur noch einen einzigen, auf dem nicht der Land draufsteht, sondern wir können alles aus dem Hochdeutschen, den will ich jetzt eigentlich nicht wasten. Ich glaube, das ist ein leichter Panzer. Der muss schon irgendwo richtig gut stehen. Das ist egal, wir müssen ja nur die Stadt obern. In Sinne des Rechts können sie ja reinrennen. Immer nicht seit der Hand hier. Das einfach geht. Irgendwie ein bisschen viel steht hier im Rheinland-Pfalz. Sieht irgendwie nicht richtig aus. Ich habe Fireman nicht mehr. Fireman ist schon 51 Stunden hinterher. Hören. Nein, das 18. Entschuldigung. Ja, was war denn das? War das Ding? Oder ist das von uns? Das war das von der Regiment. Ah, war das 18. Ich wusste über die Zahl. Also diese Zahl merkt man sich. Ich habe gehört, im Sommer hängt dann auch einer am Empire State Building. Das ist mutig. Könnte sein. Sommer geht ziemlich lang. Ich habe mal einen gesucht, aber nicht gefunden. Da meinte ein Freund von mir, wenn ich nach Malaga gehe, die haben damals extra, da hing quasi schon alles voller Sticker. Aber die haben quasi so einen großen Dude, einen noch größeren Dude auf die Schulter gesetzt. Und der hat den dann quasi nochmal einen Meter über alle anderen rangeklebt. Und ich habe den damals gesucht, aber nicht gefunden. Das wäre ja cool gewesen. Aber ansonsten habe ich meine, ja, in Berlin und in Leipzig verteilt. Ich weiß nicht, ob du noch Russland machen möchtest, Halko. Ne, ich glaube nicht, wenn wir auf zwei spielen. Ich glaube, es gibt gar keinen Sinn, weil wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde Gameplay, bis wir überhaupt, äh, überhaupt was erreicht haben. Wenn das nämlich jetzt Luxemburg war. Äh, äh, äh. Ja? Ich habe da vor. Ja. Für ihn zählt ja auch nur Deutschland, aber das ist ja... Wie man kennt, auch nicht immer gut. So komisch, wie sind eigentlich diese italienischen Poppets entstanden? In der mich sie freigelassen haben. Fingiert eigentlich irgendwer schon auf Ungarn, oder wie sieht es da aus? Es reicht Serbien, Töten. Geht jemand auf Serbien? Achso. Ja. 26, oh Gott. Ja, das dauert noch. Die Frage... Also Russland müssen wir auf keinen Fall mehr machen, das würde jetzt 100 Jahre dauern. Ähm. Also machen wir Japan? Ja, auf jeden Fall. So, Naval Invasion vorbereiten, los. Hallo. Amerika, die ganzen Staaten aufräumen und danach Mexiko. Genau. Wir können ja auch Südamerika erobern. Das ist ja witzig. Und den Briten nebenbei mitnehmen. Und geben sie ihr Geld gut aus. I'm not gonna lie, ich kann auf der ganzen Welt Konvoi raiden mit meinen Panzerschiffen. Ich kann auch auf der ganzen Welt Konvoi raiden. Ich hab sieben U-Boote. Impact. Ja, ich hab ein paar mehr. Ich hab mehr Panzerschiffe. Und auch ein paar bessere. Die Heiko U-Boote hat. Ich hab so mittlerweile 74 U-Boote. Ja, da komm ich nicht rein. Ich hab nur 45 Dockjahrt. Und die sind alle auf Panzerschiffen. Ja, du hast ein paar mehr Dockjahrt offen. Ja, das ist nicht. Also diese Schienen in der West-Ukraine sehen auch ein bisschen komisch aus. Das hat er schon wieder gemacht. Ich hab wahrscheinlich Schienen gebaut, wo da nicht hingehören soll. Oh, grad Radarstation überall. Im deutschen Gebiet. Ja, ich hatte nichts besseres zu tun. Hab die Division an die russische Grenze bei dir gestellt, Heiko. Perfekt. Aber was ist eigentlich so gut an den Panzerschiffen, Manu? Mhm. Dass du halt eine Reichweite hast, die du meistens mit Subs nicht bekommst, weil du nicht die größeren Subs erforschen kannst. Mhm. Darfst in Multiplayer-Runden. Ach, Sub 3 mit Schnorchel 1 ist doch so schön. Ja, ist schön, aber das ist meistens verboten. Oder gar nicht machbar. Weil es bei den meisten historischen Mods raus ist. Dann kannst du die relativ in sehr kleinen Stacks, also 1 oder 2 Stacks kannst du die rausschicken zum Conval Raiden. Und die sind sehr effektiv damit. Du kannst halt AA reinbauen, was halt gut ist gegen feindliche Flugzeuge. Ich konnte grad einfach für PP mehr Fabriken spawnen lassen. Das ist nett. Mach ich schon die ganze Zeit. Mhm. Hört sich ja fast so an, Manu, als wäre sie für das, was sie in echt gebaut wurden, gebrauchbar. Ja. Eie, noch 50 Tage. Also ich brauche noch 60. Ja. Oh, ich muss runter mein Essen holen. Das ist gut. Ja. 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 Alter. Line. Line. Maschier da gleich ein, damit du nicht mehr irgendwas unificationen kannst. Unification. Unify. Unifyen. Unifyen. Danke. Ich hab's auch mal noch ewig viel Focustree übrig und nicht so seit 100 Jahren PP Farm. Jetzt stream ich eigentlich schon. Wofür hat er auch noch nicht? Ja, gut. Warte, gibt's hier nicht ein Command? Den gab's aber irgendwo. Heiko, kannst du anfangen jetzt mal mit dem Beginn für Kretz-Truggle? Vielleicht bekommst du dann nur einen Foki. Warum? Ja. Weil bekommst du nur einen Annex-Gold und keinen wirkliches. Ja, ich krieg auch nur Annex und ich weiß nicht. Ah, du hattest dann auch kein Krieg. Ja, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich meine, muss ich dann nochmal, äh... ...nochmal warten. Ihr seid erst 90, 40, wann habt ihr angefangen? 1800. Ja, wir spielen größtenteils auf zwei. Die sind bei der Mod halt auch schwierig, die ist sehr... Hey, Belgien und Niederlande sind vereint. Ach! Wunderbar. Wunderbar. Ich kann nicht erzählen, wie glücklich ich über dieses Event bin. Malu. Das ist schon zum ersten Mal. Was hier noch bei, äh... ...kogen auf dem Tupen steht. War aber dann auch schon zum ersten Mal. Ja. Vor zwei Stunden hatte ich das zum ersten Mal. Ich kann jetzt noch mal drücken. Junge. Kannst du machen. Ich hab an irgendjemandem wieder Waffen verkauft und hab davon minus 5% Konsumgüter. Hast du was dagegen, Feiermann? Irgendwie... Nach fünf Stunden erst 1940 ist schon eine Leistung. Das hab ich auch tatsächlich noch nie geschafft. Da werden noch viele Kriege... Ich schaffst du jetzt auf die Niederlande und Klausel hier weg. So, ich hab gerade irgendwie zwölf Divisionen als Freiwege gegen Russland geschickt. Einfach nur, um die abzufacken. Und damit ich was zu tun hab. Ach, Feierarmel. Ähm, noch 30 Tage gegen Jugo. Gegen Jugo. Wir haben noch bis... ...meinen, 50. Ich seh irgendwie, so ein anderes Frankreich hat Co auf, so ein Frankreich. Aber die Frage ist, was ist das für ein Frankreich? Vielleicht ein Bischi oder so ein Blödsinn. Nee, Pritis-Angreich. Jetzt das britische, dann noch das normale und das irgendwie mit diesem komischen Wetter oder was auch immer das ist. French Republic. French Republic, hier hast du beide gleich. Optimal. Ja, ist auch nicht schlecht, also so ein Mann mit Doppel-Core. So, mit Ad-Man-Power raus. So, ah, perfekt. Ich hab mich um meine... ...serbische, äh, Dingsgrenze selber, Heiko. Ja, ich hab die einfach überall hingeschickt, deswegen... ...und ist aber schön, wie einfach der Frontverlauf sich bei diesen Russland-Fronten... ...keinen Meter geändert hat. Nachdem ich zwischenzeitlich mal meine Truppen abgezogen hatte. Das ist immer noch genau... ...quasi der selbe Frontverlauf. Das Problem ist, der kann nicht weiter reinpushen, weil er nicht genug Supply hat... ...und die kann ich draus pushen, weil er dann mehr Supply hat. Ja. Ja, in 15 Tagen könnte ich eigentlich Russland angreifen. Du musst einfach nur einen Fokus machen. Ich hab halt keine Truppen bei Frank... äh, Russland, weil... 620 Division. Ja, okay. Das ist ein Argument. Können wir sie vielleicht noch in den Schwinnland schicken? Dann ist alles gut. Ich bin auf dem Weg. 48 Division. Ja, geht. Dann übernimmt man einfach Deutschland was mit Russland. Jetzt haben wir übrigens 7.800 übrig. Ich hab 3.800 jetzt über. Ähm, mir fehlen 17. Mir fehlen 600. Mir auch. Ich produziere 31 am Tag. Äh, so. Ja, okay, es fehlt mir 1000. Also tatsächlich fehlt mir Primär Artillerie. Ja, kann ich euch schicken, sobald ihr irgendein kommt. Perfekt. Ja, also wenn wir Russland den Krieg erklären, dann am besten jetzt, weil jetzt fangen die gerade an, Truppen an die Front zu stellen. Das geht nicht. Gute Nacht. Wenn du vielleicht siehst. Ist komisch, keine gepanzerten Einheiten zu haben. Ach ja, schön. 4.600 Lighttanks schicken. Das wär nice. Da kann ich eine Panzerdivision bauen. Kann die tatsächlich schon mal vorbereiten. Ich musste leider mit Cavalier arbeiten, weil ich zu wenig motorisiert hab. Wie viel Artikel brauchst du? Äh, 700. Bin gespannt, ob sich jetzt der Kroatien abspaltet. Ach fuck, ich hab zu wenig Rohrsupport. Ähm, Ding. Achso, hast du mich eingeladen? Ja, perfekt. Fuck, alle meine Freiwilligen sind wieder zurück. Schön. Ja. So, achso. Wie viel Artikel brauchst du? Äh, 850. Säge ich nicht mal arg viel mehr, weil dann, äh, ja, geht mir die Manpower. Wollen wir euch alle holen? Äh, warte kurz. Äh, kann sein, dass Ungarn nicht gejoint ist. Ah, jetzt, okay. Bei uns ist auch jeder gejoint, außer die Niederlande. Ja, die muss ich halt nochmal zehnmal, äh, wieder vereinigen. Jetzt kannst du's machen. Perfekt. Jetzt? Mit Russland, oder was? Ja. Gut. Okay, und Action. Das Heiko nur noch, genau. Perfekt. Let's go. Ich, äh, versuch mal nach Plup Plup durch zu rushen. Hm, glaub nicht. Das sind jetzt die League of Nations und haben England mit drin. Lol. Tatsächlich. Mhm. Hab ich's halt gemacht. Nebenher. Oh ja, Marc Schwinn, so ist Bündnis erweitert. Was man halt so macht. Ja. Ich muss sagen, nebenher führe ich noch einen Barb und Essen. Ja, gut. Aber Portugal hat jetzt ein eigenes Bündnis. Ist meine Front gerade eben abgeschmiert? Ja, meine auch. Hm, weil wir nicht mehr in den Bündnis sind. Das wir davor hatten. Ist was weiß ich, kann's einfach weg gewesen. Die Außen dachten sich so, hey, doch, griff ich nicht mehr weit an. Hatten wir in der paar Tage alle voll rausch. Nein, hat gar keinen Bock mitzunehmen. What the fuck? Oh nein, United Kingdom hat die Allies gecallt. Haben die jetzt alle zusammen angezeigt. Nicht einzeln. Immerhin, das ist sehr schlau. Mhm. Mö. Der Russland ist so am Arsch. Wobei, viel Mainpower haben wir trotzdem nur 5 Millionen. Ja, und ich hab schon 2,2 im Feld. Habt ihr überhaupt was im Feld? Ach so. Nicht 4, ich hab 500.000 oder so. War's eigentlich ganz okay für meine Größe. Kann ich ja mal endlich meine Marine auch einsetzen. Gegen den Sowjet. Ich hab sogar 7.000 im Feld. Gegen den Sowjet kann sogar ich meine Marine einsetzen. Meine Marine besteht immerhin aus inzwischen 8 U-Booten. Ja, meiner ist 74. Ähm, gell. Ah, danke. Gut zu wissen. Aber ich find's geil, die Russen haben ja texturmäßig diese Hüte aus dem 1. Weltkrieg noch. Hm. Oh Leute, wir haben quasi die komplette serbische Armee gekesselt. Und mal wieder von Deutschland Eisen einkaufen. Das ist mal wieder die Zeit im Jahr. Aber jetzt hab ich wieder mehr. Das ist schon mal gut. Ernst du mir, du denkst, dass es Frankreich einfach so halb gut lieb ist? Ich glaub, ich kann mal meinen Fokus auf Reparation stellen, weil... Ah, welchen Tag ist halt hier? 5. September. Okay. Nein, nicht am 4. Das geht ja noch. Immer noch. Ja, bei mir bin ich schon am 9.5., ne? Ach, schön, meine Truppen sind auch mal da. Aber mir werden die ganzen Nationen einzeln reingekollt, Alter. Ah, deswegen vielleicht. Es ist so der Moment gekommen, ich könnte meine Panzer jetzt auch mal an die Front in Russland stellen. Das wär irgendwie schon cool, ja. Na, eigentlich brauchen wir sie nicht, guck mal. Das läuft auch ohne, ja, weil Russland wahrscheinlich noch nicht mal wirklich Truppen hier hat. Weißt du, was uns jetzt aufhalten kann, ist der Supply in Russland. Also der nicht vorhandene Supply in Russland. Schneller wieder Supply sein. Ich bin schon dabei, alles wieder aufzubauen die ganze Zeit. Ach, Gott sei Dank. Ich mach, oder will wir machen, ich drück dann nach Deutschland, gib mir einfach Ungarn und dann schick. Ach, ihr seid schon in Peace, dir? Ja. Ach, hi Erik, wir sind demnächst fertig, weil es ja dann immer noch, das Spiel spielt von vorher. Ich hab schon gesehen, du spielst irgendwelches ganz dubioses Zeug schon wieder. Was war das vorher? Kann er ja dann auch machen. Mann, okay, ist mir dann auch... Wisst ihr, was mich beruhigt? Ich wurde von so einem komischen Tier gebissen vor einer Woche und es ging einfach nicht weg. Aber meinen Ausschlag, den ich hab, seitdem hier Tschechien war, den hab ich immer noch. Das macht mir wiederum Sorgen. Ah, jetzt halt ein Peace, dir. Hab's... Ach, Erik, danke fürs Followern. Ja, ihr habt euch Sachen schon genommen, oder? Nein. Nein, du bist dran, du kannst dran drücken, bitte. Drück dann, weil sonst, bei deinem Internet. Wie ist das denn das heiß? Du könntest mich cursed aussehen lassen. Herpes, Giga-Herpes. Einfach Herpes übers komplette Bein. Das wär mal, das wär mal ne Sache. Wobei, selbst das müsste inzwischen mal weg sein. Vor allem, ich war jetzt ja einfach mal so straight ne Woche nicht draußen. Und es ist einfach immer noch da. Und ich dachte, am Anfang, es wär Sonnenbrand. Puh. Würdest du dafür auch Slowenien oder Kroatien nehmen können, Manu? Ich darf runter. Das ist doch jetzt nicht relevant. Guck dir mal da nach rechts im Östen. Müssen wir beide merken. Oh, da hab ich, äh, ich mag ja diese Lisa Eckert, heißt die? Ist eigentlich ganz cool. Da meinte die auch so, ja, wir Deutschen sind viel zu unambitioniert. Äh, wenn man früher als Deutscher sagte, der Aussie nervt, dann meinten die den Japaner. Das war gut. Ja, da wo existiert die andere Niederlande noch? Nein, Suriname. Achso. Hoppala. Ich glaube, diese Wilhelmina da, die sieht auch nicht mehr gesund aus. Die sah noch nicht gesund aus. Nicht Wilhelmina? Die Königin von den Niederlanden? Ja. Man sieht da irgendwo ne Königin, ich seh bloß den Bernhard of the Netherlands. Ja. Hier vorne. Ah, oh, die sieht gar nicht mehr gut aus. Die sieht wie Merkel, die sah noch nicht gut aus. Das ist richtig. Und der hat auch Physik in Leipzig studiert. Einfach mal kurz hier ein paar Leute fronten. Die Opfer. Ist traurigisch, ich kenne relativ viele Leute, die in Leipzig Physik studieren, ne? Ja, ist selber schon. Deswegen muss ich aufpassen, was ich hier sage, aber naja. Ich muss einfach nur die Liste durchgehen, weil jetzt gerade alles zugucken, dann kannst du doch mal. Hast du den anderen Mietpark gesehen? Vielleicht ist etwas aus der Bauchspeicheldrüse Achterbahnhaus gebraucht. Alter, das steht. Ich bin einfach nur mit kurzen Hosen wandern gewesen und das war einfach ne dumme Idee so im Nachhinein. War das Erik mit dem anderen 2? Ja, natürlich. Alles. Auch mit dem riesen Herpes war Erik. Ja, aber den hast du ja. Ja. Und dann hast du was am Bein. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Aber mach mal halblang mit einem krank Heiken, Heiko. Ja, so geht es nicht weiter. Ich sage ja 25 Max. Maximal. Mehr wird es nicht. Das ist dann gecapped. Ist dann kannst du dann... So. Wer war das? Doch, du hast Giga Herpes geschrieben. Also jetzt wollte ich gerade so smooth zu Blubblub durchlaufen. Ja, ist jetzt nur noch so. Und jetzt steht da auf einmal ein russischer schwerer Panzer. Wobei, mal sehen, wie schwer der Panzer wirklich ist. Ja, okay, Medium Tank mit nicht so viel Tanks dabei. Ja, das egal. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk ist das Kampfesmüde. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich weiß nicht, welche Rede das war. Ich glaube, ich sollte sie nicht zitieren. Also es ist immer noch besser, als Events vorzulesen. Aber... Alter, Verein, Event. Nicht alle an. Auf einmal Sieg, Heiko, dann wird gleich der Nazi. Ja. So, ja. Wachbar. Ja, aber wie du... Vor allem, wenn du dich halt irgendwie öffentlich dafür rechtfertigen müsstest. Wenn du es so wirklich öffentlich wärst, dann wäre halt die nächste Frage, warum spielen sie solche Spiele, wo sowas gesagt wird. Ja, das ist richtig. Du kommst da halt nicht mal raus aus der Geschichte. Du bist einfach dann gefickt. Aber kannst du ja kandidierig nicht für ein politisches... Ja, bist halt ein Nazi, Manu. Ja, okay. Das ist halt so. Dann kannst du dich mit Dr. Rasmuske anfreunden. Na, lieber nicht. Na. Irgendwo reicht es noch wieder. Stress. Wir haben den Schulterschluss mit unseren Brüdern aus dem Norden gemacht. Also, wirklich, den Brüdern. Ich glaube, Dr. Rasmuske findet das lustig, wenn du das jetzt im Clip gesagt hast. Ich finde das garantiert lustig. Der wird das nicht lustig finden. Der meint das auch Erbs. Wie war das? Ja, bei ihm muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Er ist halt schon rechtsextrem. Und ich so... Als ob es so... So, der ist schon ein bisschen rechtsextrem. So, ja. Das wird es nicht. Ja, das ist so alles so. So ein bisschen rechtsextrem. Weißt du, so ein knuffiges Stückchen rechtsextrem. Das würde sich so anhören, als wäre er unfreiwillig rechtsextrem. Ein knuffiges Stück. Was aber so nichts dafür kann. So, das ist einfach passiert. So, das ist schon ein bisschen rechtsextrem. Aber man muss ihn halt auch einfach verstehen. Weißt du? Gute Nacht, Krawalos. Erik, wie viele? Victory, hier. Oh nein. Erik, wie viele, wie viele, äh... Twitch-Accounts hast du? Alle. Der Sowjet müsste ja eigentlich deutlich instabiler sein als sonst, weil dem ja Gladivostok und das ganze Zeug nicht gehört. Das heißt nicht, dass es instabiler wird, sondern dass er weniger, dass er mehr braucht zum Cappen. Gut, aber wir sind immerhin quasi schon in, äh... Ein Ding. Wir waren ja auch schon quasi in Kiew durch. Eiko, natürlich sind wir schneller, wenn wir die Ukraine schon besitzen. Ja, okay. Ja, schräg ist mir von Kiew aus angefangen. Wir sind jetzt gar nicht mehr so weit, äh, nach Stalingrad. Oder nach Rot-Nikrad. Das ist tatsächlich sehr nah. Warum hast du eigentlich noch Rot-Nikrad da? Ja, weil Stalin nicht an der Macht war. Ah, hey, warum aber nicht Volkograd? Äh, weil sie es anders benannt haben. So hieß es ja erst danach. Ja. Ja, so heißt es auch heute, oder? Äh, ja. Ja, heute ist der Volkograd. Ja, genau. So schön neutral. Weißt du, wenn du eine Stadt hast, die so vorbelastet ist, dass du einfach die neutralsten Namen überhaupt nehmen kannst. Schau, wenn wir jetzt Stuttgart in Neckargrad umbenennen. Funktioniert im Deutschen irgendwie nicht. Ja, ich würde halt nicht Grat nehmen, aber... Stadt am Neckar. So, Berlin wird so Stadt an der Spree, oder Spree war es. Ja, genau. Ja. Heiko, er hat doch ein bisschen, ein ganz klein bisschen Geografie-Wissen. Ganz klein wenig. Ich bin ja so ein Glückstreffer. In meinem Leben ein bisschen, ganz klein wenig auf Landkarten gestarrt. Ja, Füße, wir sind ja bei heute... So, wo liegt Wuhan, Heiko? China. Ja, wo genau. Hier. Wuhan. Heißt es hier. War es echt zu weit im Norden? Ich dachte, sehr weit unten. Ne. Das ist Fukushima irgendwie hier liegt. Wo hat der, wie ging... Fukushima ist im Norden irgendwo. Fukushima muss hier ein Mann sein. Ach, hier ist auch... Irgendwo, ja, hätte ich auch gesagt, wo ich hier... Ist ja auch eine Stadt, die heißt Heiko. Ich glaube, ich glaube, es ist im Norden... Ist ja auch eine Stadt, die heißt Hanoi, ja? Ja, es ist auf jeden Fall hier an der Seite. Das weiß ich, weil ich Shogun-Tout-War gespielt habe. Es gibt auch eine Provinz, die heißt Meta. Ja. Ja. Der Russe hat sogar Panzer. Irgendwann fängt der Russe an sich zu wehren. Mit Paks drin. Krass. Ja, ein bisschen spät. Ihr könnt ja sehen, wie viel wir noch brauchen bis zum Kapitulieren vom Russen. Ich kann nämlich nicht auf das Warding drauf zugreifen. Also wir sind bei 76%. Wir haben oder brauchen? Haben wir. Also ich würde mal sagen... Bei den letzten... Ach cool, ich habe jetzt mal die zweite Decision. Äh, Doktrin meine ich. Ich habe jetzt Delay. War schon wieder eine scheiß Motte im Zimmer. Ich habe einfach auch vier, ähm, geschafft bisher. Ist eins gar nicht so schlecht halten. Hab ich es im Uralgebürge? Das ist immer 40%, wie sagt Georgi, in 21. Wir hatten den Rest, also ich habe Miners ausgeschalten. Ich habe nur 6%, das ist bitter. Redst du ja nur den deutschen Panzern hinterher. Ja, sind halt ein bisschen schneller. Das war gerade eben der schnellste Russland-Feldzug, den ich jemals hatte. Ich habe ein Event gekriegt. Achso. Da nicht. Warte mal, wir haben im August gestartet. Also wir waren, glaube ich, am 26. Und dann bis zum 10. Oktober durchgerattert. Ja, meine Kabel ist einfach mit 4 kmh von Kiew bis nach Blubblub gerannt. Ja, same mit den Panzern. Motte, du bist so dämlich. Du solltest nicht dreimal hintereinander mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand fliegen. Warum? Ich weiß nicht, das tut bestimmt weh, auch der Motte. Achso. Wie viele Treaties wurden da gerade eben gesigned? Alle. Und warum habe ich nichts bekommen? Der ist bei mir gerade noch schlecht. Sag mal so, ich habe noch ein Standbild. Alter, wie geil. Das ist halt wirklich die Uralkrenze komplett. Ich mache mal Pause, damit ihr hinterherkommt. Ihr müsst sehr oft OK drücken für die White Pieces. Irgendwie habe ich schon erwartet, dass ich ein bisschen was davon bekomme. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch egal. Ich glaube, wir sind für heute durch. Ich würde sagen, Heiko, ich habe einfach nur den Piece angenommen und nur durch sind, damit ich nicht dauerhaft auf 4 wieder hochspamben muss. Alles gut. Wenn irgendwie das ganze Ding vorangeht. Selbst schon irgendwie 12 Stunden hinterher. Ja, ich würde sagen, wir speichern an der Stelle ab. Dann sind wir durch. Warum? Weil ich bloß seit 5 Stunden streamen. Und ich glaube, Erik... Nein, weil ich will das nicht mehr speichern. Achso, ich mache sowas immer. Achso, dann hat mir Spaß. Leute, mein Spiel ist gecrashed. No joke. Wirklich. Ich habe es nicht forciert. Es passt halt jetzt so gut, dass man wirklich mehr stellen könnte. Aber hier. Heiko? Ja? Das Spiel ist nicht gecrashed. Ich habe es gerade geschlossen. Achso, okay. Okay, okay. Aber gut. Dann würde ich an der Stelle das ganze Band tatsächlich vor morgen nochmal einen Community-Live-Stream zu machen. Aber das ist jetzt die Frage, ob ich das dann noch mache oder ob ich das mir spare. Das geht immer. Könnt aber alle auf den Discord kommen, wenn ihr noch nicht da seid. Ich bin jetzt gerade ein 80-Jähriger mit Querschnitt-Lähmung. Und Erik, ihr könnt gerne auf den LP-WG-Discord kommen. Ich würde nachkommen. Noch für ein Stündchen oder zwei. Genau, dann war es das für ein Livestream. Danke an alle, die so lange zugeschaut haben. Obwohl es ein bisschen langsamer lief. Und nächste Woche Dienstag geht das große Event weiter. Das ist aber eine große Motte. Naja, auf jeden Fall. Nächste Woche Dienstag geht das große Event weiter. Und dann mal schauen. Dann gibt es wahrscheinlich ein neues. Ich werde die nächsten sechs Wochen einfach nur damit beschäftigt sein zu lernen. Das heißt aber, ich habe abends Zeit für Livestreams. Gut, bis dahin. Ciao, Leute.